Das Recht, so heißt es, macht uns anders als die Tiere vor Gott zu Menschen. Doch das Recht hilft mir nicht, mein Land zurückzugewinnen. Das Recht strebt nach Ausgleich. Das Recht will mit Geld für Verluste entschädigen. Das Recht fürchtet nichts mehr als die blutige Fede. Ich aber bin Utreth, der Sohn Utreth von Berbanburg. Und dies ist die Geschichte einer Blutfede. Und sie erzählt von einer Frau und ihrem Vater, einem König, Alfred, meinem König, der mich hasste. Die Geschichte beginnt lange vor meiner ersten Begegnung mit Alfred. Sie beginnt, als ich zehn Jahre alt war und zum ersten Mal die Dänen sah. Das war im Jahr 866. Damals hieß ich noch nicht Utreth, sondern Osbert. Denn ich war der zweite Sohn meines Vaters, und nur der Erstgeborene hatte Anspruch auf den Namen Utreth. Mein Bruder war sieben Jahre älter und von großer, kräftiger Gestalt. Er hatte das blonde Haar unserer Familie und den mürrischen Gesichtsausdruck meines Vaters. An dem Tag, da ich zum ersten Mal die Dänen sah, ritten wir mit Falken auf den Fäusten an der Küste entlang. Mein Vater, meines Vaters Bruder, mein Bruder, ich selbst und ein Dutzend Gefolgsleute. Es war Herbst. Letztes Sommergrün überzog die Klippen, auf den Felsen lagerten Seehunde und über uns schwirrten und kreischten so viele Seevögel, dass wir die Falken nicht von den Fesseln lassen konnten. Wir herrschten über dieses Land. Mein Vater, Oldermann Utreth, war Herr über alles südlich der Thuade und nördlich der Thain. Gleichwohl hatten wir einen König in Nordumbrien. Sein Name war, ebenso wie meiner, Osbert. Er lebte südlich von uns, kam nur selten nach Norden und ließ uns freie Hand. Jetzt aber trachtete ein Mann namens Ella nach dem Thron. Und Ella, ein Oldermann aus den Bergen westlich von Air Furwick, hatte sich mit einem Heer gerüstet, um Osbert zu stürzen und meinem Vater Geschenke zukommen lassen, damit er ihn unterstütze. Der Ausgang der Rebellion hing von der Entscheidung meines Vaters ab. So glaubten wir jedenfalls. Und dann sah ich sie. Drei Schiffe. Prächtige Langschiffe. Schwere los schienen sie auf dem Wasser zu schweben, und ihre Ruder teilten die Wellen. Die geschwungenen, hoch aufragenden Vorder- und Hintersteven waren mit vergoldeten Schlangen und Drachen geschmückt. Und mir kam es an diesem fernen Sommertag so vor, als tanzten die drei Schiffe im Takt der auf- und niederschwingenden Ruder übers Meer. Ich war gebannt von ihrem Anblick. Teufelsdreck, knurrte mein Vater. Er war kein besonders guter Christ, in diesem Moment aber beängstigt genug, um sich zu bekreuzigen. »Zur Hölle damit!«, sagte mein Onkel Elfrig. Er war ein schlanker Mann, gerissen, undurchschaubar und verschwiegen. Die drei Schiffe fuhren mit gewölbten Segeln vor dem Wind nach Norden. Doch als wir kehrtmachten und über den Strand nach Hause galoppierten, drehten die Schiffe bei und folgten uns. Bebernburg. Es ist der schönste Ort auf der ganzen Welt. Die Festung steht auf einem Felsvorsprung hoch über dem Meer. Die Wellen brannten gegen die Ostseite, brechen sich weiß-schäumend vor der nördlichen Spitze des Felsens und verlaufen im Westen zwischen der Festung und dem Land zu einem kleinen, flachen See. Den Zugang zur Bebernburg bildet ein Damm aus Steinen und Sand, vor dem sich zum Schutz das untere Torhaus erhebt, ein großer, auf einem Erdwall errichteter Holzturm. Auf unseren schweißnassen Pferden donnerten wir durch den Torbogen, am Getreidespeicher, der Hufschmiede und den Stallungen vorbei, die allesamt aus Holz gebaut und mit Rockenstroh gedeckt waren, und schließlich hinauf zum Bergfried, auf der Spitze des Felsens, der von Palisaden umgeben war, die den Palas meines Vaters einschlossen. Dort stiegen wir ab, überließen unsere Pferde und Falken den Knechten und rannten zum Wehrgang auf der Ostseite, um aufs Meer hinaus zu blicken. Die drei Schiffe waren jetzt nahe bei den Inseln, auf denen die Papageien Taucher nisten und im Winter das Seehundervolk tanzt. Alarmiert vom Geklapper der Hufe eilte meine Stiefmutter aus dem Palas. »Die hat der Teufel ausgeschissen«, begrüßte sie mein Vater. »Bewahre uns Gott mit seinen Heiligen«, sagte Githa und bekreuzigte sich. Meine leibliche Mutter hatte ich nie gekannt. Sie war die zweite Frau meines Vaters gewesen und wie ihre Vorgängerin im Kindbett gestorben. Wir, mein Bruder und ich, hatten also keine Mutter, doch ich sah Githa als meine Mutter an, und meistens war sie freundlich zu mir, freundlicher jedenfalls als mein Vater, der für Kinder nicht viel übrig hatte. Die drei Schiffe kamen immer näher. Das Schiff an der Spitze hatte auf beiden Seiten zwölf Ruder. Es war noch gut zehn Längen von der Küste entfernt, als ein Mann an der Seite herabkletterte und wie ein Tänzer von einem Ruderschaft auf den nächsten sprang, wobei er auch noch ein schweres Kettenhemd und ein gezücktes Schwert trug. »Die waren vor einer Woche in der Teienmündung«, sagte Elfrig, meines Vaters Bruder, »um Waren zu tauschen. Ich habe das Schiff gesehen. Aber diesen Drachenkopf hatte es noch nicht.« »Wenn Sie Handel treiben, nehmen Sie die Köpfe ab«, sagte mein Vater. »Was haben Sie getauscht?« »Salz und getrockneten Fisch gegen Felle. Haben sich als Händler von Haithabu ausgegeben.« »Und jetzt sind diese Händler auf Streit aus«, sagte mein Vater, »und tatsächlich forderten uns die Dänen auf den drei Schiffen heraus, indem sie mit Speeren und Schwertern auf ihre bemalten Schilde schlugen. Doch sie konnten gegen Bebbernburg nichts ausrichten. Und auch wir konnten ihnen nichts anhaben, obwohl mein Vater anordnete, seinen Wolfsbanner zu hissen. Die Kriegsstandarte meines Vaters zeigte den Kopf eines zähnefletschenden Wolfs. Doch es wehte kein Wind, und so hing die Fahne schlaff herab, ohne die Heiden beeindrucken zu können, die es nach einer Weile leid waren, uns zu reizen, sich wieder in die Riemen legten und nach Süden davonruderten. »Wir sollten beten«, sagte meine Stiefmutter. »Wir sollten was tun«, knurrte mein Vater. »Otret, nimm ein Dutzend Männer und reite nach Süden. Wenn sie auf meinem Gebiet an Land gehen, will ich wissen, wo.« »Ja, Vater.« »Und leg dich nicht mit ihnen an«, befahl mein Vater. »Du beobachtest die Schweine einfach und bist zurück, bevor es Nacht wird.« Sechs weitere Männer wurden losgeschickt, um das Land in Alarmbereitschaft zu versetzen und alle freien Männer, die zum Waffendienst verpflichtet waren, zusammenzutrommeln. Wir wähnten uns sicher auf der Bebbernburg, denn sie hatte bislang allen feindlichen Angriffen getrotzt. Dennoch waren mein Vater und mein Onkel über die Rückkehr der Däne nach Nordumbrien beunruhigt. Ich war zehn Jahre alt. Was konnte ich schon von den Dänen wissen? Ich wusste, dass sie wild waren, heidnisch und schrecklich. Ich wusste, dass sie mit ihren Schiffen zwei Generationen vor meiner Geburt unsere Küste überfallen hatten. Ich wusste, dass Pater Biocca, der Schreiber meines Vaters und unser Priester, jeden Sonntag zu Gott betete, er möge uns vor der Wut der Nordmänner bewahren. Doch von dieser Wut konnte ich mir keine Vorstellung machen. Seit ich auf der Welt war, hatte sich kein Däne bei uns blicken lassen. Mein Vater aber hatte schon oft genug gegen sie gekämpft. Und in dieser Nacht, da wir auf meinen Bruder warteten, erzählte er von dem alten Feind. Sie kamen, so sagte er, aus den Ländern im Norden, wo Eis und Nebel herrschten. Sie verehrten die gleichen alten Götter, die auch wir verehrt hatten, bevor uns das Licht Christi gebracht worden war. Gott hat sie geschickt, sagte Githa zaghaft, um uns zu bestrafen. Bestrafen? Wofür? fragte mein Vater zornig. Sie kommen, weil sie was zu essen brauchen. Die Frömmigkeit meiner Stiefmutter reizte ihn, unterweigerte sich von seinem Wolfsbanner zu lassen, das unsere Familie als Nachkommen von Wotan, dem alten Kriegsgott der Germanen, auswies. Selbst als Zehnjähriger verstand ich, dass sich ein guter Christ nicht damit brüsten sollte, von einem heidnischen Gott abzustammen. Dennoch gefiel mir die Vorstellung, von göttlicher Herkunft zu sein. Und ich hörte gern zu, wenn Erdwolf Geschichten von Wotan erzählte. Wie er unser Volk belohnte, indem er uns das Land, das wir England nannten, zum Geschenk machte. Wie es ihm einmal gelungen war, eine Lanze rund um den Mond zu schleudern. Wie er mit seinem Schild die Midsommernacht verdunkelte. Und wie er mit einem einzigen Schwertstreich das Getreide auf der ganzen Welt mähen konnte. Ich mochte diese Geschichten. Sie waren besser als die Erzählungen meiner Mutter von den Wundertaten des heiligen Cuthbert. Wir warteten im Pallas auf meinen Bruder. Gewöhnlich kommen sie nur, um zu plündern, erklärte mir mein Vater. Aber an manchen Orten sind sie auch geblieben und haben Land besetzt. Glaubt ihr, sie wollen unser Land? fragte ich. Sie nehmen alles, was sie kriegen, entgegnete Vater gereizt. Meine Fragen reizen ihn immer, doch in dieser Nacht machte er sich Sorgen, und deshalb sprach er weiter. Ihr eigenes Land besteht nur aus Steinen und Eis, und es wird von Riesen bedroht. Von diesen Riesen wollte ich mehr hören, doch stattdessen begann er zu grübeln. Unsere Ahnen, sagte er nach einer Weile, haben sich dieses Land genommen. Wir werden nicht aufgeben, was uns unsere Ahnen hinterlassen haben. Sie sind übers Meer gefahren, haben hier gekämpft, ihre Hütten hier gebaut und liegen hier begraben. Dies ist unser Land, getränkt von unserem Blut und gedüngt mit unseren Knochen. Es gehört uns. Er war wütend, aber er war oft wütend. Danach schliefen wir ein wenig, oder zumindest ich schlief. Ich glaube, mein Vater schritt den Festungswall ab, doch als es hell wurde, war er wieder im Palas. Da weckte mich das Horn vom Turm, und ich stolperte von der Holzplattform hinaus ins erste Morgenlicht. Reiter kamen von Süden, ein Dutzend Männer. Die Hufe ihrer Pferde glitzerten vor Tau. Das Pferd meines Bruders lief an der Spitze. Ein geschäckter Hengst mit wilden Augen und auffälliger Gangart. Im Sattel aber saß nicht Utreth, sondern ein Mann mit sehr langem Haar in der Farbe stumpfen Goldes Haar, das wie der Schwanz des Pferdes wehte, während er ritt. Er trug ein Kettenhemd. Ein Schwert hing an seiner Seite, eine Streitaxt über seiner Schulter, und ich war sicher, denselben Mann vor mir zu haben, der tags zuvor auf den Ruderschäften getanzt hatte. Der Fremde brachte Utreths Pferd zum Stehen, blickte mit spöttischer Miene den Männern am Torhaus entgegen, verbeugte sich dann, warf etwas auf den Weg, riss das Pferd herum und preschte Richtung Süden davon. Was er auf den Weg geworfen hatte, war der abgetrennte Kopf meines Bruders. Er wurde zu meinem Vater gebracht, der ihn lange anstarrte, seine Gefühle aber nicht verriet. Er weinte nicht. Er verzog keine Miene. Er sah nur den Kopf seines ältesten Sohnes an. Und dann sah er mich an und sagte, Von heute an heißt du Utreth. Die drei dänischen Schiffe waren in der Mündung des Elni vorgedrungen, wo einige Fischer mit ihren Familien siedelten. Sie waren vorsichtshalber ins Landesinnere geflüchtet. Doch war eine Handvoll am Rand des höher gelegenen Waldes geblieben, um die Flussmündung im Auge zu behalten. Sie berichteten, dass mein Bruder in der Abenddämmerung gekommen sei, als die Wikinger die Hütten in Brand steckten. Wir nannten sie Wikinger, wenn sie Brand schatzten, Dänen oder Heiden, wenn sie als Händler kamen. Diese Männer hatten die Siedlung geplündert und niedergebrannt, waren für uns also Wikinger. Nur ganz wenige von ihnen hatten zwischen den Hütten gewütet, die meisten waren auf den Schiffen geblieben, und deshalb hatte mein Bruder entschieden, in die Siedlung hinunterzureiten und die wenigen Männer zu töten. Aber es war eine Falle. Die Dänen hatten ihn und seinen Tross kommen sehen und sich mit vierzig Mann im Norden des Dorfes auf die Lauer gelegt, sie überfallen und alle getötet. Aber das war noch nicht das Ende. Eine Woche nach dem Tod meines Bruders hörten wir, dass eine große dänische Flotte auf dem Wasserweg ins Landesinnere vorgedrungen und über Eorferwick hergefallen war. Doch es gab auch gute Nachrichten. Anscheinend hatten sich mein alter Namensvetter Osbert und sein Rivale Ella, der ihm den Thron streitig machte, zusammengetan und darauf verständigt, ihre Feindschaft beizulegen und Eorferwick mit vereinten Kräften zurückzuerobern. Was so einfach klang, dauerte natürlich seine Zeit. Und als Osbert und Ella endlich ihren Frieden besiegelten, war es Weihnachten. Und dann riefen sie die Männer meines Vaters zum Einsatz. Doch im Winter konnten wir natürlich nicht in den Kampf ziehen. Die Dänen waren in Eorferwick und dort ließen wir sie gewähren, bis zum Frühlingsbeginn, als die Nachricht eintraf, dass sich das Heer von Nordumbrien vor der Stadt sammelte. Zu meiner großen Freude entschied mein Vater, dass ich mit ihm Richtung Süden reiten sollte. Er ist noch zu jung, protestierte Githa. Er ist fast elf, entgegnete mein Vater, und er muss lernen zu kämpfen. Noch an diesem Abend diktierte mein Vater ein neues Testament, in dem er seinen Sohn Utreth als Erben der Bebernburg einsetzte. Ich sollte der zukünftige Oldermann sein, dem das Volk zwischen den Flüssen Tuaid und Tain den Treueeid leisten würde. Dann ließ er Elfrig auf den Kamm des heiligen Cuthbert schwören, dass er sein neues Testament respektierte und mich als Utreth von Bebernburg anerkannte. Elfrig blieb mit dreißig Männern in der Festung zurück, um über Bebernburg zu wachen und die Frauen zu beschützen. Am nächsten Morgen, während meine Stiefmutter auf dem Festungswall weinte, ritten wir unter einem strahlend blauen Himmel in den Krieg. 250 Krieger folgten unserem Wolfskopfbanner gen Süden. Wir schrieben das Jahr 867, und ich zog zum ersten Mal in den Krieg. Dieser Krieg dauert bis heute. Wir folgten der Römerstraße, die entlang der Tain bis an den großen Wald führte, der ebenfalls von den Römern gebaut worden war. Und während wir auf ihr nach Süden zogen, schlossen sich uns immer mehr Kämpfer an, sodass bald ein Großteil des Heers durch das sumpfige Land links und rechts der befestigten Straße marschieren musste. Unsere Reihen waren zuweilen ungeordnet. Wie sehr, bemerkte sogar ich mit meinen zehn Jahren. Viele Männer betranken sich und brachen einfach am Straßenrand zusammen, ohne dass sich jemand um sie gekümmert hätte. »Die holen uns schon wieder ein«, sagte mein Vater. »Das ist nicht gut«, sagte Pater Biokka zu mir. Mein Vater hatte für den Priester nicht viel übrig, mochte aber nicht ohne einen Gottesmann, der für uns betete, in den Krieg ziehen. Biokka war jung, glatt rasiert und außergewöhnlich hässlich. Er hatte einen fürchterlichen Silberblick, eine platte Nase, einen Wust roter Haare und eine verkrüppelte linke Hand. Allerdings war er auch sehr klug, was ich aber damals eher geringschätzte, weil es mir nicht gefiel, von ihm unterrichtet zu werden. Der arme Mann gab sich große Mühe, mir das Schreiben und Lesen beizubringen, doch ich machte mich über seine Anstrengungen lustig und ließ mich lieber von meinem Vater verprügeln, als mich auf das Alphabet zu konzentrieren. »Was ist nicht gut?« »Wir brauchen mehr Disziplin.« »Ich habe von den römischen Kriegen gelesen und weiß, wie wichtig Disziplin ist.« Am Abend stießen Männer aus Ketred zu uns, einem Ort, an dem wir vor langer Zeit die Welschen in einer großen Schlacht geschlagen hatten. Im Süden, weit hinter einer flachen Ebene, erkannte ich am Himmel den Widerschein vieler Feuer und wusste, wo sich der Rest des nordumrischen Heeres sammelte. Mein Vater starrte sorgenvoll auf das Lager und die trinkenden Männer. »Weißt du, Sohn, wer in den Schlachten siegt?« »Wir.« »Die Seite, die weniger betrunken ist,« antwortete er und fügte nach einer Weile hinzu, »aber es hilft zu trinken.« »Warum?« »Weil es schrecklich ist, in einem Schildwall zu kämpfen.« Er starrte ins Feuer. »Ich habe schon sechsmal in vorderster Reihe gestanden,« fuhr er fort, »und jedes Mal habe ich gebetet, es möge das letzte Mal sein.« Am nächsten Tag marschierten wir auf der Römerstraße über flaches Land, überquerten Dämme und Gräben, bis wir schließlich an die Stelle gelangten, wo die Heere von Osbert und Ella ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Hinter den Bäumen lag er auf Vörweg in Sichtweite, und dort waren die Dänen. Er Förweg war und ist immer noch die Hauptstadt des nördlichen Englands. Sie umfasst eine große Abtei, den Bischofssitz, eine Festung, hohe Mauern und einen riesigen Markt. Am Rand der Stadt fließt die Ouse, die von einer festen Brücke überspannt wird. An diesem Fluß waren die Dänen mit ihren Schiffen vom Meer nach Er Förweg gelangt. Sie mussten gewusst haben, dass Nordumrien von inneren Unruhen geschwächt und Osbert, der rechtmäßige König, nach Westen gezogen war, um sich mit seinem Herausforderer Ella zu schlagen. Seine Abwesenheit hatten sie genutzt, um die Stadt einzunehmen. Der Streit zwischen Osbert und Ella gehrte schon seit Wochen, und ihr Förweg war voller Händler, von denen viele zur See fuhren und die Nachricht von der erbitterten Rivalität dieser beiden Männer verbreiteten. Mein Vater führte mich und zwei Dutzend seiner Männer nahe an die Stadt heran. Wir konnten den Feind auf dem Ringwall sehen. Einige Abschnitte der Befestigungsanlage waren aus Stein gemauert und stammten noch aus der Römerzeit. Der größte Teil aber bestand aus einem Erdwall und hohen Palisaden. Im Osten der Stadt gab es allerdings eine Stelle, an der die Palisaden fehlten. Sie schienen abgebrannt zu sein, denn wir konnten verkohlte Stümpfe auf dem Erdwall erkennen, in denen frische Pfähle für den Neubau der Verschanzung eingerahmt waren. Hinter diesen Pfählen waren zahllose Strohdächer zu sehen, sowie die hölzernen Glockentürme dreier Kirchen und auf dem Fluss die Masten der dänischen Flotte. Unsere Kundschafter hatten insgesamt 34 Schiffe gezählt, was darauf schließen ließ, dass die Streitkraft der Dänen rund 1000 Mann stark war. Unser Heer war größer. Es bestand aus ungefähr 1500 Kämpfern, doch eine genaue Zahl ließ sich nicht errechnen. Es schien keinen Oberbefehl zu geben. Die beiden Anführer, Osbert und Ella, hatten offiziell zwar Frieden geschlossen, lehnten es jedoch ab, miteinander zu sprechen, und tauschten sich nur über Vermittler aus. Mein Vater, der drittmächtigste Mann des Heeres, stand mit beiden in Kontakt, konnte sie aber nicht von einer Zusammenkunft überzeugen, geschweige denn davon, einen gemeinsamen Kriegsplan zu entwerfen. Osbert wollte die Stadt belagern und die Dänen aushungern, während Ella auf einen sofortigen Angriff drängte. Doch unser Heer konnte nicht warten. Eine Versammlung der wichtigsten Männer wurde einberufen, und sie stritten einen ganzen Tag lang miteinander. Osbert nahm an diesen Treffen teil, was bedeutete, dass ihm Ella fernblieb. Osbert schlug vor, eigene Festungen vor der Stadt zu errichten. Er sagte, mit drei oder vier solcher Festungen, bemannt mit unseren besten Kämpfern, habe man die Dänen im Griff. Ein Bischof plädierte für mehr Geduld und sagte, dass Oldermann Egbert, der Herr über das Land im Süden von Erf Herwig, noch erwartet und mit seinen Männern das Heer verstärken werde. Auch Rixig ist noch nicht hier, sagte ein Priester, auf einen anderen großen Ratsherrn verweisend. Lasst ihnen Zeit, empfahl der Bischof. Zusammen mit Egberts und Rixigs Männern schüchtern wir die Dänen allein durch unsere Übermacht ein. Am nächsten Morgen wurde uns die Entscheidung über Angriff oder Belagerung abgenommen, denn es kam die Nachricht, dass in der Mündung des Flusses Hambar weitere Dänenschiffe aufgetaucht seien. Der Feind konnte also bald mit Verstärkung rechnen, und mein Vater, der so lange geschwiegen hatte, richtete endlich das Wort an Osbert und Ella. Wir müssen angreifen, bevor die neuen Schiffe ankommen. Ella stimmte natürlich begeistert zu, und selbst Osbert sah ein, dass sich mit der Ankunft der neuen Schiffe die Lage entscheidend verändert hatte. Außerdem schienen die dänischen Besatzer der Stadt Probleme bei den Ausbesserungsarbeiten an der Befestigungsanlage zu haben. Ein kräftiger Wind hatte die neu errichteten Palisaden gefällt, was in unserem Lager mit großem Gelächter quittiert wurde. Die Dänen, so hieß es, könnten nicht einmal einen Wall bauen. Aber sie können Schiffe bauen, sagte Bjorka zu mir. Und? Wer Schiffe bauen kann, ist gewöhnlich auch imstande, einen Wald zu bauen, antwortete der junge Priester. Aber die Pfähle sind umgeknickt. Vielleicht sollten Sie das, entgegnete Bjorka, und als ich ihn ungläubig anstarrte, fügte er hinzu, Vielleicht wollen Sie, dass wir angreifen. Ich weiß nicht, ob er seinen Verdacht meinem Vater gegenüber erwähnte, doch falls er es tat, hat ihn mein Vater zweifellos beiseitegewischt. Bjorkas Ansichten in Kriegsdingen interessierten ihn nicht. Der Priester hatte die Aufgabe, himmlischen Beistand zu erflehen, und die erfüllte er gut, denn er betete ausführlich und inbrünstig zu Gott, dass er uns zum Sieg gegen die Dänen verhilfe. Am Tag, nach dem Einsturz der Palisaden, gaben wir Gott die Chance, Bjorkas Bitten zu erfüllen. Wir griffen an. Mag sein, dass nicht alle, die auf Eorferwick zustürmten, betrunken waren. Die ganze Nacht hindurch war gezecht worden, und als ich am Morgen erwachte, sah ich viele Männer in ihrem Erbrochenen liegen. Die wenigen, die wie mein Vater ein Kettenhemd besaßen, legten das an. Die meisten panzerten sich mit Leder, während einige keinen anderen Schutz als ihre Kleider am Leib hatten. Mein Vater sah wie der große Krieger aus, der er war. Sein ergrauter Bart reichte bis über das Kettenhemd, sein ledernes Waffengehänge war mit silbernen Nieten beschlagen, und das große Schwert, Knochenbrecher genannt, steckte in einer mit bronzenen Bändern verstärkten Lederscheide. Sein blankpolierter Helm war zwischen den Löchern für Mund und Augen mit silbernen Auflagen verziert. Der Rundschild aus Lindenholz mit dem schweren Eisenbuckel in der Mitte hatte einen Lederbezug, der mit dem Wolfskopf bemalt war. Hörnerschall rief das Heer zusammen. Die besten Kämpfer meines Vaters bildeten die erste Reihe. Hinter ihnen standen die Thegen, bedeutende Männer mit großem Landbesitz, die bei Festmalen in unserem Burghaus am Tisch meines Vaters saßen. Hinter ihnen nahmen die freien Männer niederen Standes Aufstellung. Hinter den Palisaden, zu beiden Seiten der aufgebrochenen Lücke im Wall, hatten einige Dänen Stellung bezogen. Doch die meisten Gegner füllten die Lücke aus und bildeten ein lebendes Bollwerk aus Schildern oben auf dem Erdwall, der zehn oder zwölf Fuß hoch war und so steil, dass es schwer werden würde, ihn zu erstürmen, während der Feind nur darauf wartete, zuzuschlagen. Die Dänen brüllten auf uns ein. Aber wir waren noch zu weit entfernt, um ihre Beleidigungen hören zu können. Ihre Schilde, rund wie unsere, waren gelb, schwarz, braun und blau bemalt. Unsere Männer fingen an, mit ihren Waffen auf ihre Schilde zu trommeln und ließen einen schreckenerregenden Lärm entstehen. Zum ersten Mal hörte ich diese Kriegsmusik, das Krachen von Lanzen und Eisenklingen auf hölzernen Schilden. »Entsetzlich«, sagte Beorca zu mir, »der Krieg ist ein grausames Geschäft.« Ich sagte nichts. Ich fand alles großartig und wundervoll. Ich beobachtete die Geschehnisse, entschlossen mir, jede Einzelheit genau einzuprägen. Der Himmel war sommerlich blau, nur im Westen schwebten ein paar Wolken. Die Lanzenspitzen versprühten Lichtblitze wie die Meereswogen unter der Sonne. Einige unserer Männer aus den vorderen Reihen stürmten vor und forderten die Gegner, brüllend auf, sich im Zweikampf zu stellen. Doch kein einziger Däne verließ die Stellung. Geduldig warteten sie hinter ihren Schilden, bis unsere Hörner wieder bliesen, worauf das Geschrei und das Trommeln abnahm und unser Heer vorrückte. »Die Tapfersten gehen an der Spitze«, sagte Beorca. »Dein Vater wird zu ihnen gehören. Sie werden einen Keil bilden. Die Tapfersten gehen in der ersten Reihe und wenn sie durchbrechen, folgen die anderen.« Beorca hatte recht. Ganz vorn in unseren Linien bildeten sich drei Keile, bestehend aus den Festungstruppen von Osbert, Ella und meinem Vater. Die Männer standen so dicht beieinander, dass sich die erhobenen Schilde zu einem Dach zusammenfügten. Mit lautem Brüllen rückten sie vor. Die Bogenschützen auf dem Stadtwall ließen ihre Pfeile fliegen und ich sah, dass glitzernde Federn als die Pfeile auf die Keilformationen zuschwirrten. Wenig später gefolgt von Speeren, die auf die nach oben gerichteten Schilde zielten. Es erstaunte mich, dass keiner unserer Männer fiel, obwohl in ihren Schilden so viele Pfeile und Lanzen steckten, dass die Keile wie riesige Igel aussahen, die unbeirrt weiter vorrückten. Nun legten unsere Bogenschützen auf die Dänen an und aus den Keilen lösten sich am hinteren Rand ein paar Männer, um ihre Speere gegen den feindlichen Schildwall zu schleudern. »Jetzt dauert es nicht mehr lange«, sagte Björker nervös. Er schlug zitternd mit der verkrüppelten Linken ein Kreuz vor der Brust und betete unhörbar. Ich beobachtete den Keil meines Vaters, den in der Mitte, unter dem Wolfskopf-Banner. Ich sah die eng aneinandergefügten Schilde im Graben verschwinden, der sich vor dem Erdwall erstreckte. Ich sah, wie der Keil, einem monströsen Tier gleich, wieder aus dem Graben auftauchte und die Böschung hinauf kroch. »Sie haben einen Vorteil«, sagte Björker in dem ruhigen Tonfall, den er immer anschlug, wenn er mich unterrichtete, »nämlich, dass Ihnen, wenn Sie von unten kommen, die Füße des Feindes ein leichtes Ziel sind.« Vielleicht versuchte er sich nur selbst zu beruhigen, doch ich glaubte ihm und sah seine Worte bestätigt, als die Formation meines Vaters, als Erste auf dem Erdwall angelangt, Kontakt mit dem Feind aufnahm und nicht zurückgeworfen wurde. Jetzt waren nur noch blitzende Schwerthiebe zu erkennen und ich hörte den Lärm, die wahre Kriegsmusik, das Schlagen von Eisen auf Holz, Eisen auf Eisen. Wie mit den messerscharfen Hauern eines Ebers fuhr der Keil in den Schildwall der Dänen. Und obwohl der Feind von allen Seiten auf sie einschlug, drängten unsere Männer weiter vor. Die Mitstreiter hinter ihnen schienen zu spüren, dass Oldermann Utrecht den Widerstand erfolgreich gebrochen hatte, denn plötzlich stürmten sie brüllend herbei, um dem umzingelten Keil beizustehen. »Gott sei gepriesen«, sagte Beocca, als die Dänen die Flucht ergriffen. Die Dänen waren verschwunden. Stattdessen war der Erdwall schwarz von unseren Kämpfern, die sich durch die Lücke im Bollwerk zwängten und in die Straßen und Gassen dahinter ausschwärmten. Die drei Fahnen, der Wolfskopf meines Vaters, Ellers Streitaxt und Osberts Kreuz, wehten innerhalb von Errfeuerwerks Befestigungsanlage. Ich hörte die Männer johlen und trieb mein Pferd so heftig an, dass sich der Zügel aus Beoccas Griff löste. »Komm zurück«, rief er mir nach, doch obwohl er mir folgte, versuchte er nicht, mich zurückzuhalten. Wir hatten mit Gottes Hilfe den Sieg errungen, und ich wollte nahe genug herankommen, um den Geruch der Schlacht wahrzunehmen. Dann hörte ich ihn wiederrufen, »Aber dieses Mal klang aus seiner Stimme Angst und Entsetzen. Als ich mich umdrehte, sah ich die Dänen über das Feld stürmen, auf dem unsere Truppen vorgerückt waren. Die Horde war offenbar durch das Nordtor der Stadt ausgebrochen, um uns den Rückzug abzuschneiden. Und dass wir dazu genötigt sein würden, schienen die Dänen zu wissen. Denn es sah so aus, als könnten sie doch Welle bauen und hätten sie innerhalb der Stadt quer über die Straßen errichtet. Die Verteidiger in der Lücke des Palisadenwalls hatten ihre Flucht nur vorgetäuscht, um unsere Männer in die Falle zu locken. Manche Dänen, die jetzt über das Feld kamen, waren beritten, die meisten jedoch zu Fuß, und Peocca geriet in Panik. Dafür habe ich Verständnis. Die Dänen finden besonderen Gefallen daran, christliche Priester zu töten, und Peocca muss seinen Tod vor Augen gehabt haben. Weil er aber nicht als Märtyrer sterben wollte, riss er sein Pferd herum und galoppierte am Ufer des Flusses davon. Ich versuchte auch zu entkommen und wollte ihm folgen. Da aber rief mir einer dieser Dänen etwas in einer Sprache zu, die ich nicht verstand. Ohne zu antworten sah ich ihn an und erkannte ihn an seinem langen, blonden Haar, dem silbernen Kettenhemd und dem breiten Grinsen im Gesicht als denjenigen, der meinen Bruder getötet hatte. Wie ein Narr, der ich wohl auch war, schrie ich ihn an. Tränen verschleierten meinen Blick. Vielleicht machte mich auch die Wut blind, denn trotz meiner panischen Angst ritt ich auf den langhaarigen Dänen zu, stieß mit meinem kleinen Schwert nach ihm, er parierte und meine schwache Klinge zerknickte wie das Rückgrat eines Herings. Als er zum tödlichen Schlag ausholte, sah er meine kümmerliche Waffe und fing an zu lachen. Ich machte mir in die Hosen und er lachte. Er lachte auch, als ich erneut mit meiner nutzlosen Klinge zustoßen wollte. Dann streckte er den Arm aus, pflückte mir das Schwert aus der Hand und warf es weg. Danach hob er mich aus dem Sattel. Ich schrie und wehrte mich nach Kräften, doch auch das fand er nur komisch. Er legte mich beuchlings vor sich auf den Sattel und sprengte nach vorn, um mit dem Töten weiterzumachen. Und so lernte ich Ragnar kennen. Ragnar, den Furchtlosen. Den Mörder meines Bruders. Graf Ragnar, dessen aufgespießter Kopf nach dem Willen meines Vaters das Torhaus der Bebbernburg hätte zieren sollen. Die Dänen handelten an diesem Tag sehr klug. Sie hatten innerhalb der Stadt neue Welle errichtet. Unsere Männer in die Straßen gelockt, sie umzingelt und getötet. Doch nicht alle, denn selbst die hitzigsten Krieger haben irgendwann genug vom Abschlachten. Und außerdem verdienten die Dänen mit Gefangenen viel Geld. Doch die Dänen töteten viele von uns. Sie töteten Ella, sie töteten Osbert und sie töteten meinen Vater. Einige der Sieger bewachten den Wall, andere feierten in den eingenommenen Häusern, die meisten aber versammelten sich im Pallas des geschlagenen Königs von Nordumbrien, wohin Ragnar auch mich brachte. Ich weiß nicht, warum er das tat. Ich rechnete damit, getötet oder bestenfalls in die Sklaverei verkauft zu werden, doch ließ mich Ragnar am Tisch seiner Männer Platz nehmen, servierte mir ein gebratenes Gänsebein, ein halbes Brot und einen Becher Ale und gab mir einen Klaps auf den Kopf. Anfangs nahmen die Dänen kaum Notiz von mir. Sie waren allzu beschäftigt damit, sich zu betrinken, und als es soweit war, hatten sie ihren Spaß an Raufereien. Das lauteste Gejohle aber brach aus, als man den Gefangenen Osbert zwang, gegen einen jungen Krieger anzutreten, der außergewöhnlich geschickt mit dem Schwert umzugehen wusste. Er tanzte um den König herum und schlug ihm dann in einem Streich die linke Hand ab, bevor er ihm den Bauch aufschlitzte. Viele Zuschauer konnten sich vor Lachen kaum halten. Der Todeskampf des Königs dauerte lange, und noch während er um Erlösung flehte, wandte sich eine Handvoll der Männer gegen mich. Weil ich einen Helm mit vergoldetem Bronzeband getragen hatte, hielten sie mich für einen Königssohn. Sie legten mir eine Robe um, worauf einer der Männer auf den Tisch stieg und mich anpinkelte. In diesem Moment gebot eine donnernde Stimme den Männern Einhalt. Ragnar drängte sich durch die Menge, riss mir die Robe von den Schultern und hielt den Männern eine wütende Strafpredigt. Ich weiß nicht, was er ihnen sagte, aber es schüchterte sie ein. Dann legte er mir seinen Arm um die Schultern und führte mich auf ein Podest am Rand der Halle. Ein alter Mann aß dort für sich allein. Er war blind, beide Augen milchig weiß, und sein tief zerfurchtes Gesicht rahmten graue Haare, die so lang waren wie die von Ragnar. Er hörte, wie ich das Podest bestieg und stellte eine Frage, auf die Ragnar antwortete, bevor er kehrt machte und wegging. »Wie heißt du?« »Utret.« »Ein hässlicher Name«, sagte der Alte. »Aber mein Sohn hat gesagt, ich soll auf dich aufpassen, und das will ich tun. Du musst dich aber auch um mich kümmern. Schneid mir ein Stück Fleisch ab.« »Euer Sohn?« »Graf Ragnar«, antwortete er. »Wen hat man soeben hier in der Halle getötet?« »Den König«, antwortete ich. »Welchen König?« »Osbert.« »Ist er tapfer gestorben?« »Nein.« »Dann hätte er kein König sein dürfen.« »Seid ihr ein König?«, fragte ich. Der Alte lachte. »Ich bin Raven«, sagte er, »und war früher einmal Graf und Ritter. Aber jetzt bin ich blind und niemandem Nütze. Aber ich versuche, mich nützlich zu machen. Ich spreche eure Sprache, die der Bretonen und Wenden, der Friesen und Franken. Sprachen sind jetzt mein Geschäft, mein Junge, denn ich bin ein Skalde.« »Ein Skalde?«, fragte ich. »Ich bin ein Poet. Ich webe Träume. Ich bin einer, der aus dem Nichts Herrliches entstehen lässt und andere mit seinen Werken blendet. Jetzt ist es meine Aufgabe, die Geschichte dieses Tages zu erzählen, und zwar so, dass unsere großen Taten niemals vergessen werden.« »Aber wie könnt ihr erzählen, was geschehen ist?«, fragte ich. »Ihr seid doch blind und habt nichts gesehen.« Raven lachte. »Hast du schon einmal von Odin gehört? Wenn ja, wirst du wissen, dass Odin eines seiner Augen geopfert hat, um das Geschenk der Poesie zu empfangen. Vielleicht bin ich als Skalde ja doppelt so gut wie Odin, was?« »Ich bin ein Nachkomme Wotans«, sagte ich. »Tatsächlich?« Er schien beeindruckt, aber vielleicht wollte er auch nur freundlich sein. »Nun berichte mir, Udret, Spross des großen Wotans, was geschieht hier?« So wurde ich zu seinen Augen und schilderte ihm, was ich sah. Männer, die tanzten, Männer, die Frauen ihre Kleider vom Leib rissen und das, was sie danach mit den Frauen machten. Doch daran war Raven nicht interessiert. »Was?« wollte er wissen. »Treiben Ivar und Oba.« »Ivar und Oba?« »Sie werden auf dem hohen Podest sitzen. Oba ist der Kleinere der beiden. Er sieht aus wie ein bärtiges Fass. »Und Ivar ist so mager, dass er Ivar der Knochenlose genannt wird.« Später erfuhr ich, dass Ivar und Oba die Älteren der drei Brüder waren, die das dänische Heer anführten. Oba schlief. Er hatte den schwarzhaarigen Kopf auf seine Arme gebettet, die selbst auf den Resten seiner Mahlzeit ruten. Ivar, der Knochenlose hingegen, war wach. Er hatte tiefliegende Augen und ein Gesicht wie ein Totenkopf. Die gelben Haare waren in den Nacken, zurückgekämmt, und sein Ausdruck verriet düstere Bösartigkeit. Seine Arme umschlossen viele Goldbänder, wie sie die Dänen als Zeichen ihres Heldenmuts tragen. Und an seinem Hals hing eine lange Goldkette. Er sprach mit zwei Männern. Einer stand hinter Ivar und schien ihm etwas zuzuflüstern, während der andere mit sorgenvollem Blick neben den beiden Brüdern saß. Ich beschrieb all dies dem Alten, worauf dieser wissen wollte, wie der neben Ivar und Opa sitzende Mann mit der sorgenvollen Mine aussehe. Keine Bänder am Arm, sagte ich. Ein goldener Halsreif, braunes Haar, langer Bart, ziemlich alt. Einem Jungen wie dir erscheinen alle Männer alt, entgegnete Raven. Das muß König Egbert sein, vormals Oldermann Egbert. Er hat im vergangenen Winter Frieden mit uns geschlossen, wofür wir ihn mit der Ernennung zum König von Nordumbrien belohnt haben. Er ist der König, aber wir sind die Herren des Landes. Der Alte kicherte, und trotz meiner Jugend ahnte ich, dass Verrat im Spiel war. Wenn du am Leben bleiben willst, riet mir Raven, solltest du Egbert deinen Respekt erweisen. Am Leben bleiben, platzte ich heraus. Ich hatte die Schlacht überstanden und bildete mir ein, als Kind, das nicht für sich selbst verantwortlich war, ungeschoren zu bleiben. Ich glaube, du bist in Sicherheit, sagte Raven. Du gefällst Ragnar, und Ragnar bekommt immer, was er will. Stimmt es, dass du ihn angegriffen hast? Ja. Das wird ihm gefallen haben. Ein Junge, der Graf Ragnar angreift. Das muß ein echter Kerl sein, was? So einen hat er gesagt, verschwendet man nicht an den Tod. Aber mein Sohn hat leider schon immer eine sentimentale Ader gehabt. Ich an seiner Stelle hätte dir den Kopf abgeschlagen. Aber jetzt bist du hier, lebendig, und ich glaube, es wäre klug, wenn du dich vor Egbert verbeugen würdest. Beobachte und lerne, hatte mir mein Vater eingeschärft, und Raven hieß mich beobachten, und ich lernte viel. Ich lernte, was Verrat bedeutet. Als mich Ragnar von Raven gerufen beim Kragen packte und zu dem Podest führte, wo mir Ivar mit einem Wink erlaubte, mich dem Tisch zu nähern. Herr König, krächzte ich und kniete nieder, so dass sich der überraschte Egbert nach vorn beugen mußte, um mich zu sehen. Ich bin Utrecht von Bebbernburg und erbitte euren Schutz. Es wurde still in der Runde. Zu hören war nur das Gemurmel des Übersetzers. Plötzlich erwachte Uba. Im ersten Moment schien er nicht zu wissen, wo er war. Als er dann seinen Blick auf mich richtete, spürte ich, wie sich meine Haut zusammenzog, denn ein so bösartiges Gesicht hatte ich noch nie gesehen. Seine dunklen Augen waren voller Hass, und ich wünschte mir, vom Erdboden verschluckt zu werden. Er gähnte, und mir war, als starrte ich in den Rachen einer Bestie. Ivar sagte etwas, worauf sich der Übersetzer an Egbert wandte, der Autorität auszustrahlen versuchte. Dein Vater, sagte er, hat sich erdreistet, gegen uns zu kämpfen. Er ist tot, erwiderte ich mit Tränen in den Augen. Mehr kam nicht über meine Lippen. Wir werden noch entscheiden, was aus dir wird, sagte Egbert hochmütig und entließ mich. Ich ging zu Raven zurück, der genau wissen wollte, was passiert war, und lächelte, als ich ihm Obers finstere Miene beschrieb. Er ist wahrhaft furchterregend, stimmte Raven zu. Ich weiß, dass er Dutzende von Männern getötet hat, allein sechzehn in einer einzigen Schlacht. Allerdings kämpft er nur, wenn die Vorzeichen günstig sind. Vorzeichen? Ober ist sehr abergläubisch, sagte Raven, vor allem aber gefährlich. Wenn ich dir raten darf, junger Utrecht, so leg dich nie, niemals mit Ober an. Davor hätte selbst Ragnar Angst, und Ragnar fürchtet wenig. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit ich in Aeroferwick zubrachte. Ich musste arbeiten, daran erinnere ich mich. Meine guten Kleider wurden einem dänischen Jungen gegeben, an ihrer Stelle musste ich mit einem wollenen Flohkittel vorlieb nehmen, den ich mit einem Strick zusammenhielt. Ein paar Tage bereitete ich für Raven das Essen zu. Dann trafen weitere dänische Schiffe ein. Sie brachten vor allem Frauen und Kinder, die Angehörigen der siegreichen Kämpfer, und mir wurde klar, dass sich die Dänen auf Dauer in Nordumbrien niederlassen wollten. Unter den Neuankörmlingen befand sich auch Ravens Frau, ein großes Weib namens Gudrun, die mit ihrem Lachen einen Ochsen hätte umwerfen können. Sie vertrieb mich von der Kochstelle, an der sie nun zusammen mit Ragnars Frau arbeitete, die Sigrid hieß, und deren Haar wie Gold in der Sonne schimmerte und bis zu ihrer Talie reichte. Sie und Ragnar hatten zwei Söhne und eine Tochter. Rorik, der zweite Sohn, war ein Jahr jünger als ich. Als er mich das erste Mal sah, ging er sofort mit fliegenden Fäusten auf mich los. Doch ich warf ihn auf den Rücken und war gerade dabei, ihm die Luft abzuschnüren, als Ragnar dazwischen fuhr, unsere Köpfe aneinander stieß und uns aufforderte, Freundschaft zu schließen. Sein ältester Sohn, der ebenfalls Ragnar hieß, war 18 Jahre alt und schon ein Mann. Er hielt sich damals in Irland auf, wo er zu kämpfen und zu töten lernte, um ein Graf zu werden wie sein Vater. Später sollte ich ihn kennenlernen. Wie für all die anderen Kinder gab es auch für mich viel zu tun. Immer musste Feuerholz und Wasser geschleppt werden, und zwei Tage lang half ich den grünen Belag vom Rumpf eines an Land gezogenen Schiffes abzuflemmen. Mir gefiel die Arbeit, obwohl ich mich allzu häufig mit dänischen Jungen schlagen musste, die allesamt größer waren als ich. Ich hatte ständig blaue Augen, geschwollene Knöchel, verstauchte Handgelenke und lockere Zähne. Mein übelster Gegner war ein Junge namens Sven, der zwei Jahre älter war und sehr groß gewachsen. Er hatte ein rundes, nichtssagendes Gesicht, schlaffe Wangen und ein heimtückisches Temperament. Er war der Sohn eines Schiffsmeisters von Ragnar, der Kjartan genannt wurde. Kjartans Sohn Sven konnte mich auf Anhieb nicht leiden. Er nannte mich eine englische Missgeburt, Ziegen, Scheiße und Hundsfott. Und, weil größer und älter, besiegte er mich problemlos. Aber ich hatte auch Freunde und das Glück, dass Sven Rorik fast ebenso hasste wie mich. Gegen uns beide hatte Sven keine Chance, weshalb er mich schließlich in Ruhe ließ. Es sei denn, er konnte sicher sein, dass ich allein war. Von Sven abgesehen, war der Sommer angenehm. Ich hatte zwar nicht genug zu essen und war nie gewaschen, doch brachte uns Ragnar immer wieder zum Lachen und ich war selten unglücklich. »Wie oft hast du dich heute geschlagen?« fragte mich Ragnar. »Gar nicht.« »Du hast dir wohl Respekt verschafft.« »Was hängt da an deinem Hals?« Ich zeigte es ihm. Es war ein kleiner Eisenhammer, nicht größer als der Daumen eines Mannes. Ragnar musste lachen und gab mir einen Klaps auf den Hinterkopf. »Wir machen noch einen richtigen Dänen aus dir«, sagte er zufrieden. Der Hammer war das Zeichen von Thor, dem dänischen Gott, der fast so wichtig war wie Wotan, der bei den Dänen Odin hieß. Ich fragte mich manchmal, ob Thor vielleicht der bedeutendere Gott war. Doch eine Antwort darauf konnte mir niemand geben, denn es gab keine Priester bei den Dänen. Was mir gefiel, denn Priester sagten einem immer nur, was man zu tun und zu lassen hätte, quälten einen mit ihren Lektionen und forderten einen ständig zum Beten auf. Das Leben ohne sie war viel angenehmer. Die Dänen nahmen ihre Götter anscheinend weniger wichtig, obwohl fast jeder Thors Hammer trug. Meinen hatte ich einem Jungen während einer Prügelei vom Hals gerissen und habe ihn bis zum heutigen Tag behalten. Das Heck von Obers Schiff ragte ebenso hoch empor wie der Vordersteven und war mit einem geschnitzten Adlerkopf verziert, während von der Mastspitze eine Windfahne in Drachenform flatterte. Über die Schilde, die an der Bordwand hingen, erfuhr ich später, dass sie nur zur Dekoration im Hafen dienten und, sobald das Schiff in See stach, im Kielraum verstaut wurden. Unter den Schilden befanden sich die mit Leder umringten Löcher für die Ruder, von denen es auf jeder Seite fünfzehn gab. Die Löcher ließen sich mit Holzpfropfen verschließen, was immer dann getan wurde, wenn das Segel gesetzt war und verhindert werden musste, dass das Schiff vom Wind zur Seite gedrückt voll Wasser lief. Um die Ratten und alles Ungeziefer zu vertreiben, wurde das Schiff für kurze Zeit im Fluß versenkt. Danach mussten wir Jungen jede Planke gründlich abscheuern und jeden Spalt mit Wolle stopfen, die zuvor in Wachs getränkt worden war. An dem Tag an dem das Schiff endlich klar zum Auslaufen war, traf mein Onkel Elfrig in Erfavik ein. Ich erfuhr erst von Elfrigs Ankunft, als mir Ragnar meinen Helm brachte, den mit dem vergoldeten Bronzeband, dazu einen mit roten Stickereien verzierten Umhang. Wohin gehen wir, wollte ich wissen. Ins Schloss, um uns eine Menge Worte anzuhören, um Zeit zu vergeuden. In diesem Umhang siehst du aus wie eine fränkische Hure. So schlimm? So gut, mein Junge. Im Frankenreich gibt es großartige Huren. Komm jetzt. Er brachte mich zum Schloss, einem großen Haus, das zur Hälfte aus römischen Mauern bestand und später mit Holz und Stroh ausgebaut worden war. Hinter den alten Mauern befand sich ein großer Raum mit steinernen Säulen und weißgekalkten Wänden. Dort sah ich meinen Onkel wieder, in Begleitung von Pater Biocca und einem Dutzend Krieger, die ich alle kannte. Sie waren zur Verteidigung auf der Bebbernburg geblieben, als mein Vater in den Krieg gezogen war. Bioccas Silberblick erstarrte, als er mich sah. Ich hatte mich vermutlich stark verändert. Meine Haare waren lang, die Haut sonnengebräunt, ich war dünner, größer, wilder. Elfrig und seine Mannen betrachteten mich abfällig. Sie glaubten offenbar, ich hätte mich von meiner Familie abgewandt. Niemand sagte etwas, vermutlich wegen der einschüchternden Wirkung von Iwas Leibgarde aus großgewachsenen Männern, die mit Kettenhemden, Helmen und langen Streitechsten bewährt, auf dem Podest hinter einem einfachen Stuhl standen, dem Thron Nordumbriens. Dann traf König Egbert ein, begleitet von Iwa, dem Knochenlosen, und einem Dutzend Männern unter ihnen auch Raven, von dem ich erfahren hatte, dass er Iwa und seinen Brüdern als Berater diente. An Ravens Seite schritt ein großer Mann mit weißem Haar und einem langen weißen Bart. Wie ich später erfuhr, war es der Erzbischof von Eorferwick, der sich ebenso wie Egbert den Dänen unterworfen hatte. Als der König auf dem Stuhl Platz nahm, fing die Diskussion an. Ich langweilte mich, bis ich meinen Namen aufschnappte. Ich hörte meinen Onkel sagen, dass er mich freikaufen wolle. Die Dänen verlangten ein überzogenes Lösegeld von 300 Silberstücken. Doch Elfrig wollte allenfalls 50 Silberstücke bezahlen, und auch das nur zähneknirschend. Schweigend saß ich auf den gesprungenen römischen Fliesen und lauschte. Aus 300 wurden 275, die 50 wurden auf 60 erhöht, und so ging es weiter. Die Zahlen näherten sich an, blieben aber immer noch weit voneinander entfernt. Schließlich erhob Raven, der bislang geschwiegen hatte seine Stimme. »Graf Utrecht«, sagte er auf Dänisch, und es war das erste Mal, dass ich mich bei meinem Titel genannt hörte, »hat König Egbert Treue gelobt. Das hat er euch voraus, Elfrig.« Die Worte wurden übersetzt, und ich sah Elfrigs Verärgerung, weil er nicht mit einem Titel angesprochen wurde. Dabei besaß er gar keinen Titel, außer dem, den er sich selbst verliehen hatte. »Olderman Elfrig«, sagte Beocca, »kann nicht glauben, dass das Gelübde eines Kindes von Bedeutung sein soll.« Hatte ich ein Gelübde abgelegt? Daran konnte ich mich nicht erinnern, allenfalls daran, dass ich Egbert um Schutz gebeten hatte. Vielleicht lag es an meiner Jugend, daß ich das eine vom anderen nicht unterscheiden konnte. Aber das war nicht wichtig. Wichtig war, daß mein Onkel Bebbernburg an sich gerissen hatte. Er nannte sich jetzt Oldermann. Entsetzt starrte ich ihn an, und erblickte mir mit reiner Verachtung ins Gesicht. »Wir glauben«, sagte Raven, »uns wäre besser gedient, wenn auf Bebbernburg ein Graf säße, der uns treu ergeben ist, und kein Mann, von dem wir nicht wissen, wie er zu uns steht.« Egbert hatte bislang kein Wort gesagt, und auch Ivar schwieg. Doch es war offensichtlich, daß sich der große, hagere Däne mit dem Geistergesicht langweilte. Denn er nickte Ragnar zu, der daraufhin von meiner Seite wich, um sich flüsternd mit seinem Herrn zu unterhalten. Ivar ergriff schließlich das Wort und verkündete, »Der Junge steht nicht zum Verkauf.« »Zur Auslösung«, korrigierte Raven freundlich. Elfrig schien wütend. »Ich bin hierher gekommen, um«, begann er, wurde aber von Ivar unterbrochen. »Der Junge wird nicht ausgelöst«, knurrte er, drehte sich um und verließ die Halle. Egbert wirkte verunsichert. Er erhob sich von seinem Thron und setzte sich wieder, als Ragnar auf mich zukam. »Du gehörst mir«, flüsterte er mir zu. »Ich habe dich gerade gekauft.« »Mich gekauft?« »Für das Gewicht meines Schwertes in Silber.« »Warum?« »Vielleicht, weil ich dich Odin opfern will«, schlug er vor und fuhr mir mit der Hand durchs Haar. »Beokka«, eilte er herbei. »Wie geht es dir?« fragte er mich. »Gut«, antwortete ich. »Dein Onkel wird dich töten«, flüsterte er. »Er will Oldermann sein. Deshalb wollte er dich auslösen, damit er dich umbringen kann.« »Aber«, »pst«, unterbrach mich Biokka. »Du bist der Oldermann, und ich weiß, wir werden uns eines Tages wiedersehen.« Er lächelte, warf dann Ragnar einen ängstlichen Blick zu und wich zurück. Elfrig zog ab. Später erfuhr ich, dass ihm freies Geleit zugesichert worden war und dass man dieses Versprechen gehalten hatte. Er kehrte zur Bebbernburg zurück und richtete sich dort ein. Angeblich stand er treu zu Egbert, was bedeutete, dass er die Herrschaft der Dänen anerkannte. Doch diese trauten ihm nicht. »Darum«, so erklärte mir Ragnar, »habe ich dich am Leben gelassen.« »Die Bebbernburg gefällt mir.« »Ich will sie haben.« »Sie gehört mir«, widersprach ich trotzig. »Und du gehörst mir«, entgegnete er, »und damit gehört mir auch Bebbernburg.« »Ich habe dich gekauft, Utreth. Ich kann mit dir machen, was ich will. Ich könnte dich kochen, wenn mir danach wäre. Aber von dir, du dünner Hering, würde nicht einmal ein Wiesel satt werden. So, jetzt zieh dieses Hurenkleid aus. Gib mir die Schuhe und den Helm und geh zurück an die Arbeit.« Ich war also wieder ein Sklave. Und glücklich. Ich war glücklich. Ich lebte. Und ich war mit Ragnar zusammen. Das reichte mir. Bevor es Winter wurde, trafen weitere Dänen ein. 36 Schiffe kamen, jedes voll besetzt mit Kriegern. Die Dänen warfen über den ganzen Osten Nordumriens ein Netz, kein besonders engmaschiges, aber eben doch ein Netz vereinzelter Stützpunkte. Ragnar besetzte das Hügelland westlich von Erförwig. Seine Frau und seine Familie zogen bald zu ihm, auch Raven und Gudrun, sowie alle drei Schiffsmannschaften, die einige Höfe in den umliegenden Tälern übernahmen. Die alteingesessenen Talbewohner lieferten Ragnar, wie zuvor den englischen Herren, ihre Abgaben an Fleisch und Getreide. Es war unmöglich, in ihren Minen zu lesen, was sie von Ragnar und den Dänen hielten. Immerhin blieben sie ruhig, und Ragnar hütete sich, ihnen das Leben schwer zu machen. Du kannst an keinem Ort leben, wenn es den Einheimischen nicht gefällt, erklärte er mir. Sie können dein Vieh töten oder deine Brunnen vergiften, ohne dass du je erfährst, wer es war. Entweder du erschlägst sie alle, oder du lernst, mit ihnen auszukommen. Der Himmel wurde fahl, der Wind kälter. Abgefallenes Laub trieb umher. Unsere Hauptaufgabe bestand darin, das restliche Vieh zu füttern und Brennholzvorräte anzulegen. Es blieb auch Zeit zum Spielen. Wir Kinder bauten uns unsere eigene Burg im Wald, eine Hütte aus Knüppelholz mit einem Dach aus Fahndkraut. In unserer Burg kämpften Rorik und ich darum, wer König sein sollte, während Tira, seine achtjährige Schwester, immer das Burgfräulein war. Ich hätte auch gern auf Sven verzichtet, doch Kjartan, sein Vater, hatte ein Haus im benachbarten Tal bezogen und es dauerte nicht lange, bis Sven unsere Burg im Wald entdeckte. Statt uns in zwei Lager aufzuteilen, traten wir jetzt mit vereinten Kräften gegen Sven und seine Bande an, die uns ständig attackierten. Es war zwar bloß ein Spiel, das keinen großen Schaden anrichtete, aber ein Spiel eben, das Sven ständig gewann. Er stahl uns den Dachsschädel, an dessen Stelle wir dann einen Fuchskopf auf den Giebel setzten, und Tira rief Svens Gefährten, die sich im Wald versteckt hielten zu, dass sie den Fuchsschädel mit Gift beschmiert habe, was wir sehr klug von ihr fanden. Doch am nächsten Morgen war unsere Burg niedergebrannt. »Ein Burgenbrennen«, meinte Rorik bitter. »Burgenbrennen? Das gibt es in meiner Heimat«, erklärte Rorik. »Du gehst zur Burg des Feindes und brennst sie nieder. Dabei musst du darauf achten, dass alle, die in der Burg wohnen, zu Tode kommen. Wenn jemand überlebt, wird er Rache nehmen. Du greifst also in der Nacht an, umzingelst die Burg und tötest jeden, der den Flammen zu entkommen versucht.« Doch Sven hatte keine Burg. Es gab da zwar das Haus seines Vaters, und wir stellten uns vor, es in Brand zu setzen und alle, die nach draußen stürzten, aufzuspießen. Doch das war natürlich nur prahlerisches Jungengeschwätz ohne Folgen. Stattdessen bauten wir eine neue Burg tiefer im Wald. Doch Sven wollte unsere vollständige Niederlage. Ein paar Tage später gingen Rorik, Tira und ich zu unserer neuen Burg in den Wald. Sven kam und hatte nur zwei seiner Freunde bei sich, trug aber statt seines Holzschwertes eine echte Klinge, die länger war als sein Arm und im fahlen Licht des Wintertags bedrohlich schimmerte. Rorik und ich nahmen Reis aus, als er wie ein Verrückter brüllend auf uns zustürmte. Er verfolgte uns, und nur weil wir flinker und schneller waren, konnten wir seiner teuflischen Klinge entkommen. Wenig später hörten wir Tira schreien. Wir schlichen zurück, auf der Hut vor dem Schwert, das Sven aus dem Haus seines Vaters mitgenommen haben musste, doch an unserer armseligen Hütte angelangt, mussten wir feststellen, dass Tira verschwunden war. Schwerfällig und plump, wie Sven in all seiner Kraft war, hatte er eine Spur hinterlassen, der wir folgen konnten. Bald hörten wir auch Stimmen. Wir erklommen einen Hügel, auf dem hohe Buchen standen, und stiegen in das Tal unseres Feindes hinab. Sven hatte keine Wachen aufgestellt und genoss seinen Sieg auf eine Lichtung, die offenbar seine Zuflucht im Wald war. Er hatte Tira an einen Baum gefesselt und ihr das Hemd ausgezogen. Da war nichts zu sehen, sie war ja noch ein kleines Mädchen, erst acht Jahre alt, also vier oder fünf Jahre vom heiratsfähigen Alter entfernt, aber sie war hübsch, und deshalb hatte Sven sie halb entkleidet. Mir fiel auf, dass seine beiden Freunde einen beklommenen Eindruck machten. Immerhin war Tira die Tochter des Grafen Ragnar, und was als Streich angefangen hatte, wurde langsam gefährlich. Sven aber wollte beweisen, dass er sich vor nichts fürchtete. Er hatte sein Schwert neben der Feuerstelle fallen lassen, stellte sich jetzt vor Tira und ließ die Hose herunter. »Fass ihn an!« verlangte er von ihr. Einer seiner Gefährten sagte etwas, das ich aber nicht hören konnte. »Sie wird's niemandem verraten«, sagte Sven zuversichtlich. »Außerdem tun wir ihr ja nicht weh.« Er richtete den Blick zurück auf Roriks Schwester. »Na los, fass ihn an!« »Dann tue ich dir auch nichts.« In diesem Moment kam ich aus der Deckung. Nicht, dass ich besonders tapfer gewesen wäre. Svens Freunde hatten die Lust an diesem Spiel verloren, Svens heruntergelassene Hose hing wie eine Fessel um seine Fußgelenke, und das Schwert lag außerhalb seiner Reichweite. Ich schnappte es mir und rannte auf ihn zu. Sven fuhr herum und schaffte es irgendwie auf den Beinen zu bleiben. »Ich! Fass ihn an!« brüllte ich, schwang das Schwert und zielte auf seinen Schwanz. Doch es war zu schwer, und ich hatte noch nie ein Männerschwert geführt. Statt die Stelle zu treffen, auf die ich es abgesehen hatte, schnitt die Klinge ins Fleisch seines nackten Oberschenkels. Mit aller Kraft holte ich ein zweites Mal gegen seine Hüfte aus, wo seine Kleidung die meiste Wucht des Schlages auffing. Sven fiel schreiend zu Boden, und seine beiden Freunde zerrten mich von ihm weg, während Rorik seine Schwester befreite. Mehr war nicht passiert. Sven blutete, konnte aber seine Hose allein anziehen und von den Freunden gestützt nach Hause humpeln. Rorik und ich brachten Tira zum Hof zurück. Als Raven Tiras Schluchzen und unsere aufgebrachten Stimmen hörte, brachte er uns zum Schweigen. »Utret«, sagte der Alte streng, »du wartest im Schweinestall. Rorik, du erzählst mir, was passiert ist.« Ich wartete, während Rorik dem Alten berichtete. Dann schickte ihn Raven weg und befahl mich ins Haus, um zu berichten, was geschehen war. Tira saß auf dem Schoß ihrer Mutter, die ebenso außer sich war wie die Großmutter. Als ich alles erzählt hatte, sagte Raven, »Die gleiche Geschichte habe ich von Rorik gehört.« »Weil sie wahr ist,« erwiderte ich. »So scheint es zumindest.« »Er hat sie vergewaltigt,« zirnte Sigrid. »Nein«, entgegnete Raven mit Bestimmtheit, »dank Utrecht ist es dazu nicht gekommen.« Das war die Geschichte, die Ragnar hörte, als er von der Jagd zurückkehrte. Am nächsten Tag führte Ragnar sechs Männer zu Kjartans Haus ins benachbarte Tal. Rorik und ich mussten mitreiten und ich gestehe, dass ich Angst hatte. Als wir durch den kalten Wald ritten, fiel mir auf, dass zwei von Ragnars Männern lange Haselruten dabei hatten. Als Lanzen taugten sie nicht, dazu waren sie zu dünn. Zu fragen, wozu sie dienen sollten, wagte ich vor Nervosität nicht. Kjartans Hof lag in einer Senke an einem Bach, der die Weiden bewässerte, auf denen seine Schafe, Ziegen und Rinder grasten. Auch Kjartan hatte das meiste Vieh geschlachtet. Die wenigen übrig gebliebenen Tiere rupften nun das letzte Grün des Jahres. Es war ein sonniger, aber kalter Tag. Hunde schlugen an, als wir uns näherten. Von vier Männern begleitet kam uns Kjartan entgegen. Im Unterschied zu ihnen waren Ragnars sechs Männer mit Schilden, Schwertern, Streitexten und glänzenden Kettenhemden gewappnet. Kjartan, der Schiffsmeister, war ein großer Mann, größer als Ragnar. Er hatte ein breites, flaches Gesicht wie sein Sohn, kleine, argwöhnische Augen und einen gewaltigen Bart. Er sah die Haselruten und schien ihre Bestimmung sofort zu erkennen. Denn er griff unwillkürlich nach seinem Glücksbringer, dem kleinen Hammer, der an einer silbernen Halskette hing. Ragnar zügelte sein Pferd und warf mit verächtlicher Geste das Schwert zu Boden, das ich von Sven erbeutet und mit nach Hause gebracht hatte. »Dein Sohn hat mich beleidigt.« »Nicht absichtlich, mein Herr.« »Er hat mich beleidigt,« wiederholte Ragnar schroff. »Er hat sich an der Nacktheit meiner Tochter ergötzt und ihr sein Geschlecht gezeigt.« »Wofür er bestraft wurde,« sagte Kjartan und warf mir einen bösen Blick zu. »Es ist Blut geflossen.« Auf einen Wink Ragnars wurden die Haselruten zu Boden geworfen. Diese Geste war offenbar Ragnars Antwort, die für mich keinen Sinn ergab. Doch Kjartan verstand sofort. Und auch Rorik, denn er rückte nah an mich heran und flüsterte mir zu, »Jetzt muss er für Sven kämpfen.« »Für ihn kämpfen?« »Mit den Ruten wird ein Viereck auf dem Boden markiert. Darin findet der Kampf statt.« Doch niemand begann damit, die Ruten auszulegen. Stattdessen ging Kjartan zum Haus und rief nach Sven, der gleich darauf unter dem niedrigen Türsturz erschien. den rechten Oberschenkel bandagiert. Er wirkte zerknirscht und eingeschüchtert angesichts des Grafen und seiner Waffen starrenden Kämpfer, was nicht verwundern konnte. »Sag, was du zu sagen hast!« forderte Kjartan seinen Sohn auf. Sven blickte zu Ragnar auf. »Es tut mir leid«, murmelte er. »Ich kann dich nicht hören«, blaffte Ragnar ihn an. »Es tut mir leid«, wiederholte Sven vor Angst zitternd. »Was tut dir leid?« verlangte Ragnar zu wissen. »Was ich getan habe.« »Und was hast du getan?« Sven fand keine Antwort, zumindest keine, die er vorzutragen wagte. Stattdessen trat er unbehaglich von einem Fuß auf den anderen und stierte vor sich hin. »Du hast meiner Tochter Gewalt angetan«, sagte Ragnar. »Du hast sie an einen Baum gebunden und nackt ausgezogen.« »Es war ein Spiel«, versuchte Kjartan zu beschwichtigen, »nichts weiter.« »Mit meiner Tochter spielt kein Junge solche Spiele.« »Er hat Dinge gesehen, die er nicht sehen sollte«, sagte Ragnar und warf den Herzbrecher hoch in die Luft, wo sich die Klinge blitzend überschlug, bevor Ragnar sie am Heft wieder auffing. Nur hielt er die Waffe jetzt nicht wie ein Schwert, sondern wie einen Dolch. »Urtret«, rief er und ich machte einen Satz, »er sagt, sie sei nur halbnackt gewesen.« »Stimmt das?« »Ja, mein Herr.« »In dem Fall ist nur die halbe Strafe fällig«, sagte er, und schlug Sven mit dem Knauf des Schwertes ins Gesicht. Der mit einem Silberband umwickelte Knauf des Herzbrechers zerschmetterte Svens rechtes Auge. Sven kauerte wimmernd auf den Knien und presste beide Hände auf das zerstörte Auge. »Es ist vorbei«, sagte Ragnar zu Kjartan. Kjartan zögerte. Er war wütend, beschämt und unglücklich, doch in einem Kräftevergleich mit Ragnar würde er unterliegen, und so nickte er schließlich. »Es ist vorbei.« »Und ich entlasse dich aus meinen Diensten«, sagte Ragnar kühl. »Wir ritten nach Hause.« Der Winter kam. Das Wasser in den Bächen fror zu Eis, Schnee trieb über die Felder und füllte die Senken, und die Welt war kalt, still und weiß. Am Waldrand zeigten sich Wölfe, und die Mittagssonne war so bleich, als hätte der Nordwind all ihre Kraft weggetragen. Ragnar belohnte mich mit einem silbernen Armreif, meinem ersten, während Kjartan mitsamt seiner Familie fortgeschickt wurde. Er hatte keinen Herrn mehr und zog nach Elfervik, wo er der Garnison der Stadt beitrat. Seine neue Aufgabe hatte kein Ansehen, und jeder ehrgeizige Däne diente sehr viel lieber einem Herrn wie Ragnar, durch den er reich werden konnte. Ich war erleichtert darüber, dass Sven mir nicht mehr über den Weg laufen konnte und überaus stolz auf meinen Armreif. Armreife waren für Dänen von großer Bedeutung. Je mehr ein Mann davon besaß, desto höher stand er im Ansehen anderer, denn die Reife zeugten von Erfolg. Die dänischen Ankömmlinge hatten in Ragnars Tal nur eine kleine englische Siedlung vorgefunden und einen angrenzenden Haselnusshai niedergebrannt, um für ihre neuen Häuser Platz zu schaffen. Darum hat Ragnar diesen Ort Sinningthwaite genannt, was so viel heißt wie der von Feuer gerodete Ort. Wir sind jetzt in England und werden hier bleiben, sagte Ragnar eines Tages, als wir mit neuen Vorräten von Sinningthwaite zu unserem Hof zurückkehrten. Ich führte zwei Packpferde, die mit Säcken kostbaren Salzes beladen waren. Rorik hatte nicht mit uns reiten können, weil er an diesem Tag krank war und von den Frauen mit Kräutersud und Zauberformeln versorgt werden musste. Er ist oft krank, sagte Ragnar. Ragnar ist er ganz anders. Er meinte seinen ältesten Sohn, der die Verteidigung von Iwas Ländereien in Irland unterstützte. Ragnar ist stark wie ein Ochse, fuhr er fort. Er wird nie krank. Er ist wie du, Udred. Lächelnd dachte er an seinen Erstgeborenen, den er vermisste. Er wird sich Land nehmen und zu Wohlstand kommen. Aber Rorik? Vielleicht sollte ich ihm dieses Land hier geben. Nach Dänemark kann er nicht zurück. Warum nicht? Dänemark ist kein gutes Land, erklärte Ragnar. Auf der einen Seite ist es flach und so sandig, dass auf den Äckern nur wenig gedeiht, und auf der anderen Seite, jenseits des Wassers, finden sich auf den steilen Bergen nur kleine Weideflächen, wo die Leute wie Hunde arbeiten und hungern. Aber angenommen, sagte ich, die Engländer wollen nicht, dass wir bleiben. Ich sprach bewusst von uns. Er lachte darüber. Was die Engländer wollen oder nicht, ist unerheblich. Du hast ja gesehen, was in Eoförwig geschehen ist. Wer war dort der tapferste englische Krieger? Du! Ein Kind! Du hast ein kleines, lächerliches Schwert gegen mich gerichtet und mich zu töten versucht. Ich hätte mich fast totgelacht. Er beugte sich zu mir und gab mir einen liebevollen Klaps. Natürlich wollen die Engländer nicht, dass wir hier sind, fuhr er fort. Aber was könnten sie tun? Nächstes Jahr werden wir Märzien einnehmen, dann das Land der Ostangeln und schließlich auch Wessex. Mein Vater sagte, dass Wessex das stärkste Königreich sei, behauptete ich. Er grinste mir zu. Wir sind Dänen. Wir verlieren nicht. Wir gewinnen. Und Wessex wird fallen. Wirklich? Es hat einen neuen, schwachen König, sagte er abfällig, und wenn er stirbt, wird, weil sein Sohn noch ein Kind ist, sein Bruder den Thron besteigen. Das würde uns gefallen. Warum? Weil der Bruder genauso ein Schwächling ist. Er heißt Alfred. Alfred. Ich hörte den Namen Alfred von Wessex zum ersten Mal. Alfred, höhnte Ragnar, er interessiert sich ausschließlich für geile Mädchen, was mir nur recht sein kann. Alfred verbringt die eine Hälfte seiner Zeit mit Rammeln und die andere Hälfte damit seinen Gott um Vergebung für seine Ramelei anzuflehen. Woher wisst ihr all das über Alfred? fragte ich. Spione, Otreth, Spione. Die meisten sind Händler. Sie mischen sich in Wessex unters Volk und berichten uns von König Etheret und seinem Bruder Alfred. Daher wissen wir auch, dass Alfred ständig krank ist. Es ist ein schwaches Geschlecht und wenn Wessex fällt, gibt es kein England mehr. Besonders gut erinnere ich mich an das Julfest jenes Jahres, weil in dieser Woche Weland kam. Er tauchte am kältesten Tag des Winters auf, als der Schnee zu hohen Wächten verweht wurde und er kam zu Fuß, war in Lumpen gehüllt, trug ein Schwert an der Seite und einen Bogen um die Schulter. Weland war schlangenhaft. Das war mein erster Eindruck von ihm. Schlank, schlau und heimlich elektorisch, wie er war, erinnerte er mich an meinen Onkel Elfrig. Ich konnte ihn auf Anhieb nicht leiden und spürte eine leise Angst, als ich ihn dabei beobachtete, wie er sich in den Schnee warf, als Ragnar zurückkehrte. »Mein Name ist Weland,« sagte er, »und ich bin auf der Suche nach einem Herrn.« »Du bist kein Jüngling mehr,« erwiderte Ragnar. »Warum also hast du keinen Herrn?« »Er ist gestorben, als sein Schiff sank. Wer war er?« »Snorri, Herr, der Sohn Eriks, der Grimms Sohn war, aus Birka.« »Und du bist nicht mit ihm untergegangen?« fragte Ragnar. »Ich war an Land, Herr. Ich war krank.« »Deine Familie, woher kommst du?« »Ich bin der Sohn Gottfretz aus Heitabu.« »Heitabu,« wiederholte Ragnar mürrisch, »du bist Händler?« »Ich bin Krieger, Herr. Und warum kommst du zu mir?« Weland zuckte mit den Achseln. »Es heißt, ihr seid ein guter Herr, einer, der großzügig mit Armreifen ist. Aber wenn er mich abweist, Herr, muss ich woanders mein Glück versuchen?« Kannst du ein Schwert führen, wie eine Frau ihre Zunge, Herr? So gut, scherzte Ragnar. Er erlaubte Eifel. »Ich traue ihm nicht«, warf Sigrid ein, die Brotfladen auf einem Stein am Feuer backte. Rorik, der wieder genesen war, half ihr, während Tira wie immer Wolle spann. »Ich würde mich nicht wundern, wenn er ein Geächteter ist.« »Mag sein«, entgegnete Ragnar, »aber meinem Schiff ist es egal, ob ein Geächteter auf seiner Ruderbank sitzt oder nicht.« Jul war das größte Fest des Jahres. Eine Woche lang gab es in Hülle und Fülle zu essen und zu trinken. Es wurde viel gelacht und gerauft und nicht selten erbrachen sich betrunkene wo etliche Wettbewerbe veranstaltet wurden, Pferderennen, Ringkämpfe, Weidwurf mit Lanzen, Äxten oder Felssteinen und nicht zuletzt Tauziehen, was mir besonders gut gefiel. Ich war an diesem Abend zum ersten Mal in meinem Leben betrunken und so hilflos, dass ich mich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Doch Ragnar lachte nur und flößte mir noch mehr Med ein. Nach dem Julfest erfuhr ich etwas Neues über die Dänen und ihre Götter. Ragnar hatte angeordnet, auf der Waldlichtung nahe des Hauses eine große Grube auszuheben. Als es dunkel geworden war, gingen Ragnar und all seine Männer, keine Frauen, hinaus zu der Grube. Wir Jungen trugen Pechfackeln, die unter den Bäumen flackerten und zitternde Lichter in die Dunkelheit warfen. Alle Männer waren so gekleidet und bewaffnet, als wollten sie in den Krieg ziehen. Der blinde Raven stand gegenüber der Rampe an der Grube und sang ein langes Heldengedicht zum Ruhme Odins. Die Worte klangen hart und rhythmisch wie Trommelschläge und schilderten, wie der große Gott aus dem Leichnam des Riesen Ümir die Welt erschaffen und Sonne und Mond an den Himmel geschleudert hatte, und sie priesen Gungnir, seine Lanze, als mächtigste Waffe der Schöpfung, die von Zwergen im tiefsten Innern der Erde geschmiedet worden war. Ich starrte in den Wald, beobachtete die flackernden Schatten, fragte mich, was für Wesen da draußen in der Dunkelheit leben mochten und dachte an die Schädugängen. Ich dachte oft an die Schädugängen, die Schattenwandler. Eltwulf, der Hufschmied von Babanburg hatte mir erzählt, dass früher, bevor Christus nach England gekommen war und noch Odin und die anderen Götter angebetet wurden, alle Menschen von den Schattenwandlern wussten, die lautlos und kaum gesehen umherzogen, geheimnisvolle Nachtwesen, die ihre Gestalt wechselten. Als Bewohner der Schattenwelt waren sie weder tot noch lebendig. Mal erschienen sie als Wölfe, mal als Menschen oder als Adler. Ich spähte also ins Dunkel des Waldes und wünschte, einen Schädugängen zwischen den Bäumen zu entdecken, etwas, das mein Geheimnis wäre und die Dänen erschrecken würde, etwas, das mir Babanburg zurückgäbe und so mächtig wäre wie das, was den Dänen zum Sieg verholfen hatte. Ich weiß noch, wie sehr mich in jener Nacht der Gedanke erregte, an der Macht der Schattenwandler teilhaben zu können. Ein Wiehern lenkte meine Aufmerksamkeit schließlich wieder auf die Grube und ich sah, dass sich die Männer an der Rampe aufgeteilt hatten. Aus der Dunkelheit tauchte eine seltsame Prozession auf. Da waren ein Hengst, ein Schafsbock, ein Hund, eine Gans, ein Bulle und ein Eber. Jedes Tier wurde von einem der Männer Ragnas geführt und zum Schluss kam ein englischer Gefangener, der einen Grenzstein versetzt hatte und dafür verurteilt worden war. Wie die Tiere trug auch er einen Strick um den Hals. Ich kannte den Hengst. Es war Ragnas edelstes Pferd, ein Rappe, der Flammentreter genannt und von Ragnar besonders geschätzt wurde. In dieser Nacht aber sollte Flammentreter wie all die anderen Tiere Odin geopfert werden. Ragnar vollzog das Ritual selbst. Er entblößte seinen vernarbten Oberkörper und tötete mit seiner Streitaxt ein Tier nach dem anderen. Flammentreter war als letztes Tier dem Tod bestimmt. Seine großen Augen schimmerten weiß, als er gezwungen wurde, über die Rampe in die Grube zu gehen. Nervös durch den Blutgeruch ringsum scheute er und kämpfte. Mit Tränen in den Augen ging Ragnar auf ihn zu, küßte ihn auf die Nüstern und tötete den Hengst mit einem einzigen Streich gezielt zwischen die Augen. Das Pferd fiel, schlug mit den Läufen aus und war einen Herzschlag später tot. Der Engländer starb zum Schluss. Sein Tod war nicht so quälend wie der des Pferdes und dann stand Ragnar zwischen bluttriefenden Kadavern, hob die verschmierte Axt gen Himmel und rief Odin Odin antworteten die Männer und richteten ihre Schwerter, Lanzen oder Äxte auf die dampfende Grube. Odin brüllten sie wieder und ich sah Weland die Schlange von der anderen Seite des Schlachtloches in mein Gesicht starren. Die Kadaver wurden aus der Grube geholt und an die Äste von Bäumen gehängt. Ihr Blut war den Wesen des Erdreichs geopfert worden. Jetzt sollte ihr Fleisch den himmlischen Göttern dargeboten werden. Anschließend schütteten wir die Grube zu und tanzten darauf herum, um die Erde festzutreten. Dann wurden El und Med in Schläuchen ausgeschenkt und wir betranken uns unter den aufgehängten Opfergaben. Odin, der schreckliche Gott, war angerufen worden, weil Ragnar und seine Mannen in den Krieg ziehen wollten. Frühjahr 868 Ich war elf Jahre alt, als die Windfieper zu Wasser gelassen wurde. Dieses herrliche Schiff gehörte Ragnar. Sein Rumpf war aus Eiche, ein Schlangenkopf diente als Bugspitze, der Kopf eines Adlers thronte über dem Heck und darüber schwebte eine dreieckige Windfahne aus Bronze mit einem aufgemalten schwarzen Raben. Die Windfahne steckte auf dem Mast, der jetzt abgesenkt war und auf zwei Holzstützen ruhte, sodass er wie ein Sparren durch die Mitte des langen Schiffes lief. Ragnars Männer legten sich in die Riemen. Ihre bemalten Schilde hingen an den äußeren Bordwänden. Beim Rudern schmetterten sie das Lied von Thor, der nach der furchterregenden Midgard-Schlange fischte, die, auf den Wurzeln der Welt zusammengerollt, den Ochsenkopfköder schluckte, dann aber dem mächtigen Gott entkommen konnte, weil der Riese Ümir aus Angst vor der schrecklichen Schlange die Angelschnur durchtrennte. Es ist eine schöne Geschichte und der Rhythmus trug uns über die Trent, die ein Nebenfluss des Hamba ist und dem tiefsten inneren Merziens entspringt. Wir fuhren flussaufwärts Richtung Süden. Die Strömung war kein Problem für die kräftigen Ruderer, die Sonne schien warm und die Ufer säumte ein dichter Blumenteppich. Einige Berittene begleiteten uns am östlichen Flussufer und hinter uns folgte eine flotte Drachenschiffe. Dies war die Armee von Ivar dem Knochenlosen und Ober dem Schrecklichen. Ein Heer Nordmänner, dänische Schwertkämpfer, zog in den Krieg. Der ganze Osten Nordumbriens war schon in ihrer Hand. Auch der Westen hatte sich zähneknirschend gebeugt. Und jetzt wollten sie Merzien einnehmen, das Herzland des Englischen Königreichs. Es erstreckte sich nach Süden bis zum Fluss Thames, der an die Länder von Wessex grenzte, nach Westen bis zu den Bergen der walisischen Stämme und nach Osten bis zu den Feldern und Sümpfen von Ostanglien. Nicht so begütert wie Wessex war Merzien doch sehr viel reicher als Nordumbrien und der Fluss Trent führte in das Herz dieses Königreichs, auf das die Windfieper als Spitze des dänischen Speers nun zielte. Ich saß mit Rorik und seinem Großvater Raven im Bug des Schiffes. Unsere Aufgabe bestand darin, dem Alten zu schildern, was es zu sehen gab. Blumen, Bäume, Binsen, Wasservögel und Forellen, die nach Eintagsfliegen schnappten. Die Schwalben waren aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt, schwirrten über den Fluss und sammelten am Ufer Schlamm für ihre Nester. Dann und wann kamen wir an kleinen Ufersiedlungen aus strohgedeckten Holzhütten vorbei. Doch die Bewohner und das Vieh waren schon verschwunden. Bald erreichten wir eine Stadt, die von einem breiten Erdwall und hohen Palisaden umschlossen wurde. Auf dem Wall war kein einziger Soldat zu entdecken. Also legte Ragnar an und führte seine Mannschaft gegen die Stadt. Der Wall und die Palisaden waren in gutem Zustand. Doch die Verteidigungstruppen waren anscheinend geflohen. Im Stich gelassen knieten etliche Stadtbewohner vor den geöffneten Toren und flehten mit ausgestreckten Armen um Gnade. Drei der schreckenstarren Leute waren an ihren Tonsuren als Mönche zu erkennen. Ich hasse Mönche, sagte Ragnar gut gelaunt und ließ sein Schwert den Herzbrecher über dem Kopf kreisen. Warum? fragte ich. Mönche sind wie Ameisen, antwortete er, unnützes schwarzes Krabbelzeug, ich hasse sie. Sprich für mich, Odred, fragte und erfuhr, dass wir in Gainsborough waren. Sag ihnen, dass ich Graf Ragnar bin, dass ich da Furchtlose genannt werde und dass ich Kinder fresse, wenn mir nicht Speise und Silber gegeben werden. Ich übersetzte. Die knienden Leute blickten zu Ragnar auf, der sein langes Haar offen trug, was, wie sie wussten, ein Zeichen dafür war, dass es ihn nach Raub und Mord gelüstete. Seine Männer hatten mit Echsen, Schwertern, Lanzen, Schilden und Kriegshämmern hinter ihm Aufstellung genommen und grinsten. Sie geben uns alles, was sie haben, übersetzte ich die Antwort eines graubärtigen Mannes, aber er sagt, es sei nicht viel. Lächeln trat Ragnar vor und führte, weiter lächelnd, mit dem Herzbrecher einen Schlag gegen den Mann, der seinen Kopf fast vollständig spaltete. Ich sprang zurück, nicht aus Schrecken, sondern weil ich nicht wollte, das Blut auf mein Gewand spritzte. Ein Maul weniger zu stopfen, freute sich Ragnar. Jetzt fragt die anderen, wie viel es zu essen gibt. Blut überströmt und am ganzen Leib zuckend rang der Alte mit dem Tod. Sterden strafte er mich mit seinem Blick. Verängstigt wie sie waren, wagte es keiner der anderen, ihm treffen. Wie viel habt ihr zu essen? fragte ich. Lebensmittel sind vorhanden, Herr, antwortete einer der Mönche. Wie viel? verlangte ich zu wissen. Genug. Er sagt, es gebe genug, erklärte ich Ragnar. Wie gut sich doch mit einem Schwert die Wahrheit aufdecken lässt, meinte Ragnar. Frag den Mönch, wie viel Silber seine Kirche hat. Der Mönch beeilte sich zu sagen, dass wir selbst nachschauen und nehmen sollten, was wir fänden, alles sei unser. Ragnar lächelte wieder, als ich ihm die gestammelten Worte übersetzte. Er lässt uns suchen, weil er weiß, dass wir nichts finden werden. Sie haben also ihren Schatz versteckt oder weggeschafft. Frag ihn, ob sie ihr Silber versteckt haben. Als er meine Frage hörte, errötete der Mönch, wir sind eine arme Kirche und haben nur wenig Vermögen. Während ich seine Antwort übersetzte, starrte er uns aus weit aufgerissenen Augen an. Als dann Ragnar auf ihn zutrat, sprang er auf und versuchte davonzulaufen, doch er stolperte über seine Kutte und stürzte zu Boden. Der Herzbrecher durchbohrte sein Rückgrat, worauf er zappelnd wie ein an Land gezogener Fisch starb. Natürlich gab es Silber und es war vergraben, das sagte uns ein anderer Mönch. Seufzend wischte Ragnar seine Klinge an der Kutte des toten Mönches ab und sagte nachdenklich, wie dumm diese Kerle sind. Hätten sie die Wahrheit gesagt, wären sie noch am Leben. Aber angenommen, es gibt tatsächlich keinen Schatz, fragte ich. Dann waren ihre letzten Worte wahr, antwortete Ragnar und fand das sehr komisch. Wir ließen Gainsborough, seine weinenden Bewohner und ausgeplünderten Lagerhäuser hinter uns und ruderten weiter flussaufwärts, die Schiffe schwer beladen, mit Getreide, Brot, Pökelfleisch und geräuchertem Fisch. Wir beendeten unsere Reise in einer Stadt namens Snowden Geheim, was so viel bedeutet wie Heimat des Volkes von Snowden. Es war eine sehr viel größere Stadt als Gainsborough, dennoch hatten ihre Verteidiger vor uns das Weite gesucht. Die Einwohner empfingen die Dänen mit Bergen von Lebensmitteln und Silber. Wahrscheinlich hatte ein Reiter die Nachricht vom Fall der Stadt Gainsborough nach Snowden getragen. Den Dänen waren solche Booten immer recht, denn sie verbreiteten Angst und Schrecken. Und so fiel diese große mit einem hohen Wall bewährte Stadt kampflos. Teile der Schiffsmannschaften wurden als Wachposten auf den Wall beordert, während andere ihre Beutezüge auf die Umgebung ausdehnten. Sie hatten es vor allem auf Pferde abgesehen. Und als die Kriegstruppen beritten waren, drangen sie plündernd und brandschatzend tiefer ins Land vor. Hier bleiben wir, sagte Ragnar. Den ganzen Sommer? Bis ans Ende aller Tage, Utrecht. Dies ist jetzt dänisches Land. Gegen Ende des Winters sandten Iva und Oba drei Schiffe zurück nach Dänemark, um neue Siedler nach Merzien zu holen. Wenig später trafen die ersten Familien ein. Sie durften sich niederlassen, wo sie wollten, ausgenommen in den Häusern jener einheimischen Anführer, die sich der Herrschaft Ivas und Obas gebeugt hatten. Wie die anderen dänischen Anführer ritt auch Ragnar immer wieder über Land, um für Nachschub an Lebensmitteln zu sorgen. Er hatte mich gerne dabei, weil ich für ihn übersetzen konnte. Und so hörten wir mehr und mehr von einem großen Heer der Merzier, das sich im südlich gelegenen Ledesester sammelte, der, wie Ragnar wusste, größten Festung Merziens. Sie war von den als heutige Baumeister. Dort also zog Birgret, der König Merziens, seine Streitkräfte zusammen. Und das war auch der Grund dafür, warum Ragnar Lebensmittelvorräte anlegte. Sie werden uns belagern, sagte er. Doch am Ende gewinnen wir. Dann wird Ledesester und ganz Merziens uns gehören. Er sprach ruhig und gelassen, als wäre eine Niederlage ausgeschlossen. Im Hochsommer erreichte uns die Nachricht, dass sich das Merzierher, verstärkt von den Truppenkönig Ätherwetz von Wessex, endlich in Bewegung gesetzt hatte. Nun würden zwei der drei verbliebenen englischen Königreiche gegen uns antreten. Wir beendeten unsere Raubzüge durch das Land und rüsteten Snowden Gaham für eine Belagerung. Die Palisaden auf dem Erdwall wurden verstärkt, die Gräben davor vertieft, die Schiffe in Sicherheit gebracht und die Strohdächer der Häuser in Nähe des Walls abgetragen, damit sich dort kein Feuer ausbreiten konnte. Ivar und Oba hatten beschlossen, der Belagerung standzuhalten. Wir waren stark genug, um zu schützen, was wir uns genommen hatten, mussten aber auf die Besetzung weitere Gebiete verzichten, weil unsere Verbände dadurch zu weit auseinandergezogen worden und leicht zu schlagen wären. Sie hielten es für besser, dem Feind unsere vereinten Kräfte entgegenzusetzen. Er sollte sich beim Angriff aufreiben. Der Feind kam, als der Mohn blühte. Zuerst zeigten sich merzische Späher, die in kleinen Reitergruppen vorsichtig die Stadt umkreisten. Gegen Mittag tauchten Burgrets Fußtruppen auf, Dutzende von Verbänden, die mit Lanzen, Äxten, Schwertern, Sicheln und Heumessern bewaffnet waren. Sie lagerten weit draußen vor der Stadt und bauten auf den niedrigen Hügeln und Weiden einfache Schutzhütten aus Zweigen und Torf. Snowton Geheim lag am Nordufer der Trent, sodass der Fluss die Stadt vom südlichen Teil Merziens trennte. Doch der Feind hatte den Fluss irgendwo im Südosten überquert und war aus westlicher Richtung angerückt. Allerdings zogen sich auch einige wenige Truppen am Südufer zusammen, um zu verhindern, dass unsere Schiffe den Fluss überquerten und Männer an Land brachten, die für Nachschub hätten sorgen können. Die Stadt war also umzingelt. Doch statt anzugreifen, versuchten die Merzier uns vor die Stadt zu locken. Es war der Tag, an dem die Streitkräfte der Westsachsen eintrafen, um Birgrid zu unterstützen, dessen Frau die Schwester von Orfred und König Etheret von Wessex war. An diesem Tag sah ich zum ersten Mal die westsächsische Drachenstandarte, ein riesiges Banner aus schwerem dunkelgrünem Tuch, auf dem ein weißer Drache Feuer spie. Du kommst auch noch dran, sagte Ragnar leise und er sprach mit dem flatternden Drachen. Gleich werden wir es genau wissen. Was? Aus welchem Holz diese Westsachsen geschnitzt sind? Die Merzier wollen nicht angreifen. Mal sehen, ob Etherets Männer mehr taugen. Sie sollten kommen, wenn es dunkel wird, Leitern an den Wall legen, ein paar Männer verlieren und mit dem Rest über uns her fallen. Jedenfalls würde ich das tun. Aber dieser Haufen! Er spuckte aus. Ivar ist wütend und er will wissen, ob sie einen Angriff planen. Ich soll ein paar Männer als Späher in ihr Lager schicken. Vielleicht gehe ich am besten selbst. Sie werden auf Späher gefasst sein und aufpassen, sagte ich. Ein Anführer führt, entgegnete er. Du kannst einem anderen Mann nicht abverlangen, wozu du selbst nicht bereit bist. Lasst mich gehen, er lachte. Was wäre das für ein Anführer, der einen Jungen tun ließe, was Männersache ist? Ich bin Engländer, sagte ich. Einen englischen Jungen werden sie nicht verdächtigen. Ragnar lächelte. Du hast Recht, einen Jungen werden sie nicht verdächtigen. Er sah mich sicher, Udred. Ich bin sicher. Ich rede mit den Brüdern, sagte er. Ivar und Opa waren einverstanden, und als die Dunkelheit hereinbrach, wurde mir das Tor geöffnet. Endlich, so dachte ich, bin ich ein Schattenwandler. Als ich dem Lager näher kam, richteten sich die Haare in meinem Nacken auf. Ich glaubte zu spüren, dass mir jemand folgte, drehte mich um, lauschte schwarzen Schatten. Wie ein Hase schlug ich einen Haken, warf mich zu Boden, lauschte erneut und war mir diesmal sicher, Schritte im Gras zu hören. Ich wartete, alle Sinne angespannt, aber da war nichts, und so kroch ich weiter bis zur Barrikade, wo ich wieder atemlos verharrte. Weil ich nichts mehr hörte, glaubte ich, mir die Geräusche eingebildet zu haben. Es war Jungen, wie mich, war es einfach, durch das Geäst eines gefällten Baumes zu kriechen. Lautlos und langsam bewegte ich mich voran, sprang dann auf und rannte los, doch schon nach wenigen Schritten hielt mich ein Wachposten auf. Wer bist du? knurrte der Mann und ich sah in der Lanzenspitze, die auf mich zielte, den Feuerschein blitzen. Osbert, antwortete ich mit meinem alten Namen. Ein Junge? Verwundert schaute der Mann genauer hin. Musst er mal pinkeln. Warum pinkelst du nicht da, wo du schläfst? Mein Herr hat was dagegen. Wer ist dein Herr? Mit erhobener Lanze musterte mich der Mann mit argwöhnischem Blick. Beocca, antwortete ich. Es war der Name, der mir als erster in den Sinn kam. Der Priester? Die Frage überraschte mich. Ich zögerte und nickte dann, was den Wachposten offenbar zufrieden stellte. Dann mach, dass du zurückkommst, sagte er. Ich hab mich verirrt. Das kommt davon, wenn man so weit läuft, um meinen Posten voll zu pissen. Er wies mir mit ausgestrecktem Arm die Richtung. Da lang, Junge. Der Wachsoldat hatte mich in die Reihen der Westsachsen geschickt, was ich an dem Drachenbanner erkannte, das im Licht eines großen Feuers vor einem noch größeren Zelt hing. Ich ging darauf zu, weil mir nichts Besseres einfiel, schaute mich nach Leitern um, sah aber keine. Ich war jetzt nahe dem großen Feuer vor dem beflaggten Zelt, in dem Kerzen oder Öllampen brannten. Zwei Männer bewachten den Eingang, und aus dem Inneren drangen Stimmen. Unbemerkt schlug ich mich seitlich ins Dunkel und hielt weiter nach Leitern Ausschau. Ragnar hatte gesagt, dass die Leitern wahrscheinlich irgendwo am Rand des Lagers aufgestapelt sein würden, doch es waren keine zu sehen. Stattdessen vernahm ich ein Schluchzen. Ich schlich von hinten an das große Zelt und versteckte mich neben einem Stoß Feuerholz. Dem Gestank nach zu urteilen, befand ich mich in der Nähe eines Abtritts. Als ich mich duckte, sah ich einen Mann, der zwischen dem Holzstoß und dem Zelt auf der Erde kniete. Er war es, der schluchzte. Er stöhnte, wie unter Schmerzen, reckte die Hände gen Himmel und verbeugte sich dann tief, als bete er die Erde an. Verschon mich Gott, hörte ich ihn flehen, erbarme dich meiner, ich habe gesündig. Dann wurde eine Zeltbahn aufgeschlagen, und Kerzenlicht flutete nach draußen. Und zu meinem Erstaunen erkannte ich in dem Mann, der dann aus dem Zelt trat, Pater Beocca. Ich hatte es für Zufall gehalten, dass ich hier im Lager der Merzier ein zweiter Priester aufhiel, der wie mein ehemaliger Lehrer Beocca hieß. Aber es war kein Zufall. Vor mir stand der rothaarige, schielende Priester von Bebbernburg. Mein Herr, sagte Beocca und ließ die Zeltbahn Fallen, worauf es wieder dunkel wurde. Ich habe gesündigt, Vater, beichtete der junge Mann. Ich bin ein Sünder. Das sind wir alle, mein Herr. Doch der auf dem Boden kniende Mann schien tröstlich zu sein. Ich habe schwer gesündigt. Rettung liegt in der Reue, mein Herr. Dann müßte ich, weiß Gott, errettet werden, denn meine Reue ist so unermesslich wie der Himmel. Er hob den Blick zu den Sternen. Das Fleisch, Vater, das Fleisch, stammelte er. Gott schickt die Versuchung, um uns zu prüfen, mein Herr, sagte Beocker. Er schickt uns Frauen, entgegnete der junge Mann schroff. Wir fehlen, und dann schickt er die Dänen, uns zu bestrafen. Seine Wege sind unerforschlich, erwiderte Beocker. Immer noch kniend und den Kopf gesenkt, sagte der junge Mann, ich hätte nicht heiraten dürfen, Vater. Ich hätte einem Kloster beitreten und Mönch werden sollen. Ihr wäret unserem Herrn ein großer Diener, doch er hat andere Pläne mit euch. Wenn euer Bruder stirbt, Gott bewahre! Was für ein König wäre ich! Gottes König, mein Herr! Das also, dachte ich, ist Alfred. Lauschend lag ich im Gras, während Beocker den Prinzen darüber hinweg zu trösten versuchte, dass er der Versuchung erlegen war. Ihr solltet das Mädchen in eure Dienste nehmen, schlug Beocker vor. Nein, platzte Alfred heraus, nehmt das Mädchen in eure Dienste und widersteht seinen Reizen. Legt dieses Zeugnis vor Gott ab, beweist ihm eure Stärke und er wird euch vergeben. Dankt ihm für diese Prüfung und preist seinen Namen, wenn ihr zukünftigen Versuchungen widersteht. Gott sieht eure Reue. Er wird euch wieder aufrichten. Stellt euch der Versuchung her, drängte Beocker. Heißt sie willkommen, widersteht und dankt Gott, wenn es euch gelungen ist. Dann wird er euch belohnen. Indem er die Dänen verschwinden lässt, fragte Alfred bitter. Ja, so Gott will, mein Herr. Aber nicht, wenn wir nur abwarten, sagte Alfred, und es klang plötzlich eine Härte in seiner Stimme mit, die den Priester zurückweichen ließ. Wir sollten angreifen. Birgit kennt sein Geschäft, sagte Beocker beruhigend, und auch euer Bruder. Mit Gottes Hilfe werden wir die Heiden aushungern. Jetzt hatte ich meine Antwort. Die Engländer planten keinen Angriff. Vielmehr wollten sie die Stadt durch Hunger zur Aufgabe zwingen. Und ich machte mich auf den Rückweg. Als die Sonne aufging, führte mich Ragnar zu Oba. Zu meiner Überraschung war auch Weland zugegen, Weland die Schlange. Er bedachte mich mit einem mürrischen Blick, doch noch düsterer als seine Mine war die von Oba. »Was unterbrach unterbrach mich und sah Weland an? Nun?« Weland nickte. »Ich sah ihn hinter dem gefällten Baum mit einem Wachposten reden. Also war mir Weland gefolgt. Weland schenkte mir ein Lächeln, das auch einem Teufel beim Eintritt eines Bischofs in die Hölle gut gestanden hätte. Ich habe ihn mit dem Wachposten sprechen hören, konnte aber nicht verstehen, was er sagte. Oba richtete seine dunklen Augen auf mich. »Was hast du gesehen?« Ich berichtete von dem großen Zelt und von dem belauschten Gespräch davon, dass Orphred als reuiger Sünder geweint hatte und dass, wenn es nach ihm ginge, die Stadt angegriffen würde, während sein Priester darauf hoffte, die Dänen mit Gottes Hilfe aushungern zu können. »Also keine Leitern?« fragte Oba. »Ich habe keine gesehen, Herr.« Er starrte mich mit seinem furchterregenden bärtigen Gesicht an. Darauf streifte er zu meinem Erstaunen einen Reif von seinem Arm und warf ihn mir entgegen. »Du hast recht,« sagte er zu Ragnar. »Er ist ein Däne. Und ein guter Junge,« bestätigte Ragnar. »Manchmal erweist sich selbst der Bastard, den man auf dem Feld findet, als nützlich,« sagte Ober. Er nickte daraufhin einem alten Mann zu, der schweigend in der Ecke des Raums auf einem Stuhl saß. Der alte wurde Story genannt und war wie Raven ein Barde, darüber hinaus aber auch ein Zauberer und Obas erster Berater. Ohne ein Wort griff Story nun nach mehreren dünnen weißen Stöckchen von der Länge einer Männerhand, hielt sie dicht über den Boden, richtete murmelnd ein Gebet an Odin und ließ sie los. Klappernd fielen sie auf den Lehmboden und Story beugte sich vor, um das Muster zu betrachten, das sie gebildet hatten. Es waren Runenstäbe. Viele Dänen befragten sie, doch Story verstand sich besonders gut darauf und Ober war so abergläubisch, dass er all seine Pläne daraufhin prüfen ließ, ob sie den Göttern gefielen oder nicht. Nun, fragte er ungeduldig. Story starrte unbeirrt auf die Lage der Stäbe und suchte in dem Wirren durcheinander ein Runenzeichen oder ein bedeutungsvolles Muster. Nachdem er die Anordnung von allen Seiten genau betrachtet hatte, nickte er. Es sieht sehr gut aus. Gut. Ober stand auf, nahm sein Schwert von einem Haken an der Wand und sagte zu Ragnar keine Leitern, also kein Angriff. Die Merzier und Westsachsen griffen tatsächlich nicht an. Immer weniger Feuer wurden zur Nacht entfacht, mehr und mehr Männer verließen das Heer. Erntezeit, sagte Raven verächtlich, jeder Mann ist zum Dienst im Viert verpflichtet, aber wenn die Feldfrüchte reif sind, ziehen sie zur Ernte auf ihre Höfe zurück, weil sie sonst fürchten müssten, den Winter über zu weg. Er lachte. Du lernst schnell, Utrecht. Die Merzier und Westsachsen aber hofften immer noch, uns aushungern zu können, und obwohl sich ihre Reihen zusehends auflösten, gaben sie nicht auf, bis Ivar schließlich einen Karren mit Lebensmitteln beladen ließ. Voll gepackt mit Käseleibern, geräuchertem Fisch, frisch gebackenem Brot, gepökeltem Schweinefleisch und einem Fass Ale, wurde der Karren im Morgengrauen von einem Dutzend Männer in die Richtung des englischen Lagers gezogen. Sie blieben außer Reichweite der Bogenschützen und brüllten den feindlichen Wachen zu, dass dieser Proviant ein Geschenk von Ivar dem Knochenlosen an König Burgred sei. Am nächsten Tag ritt ein merzischer Reiter auf die Stadt zu. Er hielt einen belaubten Zweig als Zeichen der Waffenruhe in der Hand. Die gewonnen, bemerkte Raven. Haben wir das? Wenn der Feind das Gespräch sucht, will er nicht kämpfen, also haben wir gewonnen. Und er hatte Recht. Am nächsten Tag bauten wir im Tal zwischen der Stadt und dem englischen Lager einen Pavillon aus zwei Schiffssegeln, die zwischen aufrechte Pfosten gespannt und mit Lederseilen abgefangen wurden. Die Engländer brachten für König Burgred, König Ätheret und Prinz Alfred, drei hohe Stühle, die mit dunkelrotem Tuch drapiert waren, während Eva und Oba auf Milkschemeln saßen. Beide Seiten stellten dreißig bis vierzig Männer als Zeugen der Gespräche. Auch Bjorka war erschienen. Er stand hinter einem jungen Mann, den ich für Alfred hielt. Ich hatte den Prinzen in jener Nacht zwar gehört, aber nur undeutlich gesehen. Sein bleiches Gesicht war schmal und hohlwangig, die Nase lang und das Haar von einem unbestimmbaren Braun. Er hatte die Lippen aufeinander gepresst und die Stirn in Falten gelegt. Seine Augen wirkten sorgenvoll. Er war erst neunzehn Jahre alt, wie ich später erfuhr, sah aber zehn Jahre älter aus. Sein Bruder, König Ätheret, war viel älter, über vierzig und kräftiger, aber auch er hatte ein langes Gesicht, das womöglich noch mehr Besorgnis verriet. Birkret, der König von Märzien, war ein stämmiger, bärtiger Mann mit dickem Bauch und kahlem Kopf. Dazu aufgefordert reichte Biocca dem Prinzen einen Bogen Pergament und eine Schreibfeder und nahm dann ein kleines Fläschchen Tinte zur Hand, damit Alfred den Gänsekiel eintauchen konnte. Was soll Er schreibt mit, antwortete der Übersetzer. Wozu? Damit es einen Bericht gibt. Hat er kein Gedächtnis? fragte Ivar. Ihr seid Ivar und Oba? ließ Alfred über den Dolmetscher fragen. Und ihr habt einen Bruder namens Halfdan? sagt dem Bastard, er soll sich sein Pergament mitsamt dem Gänsekiel in den Arsch stecken, knurrte Ivar, und die Tinte hinter drein, bis er schwarze Federn Mein Herr sagt, dass wir nicht gekommen sind, um uns über Familienbeziehungen zu unterhalten, übersetzte der Dolmetscher höflich. Es gilt vielmehr eine Entscheidung über euer Schicksal zu treffen. Und über das Eure, entgegnete Birgret, der sich mit diesem Einwurf zum ersten Mal meldete. Unser Schicksal, erwiderte Ivar und ließ den König Merziens unter seinem finsteren Blick erzittern. Unser Schicksal ist es, die Felder Merziens mit eurem Blut zu tränken und mit eurem Fleisch zu düngen, die Straßen mit euren Knochen zu pflastern und dafür zu sorgen, dass sich euer Gestank ein für allemal verzieht. In dieser Art ging es lange Zeit hin und her. Beide Seiten drohten und keine gab nach. Es dauerte zwei Tage und die meisten von uns Zuhörern lagen gelangweilt im Gras und ließen sich von der Sonne bescheinen. Beide Lager blieben auch zum Essen auf dem Feld. Während einer solchen Mahlzeit pirschte sich Bjorka vorsichtig zu mir auf die dänische Seite. Du bist groß geworden, Utrecht, sagte er. Schön euch zu sehen, Pater, entgegnete ich beflissen. Ragnar beobachtete mich ohne jedes Zeichen von Agvon. Wirst du noch immer gefangen gehalten? Ja, log ich. Er betrachtete die zu groß für mich waren und an den Handgelenken klimperten. Ein bevorzugter Gefangener, wie mir scheint. Sie wissen, dass ich ein Oldermann bin. Weiß Gott, das bist du, auch wenn es dein Onkel leugnet. Ich habe nichts von ihm gehört, sagte ich wahrheitsgemäß. Bjorka zuckte mit den Achseln. Er hält Bebernburg und hat die Frau deines Vaters geheiratet. Sie ist schwanger. Githa? Ich war überrascht. Schwanger? Sie wünschen sich einen Sohn, sagte Bjorka, und wenn sie einen Sohn haben werden, er führte den Gedanken nicht zu Ende, und das war auch überflüssig. Zwar hatte Elfrig mich von meinem Platz verdrängt, doch ich blieb sein Erbe, solange er selbst keinen Sohn hatte. Das Kind wird in diesen Tagen zur Welt kommen, trotzdem bist und bleibst du der Oldermann, dafür zu sorgen, schulde ich deinem Vater, Gott bewahre seine Seele. Ihr habt euch von meinem Onkel abgewandt? fragte ich. Ja, antwortete er und war sichtlich stolz darauf, Bebbernburg verlassen zu haben. Ich bin Engländer, fuhr er fort, und seine schielenden Augen blinzelten im blendenden Sonnenlicht, und ich bin in den Süden gezogen, um mich anderen Engländern im Kampf gegen die Heiden anzuschließen. Dein Onkel Elfrig hält sich aus allem Streit heraus. Darum können die Heiden es sich in Nordumbrien gut gehen lassen, und das Licht unseres Herrn Jesus Christus wird dort täglich schwächer. Und es ist nicht nur Elfrig, der sich ihnen unterwirft. Rixig von Dunholm hält Gelage für sie, Egbert sitzt auf ihrem Thron. Heiden nur mit Gottes Hilfe bezwingen können. Ich will ein Wort für dich einlegen, vielleicht löst er dich aus. Es würde mich freuen, sagte ich, weil er das, wie ich wusste, von mir hören wollte. Du solltest Elfrig kennenlernen, sagte der Priester überschwänglich, er würde dir gefallen. Ich wollte Elfrig nicht kennenlernen. Björker aber bestand darauf, und so ging ich zu Ragnar, um ihn um Erlaubnis Es kann nie schaden, den Feind aus der Nähe zu sehen. Björker und ich machten uns auf den Weg zu Orphred, der in einiger Entfernung mit seinem Bruder zusammensaß. Orphred ist der wichtigste Berater seines Bruders, erklärte Björker. König Ethelred ist ein guter Mann, doch leider allzu nervös. Er hat zwar selbst zwei Söhne, aber beide sind sehr jung, er verstummte. Wenn er stirbt, wird also der erstgeborene König? fragte ich. Nein, Björker wirkte erschreckt von dem Gedanken. Ethel Wold ist noch viel zu jung, er ist nicht älter als du. Aber doch der Erstgeborene, beharrte ich. Björker beugte sich zu mir, senkte die Stimme und sagte leidenschaftlich, als Olfred noch ein kleiner Junge war, nahm ihn sein Vater mit auf die Reise nach Rom, um den Papst zu treffen und der Papst setzte ihn als zukünftigen König ein. Aber er ist nicht der rechtmäßige Erbe, entgegnete ich verwirrt. Der Papst hat ihn dazu bestimmt, zischte Beocca. Viel später begegnete ich einem Priester aus dem ehemaligen Gefolge des alten Königs. Er ließ mich wissen, dass der Papst Olfred nie den Thron in Aussicht gestellt, sondern ihm nur irgendeine bedeutungslose römische Ehrenauszeichnung verliehen hatte. Olfred jedoch behauptete bis zu seinem Tod, vom Papst wie die Nachfolge vorgesehen worden zu sein, womit er seine Übernahme des Thrones rechtfertigte, auf den laut Gesetz Ätherets ältester Sohn Anspruch hatte. Olfred ist ein guter Christ, Uthred, was ich mir auch von dir erhoffe. Es ist Gottes Wille, dass Olfred König wird. Der Und wir müssen dem Willen Gottes gehorchen. Nur mit Gehorsam gegenüber Gott können wir hoffen, die Dänen zu vertreiben. Mit Gehorsam? Ich dachte, da könnten eher Schwerter helfen. Mit Gehorsam und Glauben, beteuerte Biocca. Gott verhilft uns zum Sieg, wenn wir ihm aus lauterem Herzen dienen, wenn wir uns nach ihm richten und seinen Namen ehren. Und das tut Alfred. Mit ihm als unserem Anführer werden uns die himmlischen Heerscharen zur Hilfe kommen. Biocca ergriff meine Hand und zog mich durch das Gefolge der Herren aus Merzien und Wessex. Er führte mich zu Alfred, der auf einem Stuhl saß, und ich beugte das Knie, wie es mir aufgetragen war. Das ist der Junge, von dem ich sprach, mein Herr, sagte Biocca, Oldermann Utreth aus Nordumbrien, seit dem Fall von Eorferwig, eine Geisel der Dänen, aber ein guter Junge. Alfred musterte mich mit eindringlichem Blick und mir war, um ehrlich zu sein, nicht wohl zumute. Ich lernte ihn mit der Zeit als außergewöhnlich klugen Mann kennen, der viel schneller denken konnte als die meisten anderen, und er war ein ernsthafter dass er alles verstand, nur keine Späße. Er nahm alles ernst, selbst einen kleinen Jungen, und sein prüfender Blick war so lange auf mich gerichtet, als versuche er, die Tiefen meiner unreifen Seele auszuloten. Bist du wirklich ein guter Junge? fragte er mich schließlich. Ich gebe mir Mühe, Herr. Er lächelte, als zu widerstehen, Herr, antwortete ich in Erinnerung an Biokkas Predigt hinter dem Zelt. Das ist brav, sagte er, sehr brav. Und? Gelingt es dir? Nicht immer, sagte ich und zögerte, aber ich strenge mich an und sage mir, dass ich Gott für jede Versuchung dankbar sein und ihn preisen sollte, so oft er mir die Kraft verleiht, der Versuchung zu widerstehen. Beide, Biokka und Olfret starrten mich an, als wären mir Engelsflügel gewachsen. Dich hat uns Gott geschickt, Utrecht, frohlockte Olfret. Sprichst du regelmäßig deine Gebete? Jeden Tag, Herr, antwortete ich, verschwieg aber, dass diese Gebete an Odin gerichtet waren. Und was hast du da? Ein Kruzifix? fragte er, mit Blick auf das lederne Band, das um meinen Hals hing. Als ich nicht antwortete, streckte er die Hand aus und zog Thors Hammer unter meinem Hemd hervor. Großer Gott, sagte er und bekreuzigte sich. Und so etwas trägst du auch? Er spielte auf meine beiden Armreife an, in die dänische Runen eingraviert waren. Ich muss wirklich wie ein richtiges Heidenkind ausgesehen haben. Man zwingt mich dazu, antwortete ich und spürte sein Verlangen, mir das frevlerische Symbol vom Hals zu reißen. Wenn ich es nicht tue, schlagen sie mich, fügte ich hastig hinzu. Schlagen sie dich oft, wollte er wissen. Ständig, Herr, log ich. Vielleicht können wir ihn auslösen, Herr, schlug Biokka vor. Alfred sah mich nachdenklich an und zog die Stirn kraus. Kannst du lesen, Utreth? Er hat angefangen, es zu lernen, antwortete Biokka für mich. Er war mein Schüler, Herr, aber um die Wahrheit zu sagen, nicht besonders strebsam. Er tat sich schwer mit dem Schreiben. Du darfst dich glücklich schätzen, so früh mit deinen Studien angefangen zu haben, sagte Alfred. Wir werden ein Lösegeld für dich anbieten. So Gott will, ziehst du dann als Diener in mein Haus ein und wirst gleich damit beginnen, lesen und schreiben zu lernen, das wird dir gefallen. Du wirst außerdem zu beten lernen und erfahren, was einen guten Christen Menschen ausmacht. Es gibt nichts Höheres als die Berufung zum Priesteramt, Udred. Ja, Herr, erwiderte ich, weil ich sonst nichts zu sagen wusste. Alfred beugte sich vor, versteckte Thors Hammer hinter meinem Hemd und legte mir eine Hand auf den Kopf. Gott leuchten, dich von der Knechtschaft erlösen und ins gesegnete Licht der Freiheit führen. Amen, sagte ich. Daraufhin ließen sie mich zu Ragnar zurückkehren. Schlagt mich, sagte ich. Was? Er blickte auf und sah, dass wir von Alfred beobachtet wurden. Also versetzte er mir einen Schlag, der härter war als erwartet. Ich stürzte grinsend zu Boden. Wieso war das jetzt nötig? fragte Ragnar. Weil ich erzählt habe, wie grausam ich behandelt werde, antwortete ich, und dass ich immer zugeschlagen werde. Ich wusste, dass Ragnar daran seinen Spaß haben würde, und so war es auch. Und um mich nicht lügen zu strafen, schlug er ein zweites Mal zu. Was wollen diese Mistkerle? Sie wollen mich auslösen, antwortete ich, mir lesen und schreiben beibringen und mich zu einem Priester machen. Ragnar lachte. Vielleicht sollte ich auf ihr Angebot eingehen, zur Strafe dafür, dass du Lügen über mich verbreitest. Orfred bot tatsächlich an, mich freizukaufen, scheute aber vor Ragnars überzogener Forderung zurück, obwohl sie bei weitem nicht so hoch war wie der Preis, den Birgret am Ende zahlen musste. Merzien musste fallen, denn Birgret war zu feige, gegen die er sich zeigte. Die Dänen übernahmen seine Festungen und besetzten sie mit ihren Kämpfern und verlangten vom König eine riesige Summe Silber für das Privileg, sein Königreich zu verlieren, aber doch am Thron festhalten zu dürfen. Etheret und Orfred, die in den Verhandlungen keine Rolle gespielt und ihre Hoffnungen in den Verbündeten wie eine Schweinsblase hatten platzen sehen, brachen einen Tag später auf und kehrten mit dem Rest ihres Heeres in den Süden zurück. Merzien war für die Engländer verloren. Ich lernte in diesem Winter, mich im Nahkampf mit dem Schild zu schützen und dem Gegner mit dem Schildbuckel die Nase einzuschlagen. Ich musste stundenlang ein Schwert und ein Schild mit ausgestreckten Händen halten, bis ich meine Arme vor Schmerzen nicht mehr spürte. Ich übte, die Klinge zu führen, den zu schleudern und stach Schweine mit der Kriegslanze ab. Ich konnte bald rudern, wuchs heran, bildete Muskeln aus, begann mit tieferer Stimme zu sprechen und handelte mir die erste Ohrfeige von einem Mädchen ein. Gegen Ende des Winters zogen wir wieder nach Irrförweg, wo wir mehrere Tage damit zubrachten, Ragnars Schiffe zu reparieren. Ich lernte, Eichenstämme mit Keil und weitere Schiffe und Mannschaften. Zu den Neuankömmlingen zählte auch Halfdan, der jüngere Bruder von Ivar und Ober, ein großer Mann mit wildem Bart und finsterem Blick. Er sprühte vor Energie, als er ans Ufer sprang, umarmte Ragnar, tätschelte mir die Schulter, gab Rorik einen Klaps hinter die Ohren, schwor, jeden Christen in England zu töten und suchte dann seine Brüder auf. Die drei planten einen neuen Krieg und versprachen, das Land der Ostangeln auszuplündern. Als schließlich die Tage wärmer wurden, waren wir zum Aufbruch bereit. Die Hälfte des Heeres sollte über Land ziehen, die andere Hälfte, so auch die Männer Ragnars, auf dem Wasserweg ans Ziel gelangen. Das würde meine erste richtige Reise werden. Wir legten ab und ließen uns von der Strömung der U's zur Mündung des Hamba treiben, wo wir die Nacht verbrachten. Am nächsten Morgen nahmen wir die Schilde von der Bordwand, warteten auf die Flut und ruderten ostwärts Richtung Meer. Die Windfieper flog wie ein Vogel über die Wellen, statt von ihnen hin und her geworfen zu werden. Wir ruderten bis zur Mündung und setzten dort das große Segel, um den Nordwestwind zu nutzen. Die Flotte bestand aus 89 Schiffen, drachenköpfigen Kriegern, die um die Wette segelten. Ragnar lehnte am Steuer. Seine Haare flogen im Wind und das Lächeln auf seinem Gesicht war breiter als der Horizont. Etwas Besseres gibt es nicht, rief mir Ragnar zu. In Valhalla hoffe ich, ein Schiff, ein Meer und Wind vorzufinden. Die Küste blieb immer in Sicht, eine grüne Linie zu unserer Rechten, hier und da von Sanddünen unterbrochen. Wir fuhren in ein Feuchtgebiet aus Sümpfen und Schilf, langbeinigen Vögeln, Aalfallen und Gräben, flachen Kanälen und weiten Teichen. Wir befanden uns an der Grenze zwischen ihrem Land und Merzien, einer Region aus Wasser, Schlamm und Salzsohlen. Es wird das Go-Waysk genannt, erklärte Ragnar. Ein gutes Land, um Beute zu machen. Allerdings ist das Wasser hier seicht und tückisch. Das Go-Waysk war sehr flach. Weland, der im Bug der Windfieper hockte, lotete die Wassertiefe mit einer Schnur aus, die von einem Eisenstück beschwert wurde. Die Ruder kamen nur zum Einsatz, wenn er ansagte, dass das Wasser tief genug sei. So kamen wir, vom Rest der Flotte gefolgt, im abnehmenden Licht nur langsam voran. Die Schatten waren lang, und die rote Abendsonne stand auf der Höhe, der aufgerissenen Drachen, Schlangen und Adlerrachen an unseren Schiffsdeven. Vorsichtig zogen die Ruderer die Blätter durchs Wasser, und das Kielwasser fächerte sich in flachen Wellen, die im letzten Sonnenlicht rötlich schimmerten, hinter uns aus. In dieser Nacht ankerten wir und schliefen auf dem Schiff. Am frühen Morgen ließ Ragnar Rorik und mich auf den Mast klettern, um Ausschau zu halten. »Heute«, sagte Ragnar mit wölfischem Grinsen, »Heute wirst du erfahren, wie wir nach Wikingerahrt zuschlagen.« Ein Wikinger zu sein hieß, vom Meer zu kommen, um zu rauben. Ragnar aber hatte schon seit vielen Jahren keine Raubzüge mehr mit dem Schiff unternommen und stattdessen Land erobert, um es zu besiedeln. Jetzt aber galt es, die Küste in Angst und Schrecken zu versetzen und die Streitkräfte der Ostangeln ans Meer zu locken, während Ivar mit einer starken Kampftruppe ins Landesinnere, südlich von Märzien, vorstieß. In diesem Frühsommer also sollte ich die wahre Wikingerart kennenlernen. Wir zogen die Schiffe auf eine Halbinsel, die nur durch eine schmale und leicht zu verteidigende Landzunge mit dem Festland verbunden war. Nachdem unsere Schiffe sicher am Ufer lagen, hoben wir dort einen Graben zur Verschanzung aus. Dann verschwanden große Verbände ins Landesinnere und kehrten am nächsten Tag mit geraubten Pferden zurück. Auf diesen Pferden stieß nun ein anderer Trupp ins Land vor, während Ragnar seine Männer zu Fuß die Küste entlang führte. Wir kamen in ein Dorf und griffen im Morgengrauen an. Brüllend tauchten wir aus der Dämmerung auf. Die Dorfbewohner hatten weder Waffen noch Rüstung und vielleicht hatten sie nicht einmal geahnt, dass wir im Land waren, denn wir trafen sie völlig unvorbereitet. Sie starben. Wir erbeuteten ein bronzenes Kruzifix, einen verbeulten Silberteller und eine Handvoll Münzen. In den Häusern fanden wir ein Dutzend guter Kochtöpfe sowie ein paar Scheren, Sicheln und eiserne Spieße. Wir raubten Kühe, Ziegen, Schafe, Ochsen und sechzehn junge Frauen. »Setzt die Dächer in Brand, Udred!« befahl Ragnar. Also ging ich von Haus zu Haus und legte Feuer an die Strohdächer. Ich brannte auch die Kirche nieder, und als ich mich dem letzten Haus näherte, stürmte ein Mann aus der Tür heraus und attackierte mich mit einem dreizackigen Aalspieß. Ich sprang zur Seite und hatte Glück, dass er mich nicht erwischte. Ragnar warf mir eine Lanze zu, eine schwere Kriegslanze, die weniger als Wurfgeschoss, denn als Stoßwaffe verwendet wurde. Ich parierte den rostigen Spieß und wich weiter zurück, um Raum zu gewinnen. Der Mann war sehr viel größer als ich und doppelt so schwer. Er beschimpfte mich, nannte mich einen Teufelsbastard, einen Höllenwurm, rannte erneut gegen mich an. Ich machte einen Schritt nach links, wartete, bis er den Spieß auf mich richtete und, wieder nach rechts springend, stieß ich zu. Von der Lanzenspitze durch Burt stürzte er halb röchelnd, halb fauchend über mich, doch ich wandte mich unter ihm weg, ergriff seinen Aalspieß und rammte ihm den Dreizack in die Kehle. Blut strömte auf die Erde und spritzte in die Luft, während er sich zuckend und würgend am Boden wälzte. Und als es endlich um ihn geschehen war, sah er aus, als wäre ein Rudel Wölfe über ihn hergefallen. Ich bekam meinen dritten Arm reif. Manche der erfahrenen Kämpfer in Ragnas Truppe besaßen ebenfalls nur drei. Wie hat sich's angefühlt? fragte mich Ragnar. Gut, antwortete ich, und weiß Gott, so war es. An diesem Tag sah ich Brida zum ersten Mal. Sie hatte schwarzes Haar und große schwarze Augen, war so alt wie ich und spindeldürr, aber temperamentvoller als ein Falke im Frühling. Sie gehörte zu den gefangenen Frauen und als Ragnas Männer damit anfingen, sie untereinander aufzuteilen, wurde das Mädchen von einer älteren Frau wie ein Geschenk an die Dänen nach vorn gestoßen. Brida schnappte sich einen Knüppel und schlug wütend auf die Frau ein, beschimpfte sie als räudige Hündin und vertrocknete Rotzfahne und trieb sie vor sich her, bis die ältere Frau in einen Graben voller Brennnesseln stürzte, wo Brida sie weiter mit dem Knüppel traktierte. Ragnar lachte, weil er Kämpfernaturen liebte, packte das Mädchen aber schließlich und gab sie mir. Pass auf sie auf, sagte er, und vergiss nicht, das letzte Haus niederzubrennen. Jeder Raubzug brachte uns weitere Pferde ein, was zur Folge hatte, dass immer mehr Männer noch tiefer ins Landesinnere vordringen konnten, um Ortschaften zu verwüsten, Silber zu stehlen und Gefangene zu machen. Späher waren ausgeschickt worden, die erkunden sollten, wo sich König Edmunds Truppen befanden. Edmund herrschte über Ostanglien, und wenn er nicht so schmählich kapitulieren wollte wie Birgret von Merzien, sondern sein Königreich verteidigen wollte, musste er seine Soldaten gegen uns aufmarschieren lassen. Also beobachteten wir die Heerstraßen und warteten. Brida blieb ständig in meiner Nähe. Ragnar hatte sie ins Herz geschlossen, denn sie trotzte ihm und bewies Stolz. Als Weise hatte sie im Haus ihrer Tante gelebt, jener Frau, die sie geschlagen hatte und die sie hasste. Es dauerte nicht lange und Brida war bei den Dänen glücklicher als je in ihrem eigenen Volk. Als Magd hatte sie im Lager zu arbeiten, doch eines Morgens, als wir zu einem weiteren Raubzug aufbrachen, rannte sie uns nach und schwang sich zu mir aufs Pferd, was Ragnar so beeindruckte, dass er sie mitkommen ließ. Wir ritten an diesem Tag weit nach Süden, durch ein flaches Sumpfgebiet, einer bewaldeten Hügellandschaft entgegen, wo wir reiche Gehöfte und noch reichere Klöster vorfanden. Brida lachte, als Ragnar den Abt tötete und während die Dänen ihre Beute zusammenpackten, nahm sie meine Hand und führte mich zu einem Hof auf einer Anhöhe, der zuvor von Ragnars Männern ausgeplündert worden war. Das Anwesen gehörte dem Kloster und Brida kannte die Gegend, weil ihre Tante häufig zum Beten ins Kloster gegangen war. Es ist ein römischer Hof, sagte sie. Ich hatte bereits etliche Bauten von ihnen gesehen, einige gab es in Eroförbeck, aber sie waren zerfallen und nur notdürftig mit Strohdächern abgedeckt gewesen. Dieser Hof jedoch sah aus, als wären die Römer gerade erst ausgezogen. Ich staunte. Durch ein Tor gelangten wir in den Innenhof mit einem ringsum verlaufenden Säulengang. Den Fußboden des größten Raumes bildeten tausende kleiner farbiger Steine, die zusammen ein großes Bild ergaben. Ich traute kaum meinen Augen. Wir gingen durchs Haus und ich fragte mich, warum wir nicht mehr auf diese Weise bauten. Wir begnügten uns damit, Pfeiler in den Boden zu rammen, Balken und Sparren einzuziehen und ein Dach aus Stroh oder Schilf zu binden. Doch das Holz foulte, das Stroh verschimmelte und die Hütten sackten bald in sich zusammen. Im Sommer war es darin so dunkel wie im Winter. Das ganze Jahr über konnte man darin vor lauter Rauch kaum atmen und im Winter stank es nach Vieh. Brida kniete auf dem Boden und blinzelte durch ein Loch, unter dem sich eine Art Keller befand, während ich in den Hof zurückging und den Brunnen bestaunte. Er war bemoost und verdreckt, trotzdem konnte ich mir vorstellen, wie er früher einmal mit klarem Wasser gefüllt war. Weland kam durchs Tor. Er blieb unter dem Bogen stehen, fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und grinste. Ragnar hat mich geschickt, sagte er. Wir brechen auf. Ich nickte, zweifelte aber an seinen Worten, denn Ragnar hätte zum Aufbruch ins Horn gestoßen. Also, komm jetzt, Junge, sagte Weland. Erneut nickte ich wortlos. Grinsend zog er sein Schwert, das zischend aus der hölzernen Scheide fuhr. Ich hatte ihn nie gemocht, ihm nie getraut und ahnte, dass er geschickt worden war, um mich zu töten. Endlich löste sich der lähmende Schrecken und ich rannte zurück in den Säulengang. Ins Haus wollte ich nicht, denn da war ja Brida und ich wusste, dass er sie umbringen würde, wenn er sie fände. Er versuchte, mir den Weg abzuschneiden, um mich an der Flucht durchs Tor zu hindern. Dein Onkel lässt dir Grüße ausrichten und vertraut darauf, dass du in der Hölle schmorst, während er auf Bebbernburg ein angenehmes Leben führt. Du kommst von... hob ich an, doch die Frage erübrigte sich. Es war klar, dass Weland Elfrig diente. Ich wich zurück. Für deinen Tod wird mir zur Belohnung sein neugeborener Sohn in Silber aufgewogen. Dein Onkel kann deinen Tod kaum erwarten. Er ließ die Klinge durch die Luft zischen. Ich habe meinem Schwert noch keinen Namen gegeben. Vielleicht werde ich es von nun an Weisentöter nennen. Ich täuschte einen Sprung nach rechts vor und versuchte, nach links auszuweichen, doch er war Wiesel flink und verstellte mir den Weg. Ich wusste, dass es kein Entrinnen gab. Und auch er wusste es. Er grinste. Dann traf der erste Dachziegel seinen Helm. Der zweite Ziegel traf ihn an der Hüfte. Der dritte die Schulter und Brida rief vom Dach. Lauf durchs Haus! Ich rannte los. Das Schwert, das er mir nachschleuderte, verfehlte mich um Haaresbreite. Ich stürzte durch die Tür, rannte von einem Raum in den nächsten und sah dann ein offenes Fenster, durch das ich nach draußen hechtete. Brida sprang vom Dach und gemeinsam flohen wir in den nahegelegenen Wald. Weland setzte uns nach, gab aber die Verfolgung auf, als wir zwischen den Bäumen verschwunden waren. Stattdessen floh er nun selbst Richtung Süden, weil er wusste, was ihn von Ragnar erwartete. Brida erhielt einen Armreif und Ragnar ließ alle wissen, dass er jeden Mann, der sie zu berühren wagte, eigenhändig mit dem Schlachtmesser kastrieren würde. Und am nächsten Tag kam der Feind. Mir fiel die Aufgabe zu, dem blinden Raven zu schildern, wie sich das Heer der Ostangeln auf einer langgezogenen Anhöhe im Süden vor unserem Lager sammelte. »Wie viele Banner?« fragte er mich. Ich zählte. »Dreiundzwanzig.« »Was ist darauf zu erkennen?« »Auf den meisten sind Kreuze,« antwortete ich, »aber auf einigen sind auch heiligen Bilder zu sehen.« »Ein sehr frommer Mann, dieser König Edmund,« höhnte Raven. »Wo sind unsere Männer?« »Immer noch in den Sümpfen,« antwortete ich. Oba hatte gehofft, im Lager bleiben und Edmunds Truppen auf die schmale Landzunge locken zu können, um sie von unserem Schutzwall aus zu zermürben. Stattdessen aber harrten die Engländer auf der Anhöhe im Süden aus und warteten auf unseren Angriff. Oba hatte Storri die Runenstäbe werfen lassen, denen jedoch, wie es hieß, keine klare Botschaft zu entnehmen gewesen sei. Oba sah sich daher zur Vorsicht gemahnt. Er war zwar ein unerschrockener Krieger, nahm aber keinen Kampf leichtsinnig auf. Immerhin hatten die Runenstäbe keine Niederlage vorausgesagt und so war er mit dem Heer in die Sümpfe gezogen, wo es nun auf einem halbwegs trockenen Flecken stand. Zwei Pfade führten von dort aus zu der entfernten Anhöhe, die von den Ostangeln mit starken Schildwellen abgesichert wurde. Auf halber Strecke wehte Obers Banner, jener berüchtigte Rabe auf dem dreieckigen Tuch. Weil unsere Männer deutlich in der Minderzahl waren, hielt sich Oba mit einem Angriff zurück. All dies beschrieb ich dem blinden Alten. Wir können uns keine Verluste leisten, sagte Raven. Und wenn wir der anderen Seite umso größere Verluste beibrechten, fragte ich, selbst wenn wir tausend Männer töten, wären ihre Reihen schon morgen wieder geschlossen. Wir aber müssten auf weitere Schiffe warten, um unsere Toten zu ersetzen. Es kommen doch Schiffe, sagte Brida. Ja, aber wann, erwiderte Raven. Sie sind schon da, rief Brida und zeigte auf die Marsch hinaus. Ich sah vier Schiffe durch die schmalen Kanäle auf uns zurudern. Sag, was siehst du, drängte Raven. Vier Schiffe, antwortete ich, sie kommen von Westen. Von Westen? Nicht von Osten? Von Westen, bestätigte ich, was nur eine Schlussfolgerung zuließ. Die Schiffe kamen nicht vom Meer, sondern aus einem der vier Flüsse, die in der Skowaysk mündeten. Englische Schiffe? Raven klang überrascht. Abgesehen von kleinen Fischerbooten und plumpen Lastkähnen hatten die Einheimischen nur wenige Schiffe. Aber hier waren vier Kriegsschiffe, so lang und schlank gebaut wie dänische Drachenboote und sie glitten langsam durch das Labyrinth der Wasserwege auf Obas an Land gezogene Flotte zu. Vom vordersten Schiff sah ich Rauch aufsteigen und ich ahnte, dass es eine Kohlenpfanne an Bord hatte. Offenbar planten die Engländer die dänischen Schiffe in Brand zu setzen, um den Feind am Rückzug zu hindern. Auch Ober hatte sie kommen sehen. Das dänische Heer kehrte ins Lager zurück. Schon wurden vom ersten englischen Schiff brennende Pfeile auf das am nächsten liegende Dänenschiff abgeschossen. Wir rannten am Wasser entlang auf die Rauchwolke zu, die das brennende Schiff umhüllte. Inzwischen flogen aus zwei englischen Schiffen Feuerpfeile, während die beiden anderen vorbeizogen, um näher an die anderen Dänenschiffe heranzukommen. Wir versuchten, das Feuer zu löschen, während die Wachen ihre Speere gegen die Angreifer schleuderten. Mithilfe eines Schildes schöpfte ich Sand und warf ihn auf die Flammen. Doch wir konnten dieses Schiff nicht retten. Es stand in hellen Flammen. Wir gaben es auf und versuchten, das nächste zu schützen. Doch ein Dutzend Brandpfeile schlug in die Ruderbänke und einer entzündete die zusammengerollten Segel. Das führende englische Schiff drehte nun bei und steuerte das Land an. Im Bug drängten sich die Männer mit erhobenen Speeren, Äxten und Schwertern. Edmund! brüllten sie. Edmund! Kaum hatte das Schiff das Ufer erreicht, sprachen die Männer von Bord und fielen über die dänischen Schiffswachen her. Die schweren Äxte fuhren nieder, Blut spritzte, versickerte im Sand und löste sich in den Wellen, die den Strand umspülten. Ich ergriff Bridas Hand und zerrte sie durch einen flachen Wasserlauf. Wir müssen Raven in Sicherheit bringen, rief ich ihr zu. Sie lachte. Brida genoss jede Aufregung. Drei der englischen Schiffe lagen inzwischen am Strand und während ihre Besatzung den Rest der dänischen Wache niedermetzelte, zog das vierte Schiff, Feuerpfeile versendend, am Ufer entlang. Nun aber kehrten Obers Männer mit lautem Gebrüll ins Lager zurück und eilten denen zu Hilfe, die vor dem Erdwall standen, um die Landzunge gegen den erwarteten Angriff von Edmunds Truppen zu verteidigen. Sie alle waren außer sich vor Wut, denn die Dänen lieben ihre Schiffe. Während ein Teil der Dänen die unversehrten Schiffe schützten, indem sie auf die Mannschaft des einzigen noch im Wasser liegenden Feindesbootes einen Hagel aus Pfeilen und Speeren niederregnen ließen, griffen alle anderen die Engländer am Ufer an. Es war ein reines Gemetzel. Männer schrien und fielen und über all dem wirbelte der Rauch der brennenden Schiffe und verdüsterte die rote Sonne Ich sah zum ersten Mal Ober kämpfen und bewunderte ihn, denn er und sein Schwert waren der Tod selbst. Er kämpfte nicht im Schildwall, sondern wütete zwischen seinen Gegnern, schlug mit dem Schild zu und tötete mit der Axt, selbst scheinbar unbesiegbar, denn so oft er auch von feindlichen Kämpfern umzingelt war, konnte er sich doch immer wieder befreien. Seine Klinge war rot, in seinem Bart glitzerte Blut und kaum hatte er einen niedergestreckt, machte er sich über den nächsten her. Ragnar und seine Männer taten es ihm gleich. In wütender Raserei rächten sie sich an den Männern, die ihre Schiffe in Brand gesetzt hatten und als das Brüllen und Töten ein Ende hatte, lagen 68 Engländer tot im Sand. Das einzige Schiff, das entkam, war voller Sterbender und zog eine blutige Schleppe hinter sich her. Trotzdem, fand ich, hatten sich die Ostangeln gut geschlagen. Indem sie die Drachenschiffe in Brand gesetzt hatten, war es ihnen gelungen, den Stolz der Dänen zu verletzen. Und wenn König Edmund mit seinen Truppen unseren Wall gestürmt hätte, wäre es um uns geschehen gewesen. Doch statt anzugreifen, war er nach Süden geflohen. Ostanglien gab es nicht mehr. Und Wessex war das letzte Königreich Englands. Ivar, Ober und Halfdan ritten mit dem halben Heer nach Dick, während die andere Hälfte loszog, um Ostanglien zu befrieden, also zu rauben, zu morden und zu Brandschatzen, bis sich das Volk unterwarf, was meist schnell genug der Fall war. Kurzum, Ostanglien fiel genauso schnell wie Märzien. Allerdings kamen nun aus Nordumbrien schlechte Nachrichten. Es trafen Boten von Oldermann Rixig aus Danholm ein, die Ivar mitteilten, dass mehrere Dänen im Kloster von Girum getötet worden seien. Ragnar wurde dazu aufgefordert, mit seinen Männern herauszufinden, was sich tatsächlich ereignet hatte. Allem Anschein nach waren sechs Dänen, allesamt Männer ohne Herren, nach Girum gezogen, wo sie den Klosterschatz zu sehen verlangten. Als die Mönche behaupteten, bettelarm zu sein, machten die sechs von ihren Schwertern Gebrauch. Die Mönche aber setzten sich zur Wehr. Und weil sie in der Überzahl waren und von Männern aus dem Ort unterstützt wurden, gelang es ihnen, die Dänen zu töten. Ermutigt von ihrem Erfolg waren die Mönche am Ufer der Thain flussaufwärts gezogen und hatten eine dänische Siedlung überfallen, in der nur einige wenige Menschen lebten, die zu alt und krank waren, um mit dem Heer nach Süden zu ziehen. Dass bei diesem Überfall mindestens zwanzig Frauen und Kinder geschändet und getötet worden waren, entschuldigten die Mönche mit der Erklärung eines heiligen Krieges. Aus Furcht vor der Rache der Dänen hatte Olderman Rixig daraufhin eigene Truppen ausgesandt, um den kriegerischen Haufen aufzulösen, dem sich immer mehr Männer anschlossen. Ihm waren etliche Aufständische in die Hände gefallen, darunter auch ein Dutzend Mönche, die jetzt in seiner Festung über dem Fluss gefangen saßen. Wir zogen nach Girum. Alle Mönche wurden getötet, sämtliche Gebäude, die nicht aus Stein gemauert waren, niedergebrannt und der Schatz geraubt. Tatsächlich hatten sie Gold und Silber in ihrer Kirche vergraben. Als es Girum nicht mehr gab, überfielen wir das Kloster an der Viremündung und wüteten auch dort, überquerten anschließend die Thain und zerstörten das Nonnenkloster am Nordufer. Das bei weitem berühmteste Kloster aber war das auf Lindesferina, das Haus, in dem der heilige Kathbert gelebt hatte. Ich war aufgeregt, denn unser Weg führte nahe an Bebernburg vorbei, und ich fragte mich, ob es mein Onkel, der falsche Olderman Elfrig, wagen würde, seine Festung zu verlassen, um die Mönche von Lindesferina zu schützen, die sich ihrerseits immer für die Sicherheit unserer Familie eingesetzt hatten. Wir machten einen Bogen um Bebernburg, doch als wir über die Hügel ritten, erhaschte ich manchmal zwischen den Bäumen einen Blick auf das hölzerne Bollwerk der Festung. Mein Blick war wie gebannt. Ich sah die raue See. Ich träumte. Wir überquerten das flache Küstenland und gelangten an einen Sandstrand, von dem ein Pfad nach Lindesferina hinausführte. Das Kloster lag im Süden der Insel, an einer Stelle, von der man die Bebernburg auf ihrem Felsen thronen sah. Die Mönche lebten in kleinen Holzhütten, die um die Kirche herum gebaut und mit Stroh oder Moos gedeckt waren. Der Abt, ein Mann namens Eckfrid, kam uns mit einem großen Holzkreuz entgegen. Er sprach Dänisch, was ungewöhnlich war, und zeigte sich furchtlos. »Willkommen auf unserer kleinen Insel«, grüßte er uns freundlich. »Ihr solltet wissen, dass ein Landsmann von euch in unserer Krankenkammer liegt und gepflegt wird.« Er blickte die Reihen der Dänen entlang, behelmte Männer mit grimmiger Miene, Waffen starrend und mit Schilden gewappnet. Die Wolken hingen tief an diesem Tag, grau und schwer, und es regnete ein wenig. Aus der Kirche trugen zwei Mönche eine Truhe, die sie hinter Eckfrid abstellten, worauf sie wiederkehrt machten. »Das ist alles, was wir haben«, sagte Eckfrid. »Ihr könnt es gern haben.« Auf ein Zeichen Ragnas hin stieg ich vom Pferd, ging an dem Abt vorbei und öffnete die Truhe. Sie war bis zur Hälfte mit angelaufenen Silbermünzen von schlechter Qualität gefüllt. Mit einem Blick auf Ragnar zuckte ich mit den Achseln, um kund zu tun, dass dieser Schatz nicht viel hergab. »Ihr seid Utrecht?« sagte der Abt, der mich die ganze Zeit angestarrt hatte. »Ich hörte, dass ein Däne euch getötet hätte.« Wir sprachen Englisch miteinander, und Ragnar wollte wissen, wovon die Rede war, also übersetzte ich für ihn. »Hieß dieser Däne Weland?« fragte Ragnar. »So wird er genannt«, antwortete Eckfrid. »Wird?« Weland ist der Mann, der sich hier bei uns von seinen Verletzungen erholt, Herr. Er wurde angegriffen, Herr, von einem Mann aus der Festung, von Bebbernburg.« Ragnar wollte natürlich die ganze Geschichte hören. Anscheinend hatte es Weland zurück zur Burg geschafft und behauptet, mich getötet zu haben. Also hatte er seine Belohnung in Silbermünzen erhalten und war unter dem Geleit mehrerer Männer abgezogen. Zu ihnen gehörte auch Eltwulf, der Schmied, meinen Geschichtenerzähler von damals. Und Eltwulf hatte Weland einen Axthieb in die Schulter versetzt, bevor ihn die anderen daran hindern konnten. Weland war auf die Insel gebracht worden, und Eltwulf, falls er noch lebte, war zurück in Bebbernburg. Falls Eckfrid in Weland einen Garanten für seine Sicherheit zu haben glaubte, hatte er sich verrechnet. Ragnar bedachte ihn mit einem finsteren Blick. »Du hast Weland bei dir aufgenommen, obwohl du ihn für den Mörder Utrez halten musstest.« »Dies ist ein Haus Gottes,« antwortete Eckfrid. »Wir nehmen jeden Menschen bei uns auf.« »Auch Mörder?« Ragnar griff hinter sich und löste das Lederband, das seine Haare zusammenhielt. »Tötet sie!« forderte er seine Männer auf. Diesmal beteiligte ich mich nicht. Als das Töten vorüber war, zerrte Ragnar Weland aus seinem Krankenbett. Der Mann rang, wie man deutlich sehen konnte, mit dem Tod. Er zitterte am ganzen Leib, und seine faulige Schulterwunde stank entsetzlich. Aber ihm war bewusst, was geschah. Sein Lohn für den Mord an mir, ein Beutel guter Silbermünzen vom Gewicht eines Neugeborenen, hatte unter seinem Bett gelegen. »Willst du ihn töten?« fragte mich Ragnar. »Ja«, antwortete ich, wie es von mir erwartet wurde. Weland klapperte mit den Zähnen. Ich hasste ihn. Er war mir vom ersten Augenblick an unheimlich gewesen. Doch jetzt hasste ich ihn. Trotzdem widerstrebte es mir, ihn umzubringen, auch wenn er schon halbtot vor mir lag. Es ist eine Sache, im Kampf zu töten und die tapfere Seele eines Mannes in die Totenhalle der Götter zu schicken. Aber eine ganz andere, einem hilflosen Mann das Leben zu nehmen. Ich wusste, dass mir Ragnar einen Gefallen nicht ausschlagen würde, und so bat ich ihn um ein paar weniger wertvolle Münzen aus dem Schatz. Als wir aufbrachen, hörte es auf zu regnen. Wir kehrten aufs Festland zurück und schwenkten auf meine Bitte nach Süden. An dem Damm angelangt, der zur Bebbernburg führte, hielten wir an. Mit einem geborgten Schwert an der Seite ritt ich nach Hause. Brida begleitete mich. Vom Wehrwall und dem unteren Torhaus aus beobachteten uns Männer. Brida hielt an, als ich mein Pferd antrieb und auf das Torhaus zugaloppierte, vor dem ich jetzt meinen Onkel erblickte. Da war er, Elfrig, der Verräter, mit seinem hageren Gesicht und den dunklen Haaren. Ich warf dreißig Silberlinge auf die Erde. Judaslohn. Diese christliche Geschichte war mir noch gut in Erinnerung. Sie war eine der wenigen, die mir wirklich gefallen hat. Auf dem Wald standen Bogenschützen, doch keiner legte auf mich an. Sie beobachteten nur. Ich zeigte meinem Onkel das Zeichen des Teufels, indem ich die äußeren Finger der rechten Hand ausstreckte, spie vor ihm aus und machte Kehrt. Er wusste jetzt, dass ich noch lebte und dass er mich zum Feind hatte. Und ich wusste, dass ich ihn wie einen Hund töten würde, sobald sich mir eine Gelegenheit dazu bot. »Utret!« rief Brida. Sie hatte gesehen, dass eine der Wachen vom Wall gesprungen war und zu uns herrannte. Es war ein großer, bärtiger Mann, der mir an Kräften weit überlegen war. Die Bogenschützen schossen Pfeile auf ihn ab, die ringsum in den Boden schlugen. Und dann erkannte ich in dem Mann Eltwolf wieder, den Schmied. »Utret!« rief er. »Mein Herr, ihr lebt!« Eltwolf strahlte. »Ich lebe!« »Ich komme mit euch!« erklärte er entschieden. »Aber deine Frau, dein Sohn. Mein Weib ist letztes Jahr gestorben und mein Sohn beim Fischen ertrunken. Das tut mir leid«, sagte ich. Ein Pfeil zischte durchs Dünengras, konnte uns aber nicht gefährlich werden. »Butan gibt und nimmt«, entgegnete Eltwolf. »Jetzt hat er mir meinen Herrn zurückgegeben.« Als er Thors Hammer auf meiner Brust sah, lächelte er. Denn auch er war, was die Christen einen Heiden nannten. Nun hatte ich meinen ersten Gefolgsmann. Eltwolf, den Schmied. »Er ist ein trübsinniger Mann, euer Onkel«, berichtete mir Eltwolf, als wir uns nach Süden wandten. »So unglücklich wie Scheiße! Nicht einmal sein neugeborener Sohn kann ihn aufheitern.« »Er hat einen Sohn?« »Elfrig, der Jüngere wird er genannt. Ein herziges kleines Ding. So gesund, wie ihr es seid.« »Erzählt mir von diesen Dänen«, sagte er und warf einen misstrauischen Blick auf die Kämpfer um Ragnar. »Sie werden von Graf Ragnar angeführt«, sagte ich. »Das ist der Mann, der meinen Bruder getötet hat. Trotzdem, ein guter Mann.« »Er hat euren Bruder umgebracht?« Eltwolf war sichtlich entsetzt. »Mögt ihr ihn?« »Er ist mir wie ein Vater. Auch du wirst ihn mögen.« Eltwolf dachte eine Weile darüber nach. »Warum gehen wir nicht nach Wessex?« fragte er. »Die Westsachsen wollen einen Priester aus mir machen«, antwortete ich. »Ich aber will ein Krieger werden.« »Dann also nach Merzien«, schlug Eltwolf vor. »Da herrschen die Dänen.« »Aber euer Onkel lebt dort.« »Mein Onkel?« »Der Bruder eurer Mutter, Äthelwolf. Er ist ein oldermann, wenn er denn noch lebt.« »Mein Vater hat mir nie von meiner Mutter erzählt«, sagte ich. »Weil er sie so sehr geliebt hat. Eure Mutter war eine Schönheit, ein Goldstück. Sie ist gestorben, als sie euch zur Welt brachte.« Aber warum sollte ich zu meinem Onkel gehen, wo es mir bei Ragnar so gut gefiel? Äthelwolf gehörte zwar zur Familie, doch ich hatte ihn nie kennengelernt und bezweifelte, dass er überhaupt von mir wusste. Ich wollte bei Ragnar bleiben, und das ließ ich Eltwolf wissen. »Er lehrt mich zu kämpfen«, sagte ich. »Von den Besten lernen, hä? So wird man auch ein guter Schmied, indem man von den Besten lernt.« Eltwolf war ein guter Schmied, und obwohl er sich sträubte, fand auch er Gefallen an Ragnar, denn Ragnar war großzügig und schätzte gutes Handwerk. Er richtete ihm, in der Nähe unseres Hauses in Sinningthwaite, eine Schmiede ein und zahlte gutes Silber für eine Esse, einen Amboss und all die Hämmer, Zangen und Pfeilen, die Eltwolf benötigte. Schon im Frühjahr musste die Schmiede erweitert werden, und den ganzen Sommer über schmiedete Eltwolf Schwerter, Speerspitzen, Axtklingen und Pieken. Auf meine Frage, ob es ihm schwer falle, für die Dänen zu arbeiten, zuckte er nur mit den Schultern und sagte, »Ich habe ja auch auf der Bebbernburg für Sie gearbeitet.« Plötzlich ertönte vor der Schmiede ein gellender Schrei. Ich rannte nach draußen zu Ragnar, der einer Gruppe von Männern entgegenblickte, die von einem berittenen Kämpfer angeführt wurde. Und von was für einem Kämpfer! An seinem Sattel hingen ein prächtiger Helm, ein bunt bemalter Schild und ein langes Schwert. Er selbst trug ein Kettenhemd und die Arme voller Reife. Es war ein junger Mann mit langem, blondem Haar und einem dichten, goldfarbenen Bart. Wie ein brünftiger Hirsch rührte er Ragnar entgegen, der auf ihn zustürzte, sodass ich fürchtete, der junge Reiter würde sein Schwert ziehen. Stattdessen aber sprang er aus dem Sattel und lief Ragnar entgegen. Die beiden fielen einander in die Arme und klopften sich überschwänglich auf die Schultern, und als sich Ragnar zu uns umdrehte, lag ein so strahlendes Lachen in seinem Gesicht, dass er damit die finsterste Höllenkammer hätte erleuchten können. »Mein Sohn!« rief er mir zu. »Mein Sohn!« Ragnar, der Jüngere, war mit einer Schiffsmannschaft aus Irland zurückgekehrt. Obwohl er mich noch nie gesehen hatte, nahm er mich, wie seinen Bruder Rorik, herzlich in den Arm, wirbelte seine Schwester durch die Luft, küsste seine Mutter, beschenkte die Diener mit silbernen Kettengliedern und tätschelte die Hunde. Ein Festmahl wurde vorbereitet, und am Abend berichtete er uns, dass er jetzt sein eigenes Schiff kommandiere und nur wenige Monate bleiben könne, weil er auf Iwas Geheiß im Frühling wieder nach Irland zurückkehren müsse. Er war ganz nach seinem Vater geraten, und ich mochte ihn sofort. Denn Ragnar, der Jüngere, sorgte überall für gute Stimmung. Anfangs wohnte er mit einigen seiner Männer bei uns, doch im Herbst wurde ein Haus angebaut, das mit seinem hohen Giebel, an den der Schädel eines Ebers genagelt wurde, einem Grafen Ehre gemacht hätte. »Du hattest Glück«, sagte er eines Tages zu mir. Wir deckten gerade das Dach und kämmten Bündel aus Rockenstroh. »Glück?« »Dass dich mein Vater in Eorferwick nicht getötet hat.« »Das stimmt«, bestätigte ich. »Er hatte immer schon einen Blick für die richtigen Männer«, sagte er. »Als das Dach gedeckt war, wurde ich in den Wald geschickt, denn Eldwolfs Hunger nach Holzkohle, mit der er seine Esse schürte, war unersättlich. Er hatte Ragnars Männern gezeigt, wie sich Holzkohle gewinnen ließ. Doch Brida und ich waren seine besten Köhler, und so verbrachten wir viel Zeit im Gehölz. Die Meiler mussten ständig beaufsichtigt werden. Sie brannten mindestens drei Tage lang. Brida und ich wachten darüber und beobachteten den Rauch, der aus der Abdeckung aus Farnkraut und Torf aufstieg, denn er verriet, ob die Glut im Inneren die richtige Temperatur hatte. Es war schwere Arbeit, aber wir hatten Gefallen daran. Wenn wir nachts im Dunkeln neben dem warmen Meiler lagen, fühlten wir uns wie Shadow Gengens. Während des Julfestes, das wir ausgiebig feierten, ging Ragnar der Jüngere aus allen Wettbewerben als Sieger hervor. Er schleuderte die Felsbrocken am weitesten, rang jeden Gegner nieder, und es gelang ihm sogar, seinen Vater unter den Tisch zu trinken. Es folgten die dunklen Monate, ein langer Winter, und als im Frühjahr die Stürme nachließen, musste Ragnar der Jüngere wieder zurück nach Irland. Mit einem eher traurigen Fest nahmen wir Abschied. Am Morgen danach brach er mit seinen Männern bei grauem Regen auf. Ragnar schaute seinem durch das Tal abziehenden Sohn nach, bis er außer Sicht war, und als er in das neu erbaute Haus zurückkehrte, standen Tränen in seinen Augen. Ragnar der Jüngere hatte mit seiner Abreise eine Lücke hinterlassen. Dennoch ist mir der Frühling und Sommer dieses Jahres in guter Erinnerung, denn in jener Zeit schmiedete mir Eltwulf ein Schwert. Er erklärte mir, dass es zwei Arten von Eisen gab, Weiches und Hartes. Das Harte ließ sich besonders gut schärfen, war aber spröde und zerbrach beim ersten schweren Aufprall, während sich das weiche Metall allzu leicht verbog. Ich sah dabei zu, wie er sieben Eisenstangen herstellte. Drei davon waren aus hartem Metall. Ragnar nannte dieses Eisen Stahl. Mit wuchtigen Hammerschlägen verschweißt der Eltwulf die Eisen, brachte sie immer wieder in der Esse zum Glühen. Es dauerte Tage, doch allmählich nahm das Schwert Gestalt an. Das weiche Eisen hatte sich mit dem Harten verbunden und bildete wundersame Muster aus, die an Rauchschlieren erinnerten. Bei hellem Tageslicht waren sie nicht zu sehen, aber in der Dämmerung oder wenn bei kaltem Wetter der Atem die Klinge beschlug, traten sie zum Vorschein. Brida nannte diese Muster Schlangenhauch. Und ich beschloss, dass dies der Name meines Schwertes sein sollte. Schlangenhauch. Zum Schluss hämmerte Eltwulf eine lange Riefe in die Mitte beider Klingenseiten, damit das Schwert nicht im Fleisch des Feindes stecken bleiben konnte. Blutrinnen, knurrte er. Im Spätsommer war Schlangenhauch endlich fertig. Und ehe mit dem Herbst die ersten Stürme das Meer aufwühlten, zogen wir nach Süden. Es war an der Zeit, England der Vergessenheit anheimzustellen, und so segelten wir nach Wessex. Wir sammelten uns in Eorferwick und wurden von Egbert, notgedrungen, willkommen geheißen. Er ritt zum Flussufer, wo die Schiffe lagen. Die Mannschaften, ein wilder Haufen, hatte Aufstellung genommen und bedachten den jämmerlichen König, der kein König war, mit verächtlichen Blicken, als er ihre Reihen abnahm. Zu seiner dänischen Leibgarde gehörten auch Kjartan und Sven. Vermutlich bestand ihre Aufgabe weniger darin, sein Leben zu schützen, als den Gefangenen zu bewachen. Kjartan war mit einem Kettenhemd und einer riesigen Streitaxt gewappnet, die an seiner Schulter hing. Sven, inzwischen zu einem Mann herangewachsen, trug eine Binde über dem fehlenden Auge, ein langes Schwert, einen Umhang aus Fuchsfällen und zwei Armreife. »Sie haben an dem Überfall auf Strianshall teilgenommen,« klärte mich Ragnar auf. »Offenbar hatten sie bei dem Rachezug gegen das Nonnenkloster gute Beute gemacht.« Kjartan, den ein Dutzend Reifer an den Armen auszeichneten, blickte Ragnar in die Augen und sagte, »Ich würde euch nach wie vor dienen.« »Ich habe einen neuen Schiffsmeister,« entgegnete Ragnar. Mehr sagte er nicht, worauf Kjartan abzog. »Der neue Schiffsmeister hieß Torbjorn, genannt Toki. Er war ein großartiger Seemann und noch tapferer als Krieger. Mit der letzten Sommerflut ruderten wir nach Süden, entlang der öden Küste Ostangliens, wo wir des Nachts lagerten. Wir steuerten auf die Mündung der Thames zu, über die wir, wie Ragnar sagte, bis an die Nordgrenze von Wessex gelangen würden. Diesmal führte Ragnar die Flotte an. Ivar, der Knochenlose, war nach Irland gezogen und hatte von Ragnar ein Goldgeschenk für dessen Sohn mitgenommen, während Oba das Land nördlich von Nordumbrien plünderte. Statt Ivar und Oba führte Halfdan, der dritte Bruder, den Angriff auf Wessex. Er zog mit seinem Heer über Land und würde irgendwo an der Thames zu uns stoßen. Mit dem Wechsel in der Führung war Ragnar nicht einverstanden. Er hielt Halfdan für einen ungestümen Hitzkopf, war aber trotzdem guter Dinge, weil er sich an meine Geschichten von Alfred erinnerte, die bestätigten, dass Wessex von Männern regiert wurde, die ihre ganze Hoffnung in den Christengott setzten, der inzwischen oft genug bewiesen hatte, dass er keinerlei Macht besaß. Wir hatten Odin, Thor und unsere Schiffe, und wir waren erfolgreiche Krieger. Nach vier Tagen erreichten wir die Thames-Mündung und ruderten gegen eine starke Strömung flussaufwärts, bis ich zum ersten Mal Londane erblickte. Bislang hatte ich Eropherwig für eine große Stadt gehalten, doch Eropherwig war, mit Londane verglichen, nicht mehr als ein Dorf. Ich staunte angesichts der Ausmaße dieser Stadt, über der eine gewaltige Rauchwolke hing, gespeist aus zahllosen Feuerstellen. Londane lag an der Grenze zwischen Merzien, Ostanglien und Wessex und wurde von Birgret von Merzien regiert, war also in dänischer Hand. Und so trat uns niemand in den Weg, als wir uns jener erstaunlichen Brücke näherten, die den breiten Fluss überspannte. Im Grunde bestand Londane aus zwei Städten, gebaut auf zwei Hügeln. Die eine Stadt, im Osten gelegen, stammte noch aus der Römerzeit. Von dort führte die mächtige Brücke hinüber ans sumpfige Südufer. Die stattlichen Gebäude waren von einem Ringwall umgeben, einem Steinwall, nicht aus Erde aufgeschüttet, sondern aus festem Mauerwerk, hoch und breit und von einem tiefen Graben gesäumt, in dem sich jetzt allerdings Schutt und Abfälle sammelten. Die Wehrmauer war an manchen Stellen eingestürzt und mit Hölzern notdürftig ausgebessert. Auch an den prächtigen Gebäuden im Inneren des Ringwalls hatte die Zeit genagt. Statt wie ursprünglich mit Ziegeln waren die Dächer nunmehr mit Stroh gedeckt. Es lebten nur wenige Merzier hier, denn in der alten Stadt zu wohnen war den meisten zuwider. Einer ihrer Könige hatte sich innerhalb der Mauern einen Palast errichten lassen, und auf der Hügelkuppe war eine große Kirche gebaut worden. Die überwiegende Mehrzahl der Einwohner jedoch lebte, weil sie Angst vor römischen Geistern hatte, außerhalb der Mauern in einer neuen Stadt aus Holz und Stroh, die sich nach Westen hin erstreckte. Die neue Stadt lag wie die alte am Nordufer und war eine halbe Meile stromaufwärts auf einem flachen Hügel im Westen errichtet worden, entlang der Uferstraße, von der ein Kiesstrand zum Wasser führte. Nie wieder ist mir ein so hässlicher Strand vor Augen gekommen. Er war übersät mit Unrat, stinkenden Tierkadavern und den schleimigen Gerippen alter Kähne, zwischen denen kreischende Möwen umherschwirrten, und ausgerechnet dort mussten wir mit unseren Schiffen anlanden. Zuvor aber galt es, die Brücke hinter uns zu lassen. Wie es die Römer geschafft hatten, solch einen Bau zu errichten, wissen allein die Götter. Sie war so lang, dass sie ganz eher förbig hätte überspannen können, ließ sich aber schon seit einiger Zeit nicht mehr in voller Länge nutzen, weil sie eingebrochen war. Zwei mittlere Bögen waren eingestürzt, und an ihrer Stelle ragten nur noch die römischen Stützen aus dem Wasser, die in kurzen Abständen tief ins Bett der Thames gerammt waren und von tückischen Strömungen umschäumt wurden. Am Südufer, jenseits der Sümpfe, wo auf flachen Hügeln Bäume wuchsen, hatten Reiterposten bezogen, um uns zu beobachten. Es waren Westsachsen, die unsere Schiffe zählten, um die Stärke unserer großen Armee abzuschätzen. So nannte Halfdan unser Heer, die große Armee der Dänen, obwohl von groß kaum die Rede sein konnte. Statt weiter nach Westen vorzudringen, blieben wir, als Halfdans Armee zu uns gestoßen war, noch mehrere Wochen in London. Zwar zogen berittene Verbände immer wieder plündernd über Land, doch die große Armee blieb, wo sie war. Einige Männer, die nicht länger warten wollten, fingen an zu murren, dass wir den Westsachsen zu viel Zeit ließen, um sich auf den Kampf gegen uns vorzubereiten. Halfdan aber bestand darauf, abzuwarten. Manchmal näherten sich westsächsische Reiter der Stadt. Und zweimal kam es zwischen ihnen und unseren Reitern zum Kampf. Doch als das Juhelfest bevorstand, zogen sich die feindlichen Späher zurück. Offenbar rechneten sie vor Ende des Winters nicht mehr mit einem Angriff. »Wir warten nicht auf den Frühling«, erklärte mir Ragnar, »sondern auf den tiefsten Winter.« »Warum?« »Weil sich im Winter kein Heer in Marsch setzt«, antwortete Ragnar mit wölfischem Grinsen. »Also werden die Westsachsen zu Hause am Feuer sitzen und zu ihrem schwachen Gott beten. Im Frühjahr, Utrecht, wird uns ganz England gehören.« Zu Winteranfang hatten wir alle viel zu tun. Ich schleppte Brennholz, und wenn ich einmal kein Holz aus den Wäldern im Norden der Stadt herbeischaffte, übte ich mich im Umgang mit dem Schwert. Ragnar hatte Toki, seinen neuen Schiffsmeister, beauftragt, mich zu unterrichten. Und Toki war ein guter Lehrer. Ich führte ihm die Hiebe vor, die ich eingeübt hatte, worauf er mir sagte, dass ich sie getrost vergessen könne. »Im Schildwall siegt der Wildeste«, erklärte er. »Geschicklichkeit hilft, List ist gut, aber was siegt, ist die Wildheit. Probier es damit.« Er reichte mir eine Sachse mit breiter Klinge. Sie gefiel mir nicht, weil sie viel kürzer war als mein Schlangenhauch und bei weitem nicht so prächtig. Toki aber, der stets neben seinem Schwert auch eine Sachse bei sich führte, überzeugte mich davon, dass die kurze, breite Klinge im Schildwall sehr viel nützlicher sei. »Du hast im Schildwall nicht genügend Platz, um mit einem Schwert auszuholen«, sagte er, »aber für eine kurze Waffe reicht es. Duck dich und stich zu, geradewegs in den Bauch des Gegners.« Auf sein Geheiß wappnete sich Brida mit einem Schild und übernahm die Rolle des Feindes. Dann stellte er sich neben mich und täuschte einen von oben geführten Hieb vor, worauf Brida instinktiv den Schild hob. »Halt«, sagte er, und Brida verharrte. »Siehst du«, bemerkte er und zeigte auf den erhobenen Schild, »dein Mitstreiter sorgt dafür, dass der Feind den Schild hebt. Jetzt kannst du ihm den Bauch aufschlitzen.« Er lehrte mich noch ein Dutzend anderer finden, und ich griff alles, was er mir riet, begeistert auf, und je mehr ich lernte, desto stärker und geschickter wurde ich. Das Julfest kam, und wir feierten ausgiebig, und die Männer übergaben sich in den Gassen, und wir zogen immer noch nicht los. Doch kurz nach dem Fest trafen sich die Anführer der großen Armee in dem Palast gleich neben der Arena. Brida und ich hatten wie gewöhnlich die Aufgabe, für Raven die Augen offen zu halten, und wie immer erklärte er uns, was wir ihm schilderten. Das Treffen fand in der Palastkirche statt, einem Römerbau, dessen Dach die Form eines der Länge nach halbierten Fasses hatte. Obwohl die blaue und goldene Farbe längst verblasst war und abblätterte, ließen sich noch Mond und Sterne auf einem Nachthimmel erkennen. Im Innern der Kirche war ein großes Feuer entfacht worden, von dem dichter Rauch bis unter das hohe Dach emporwirbelte. Halfdan stand vor dem Altar und leitete das Gespräch mit den wichtigsten Grafen. Einer von ihnen war hässlich, hatte ein grobes Gesicht und einen buschigen braunen Bart, an der linken Hand fehlte ihm ein Finger. »Das ist Backsegg«, erklärte uns Raven. »Er bezeichnet sich selbst als König, steht aber nicht höher als die anderen.« Backsegg war im Sommer aus Dänemark gekommen und hatte auf achtzehn Schiffen fast sechshundert Männer mitgebracht. Neben ihm stand ein großer, düsterer, weißhaariger Mann, der Zuckungen im Gesicht hatte. »Graf Sidrock«, sagte Raven. »Sein Sohn müsste auch da sein.« »Ein dünner Mann mit tropfender Nase?«, fragte Brida. »Ja, das ist Graf Sidrock der Jüngere. Er schnieft ständig.« »Seht ihr auch meinen Sohn?« »Ja«, antwortete ich. »Er steht neben einem sehr dicken Mann, der ihm ständig etwas zuflüstert und dabei grinst.« »Harald«, sagte Raven. »Ich habe mich schon gefragt, ob er auch kommt. Noch ein König.« »Wirklich?« staunte Brida. »Nun, so nennt er sich. Doch er herrscht nur über ein paar morastige Felder und eine stinkende Schweineherde.« All diese Männer und noch mehr waren aus Dänemark gekommen. Graf Fraena hatte Kämpfe aus Irland mitgebracht und Graf Osbern stellte mit seinen Männern die Garnison von Lundäen, während sich die Armee sammelte. Insgesamt hatten diese Könige und Grafen über 2000 Männer zusammengetrommelt. Osbern und Sidrock schlugen vor, den Fluss zu überqueren und geradewegs nach Süden vorzudringen, um Wessex in zwei Teile zu spalten. So ließe sich, wie sie betonten, der Osten, das ehemalige Königreich kennt, mit Leichtigkeit einnehmen. »In Kontveraberg müssen reiche Schätze liegen«, sagte Sidrock. »Es ist der heiligste Ort der Christen hier.« »Und während wir auf dieses Heiligtum zumarschieren, fällt uns der Feind in den Rücken«, erwiderte Ragnar. »Nein, wir sollten ihn zuerst da bezwingen, wo er am stärksten ist, nämlich im Westen. Der Rest fällt dann von selbst, auch Kontveraberg.« Um diese Frage wurde nun gestritten. Sollte zunächst der leichter einzunehmende Teil von Wessex besetzt werden oder die wichtigsten Festungen im Osten? Zwei dänische Händler wurden befragt, die zwei Wochen zuvor in Readingdem gewesen waren. Readingdem lag eine Tagesreisestrom aufwärts an der Grenze zu Märzien, und die beiden Händler wussten zu berichten, dass König Ethelred und sein Bruder Orfred aus den Grafschaften im Westen Truppen zusammengezogen hatten, und rechneten mit mindestens dreitausend Mann. »Von denen allenfalls dreihundert ernstzunehmende Kämpfer sind«, höhnte Halfdan, was die versammelten Männer mit lautstarkem Beifall beantworteten, indem sie mit ihren Waffen auf die Schilde schlugen. Noch während der Lärm durch den hohen Raum halte, betrat eine weitere Gruppe von Kriegern die Kirche, angeführt von einem sehr großen, stämmigen Mann in einem schwarzen Gewand. Er wirkte großartig, war sauber rasiert, trug eine finstere Mine zur Schau und war außerdem sehr reich, denn an seinem schwarzen Umhang prangte ein großer, in Gold gefasster Bernstein. Seine Arme bedeckten lauter goldene Reife, und auch die Halskette und Thors Hammeramulett bestanden aus purem Gold. Es wurde still, als er sich von seinen Gefolgsleuten den Weg nach vorn bahnen ließ. Die soeben noch festliche Stimmung schlug mit einem Male um. »Wer ist gekommen?«, flüsterte Raven. »Sehr groß, vieler Armreife«, antwortete ich. »Düster«, fügte Brida hinzu, »in schwarz gekleidet.« »Ah, Graf Guthrum«, sagte Raven, »Guthrum der Unglückliche. Selbst wenn man ihm die ganze Welt zu Füßen legte, würde er sich noch betrogen fühlen.« »In seinem Haar steckt ein Knochen«, bemerkte Brida. Raven schmunzelte, sagte aber nichts weiter zu dem Knochen, einer Menschenrippe mit goldener Spitze. Nachdem Graf Guthrum die Männer am Altar begrüßt hatte, ließ er die Anwesenden wissen, dass er vierzehn Schiffe mitgebracht habe. Niemand applaudierte. Guthrum starrte mit dem traurigsten, verdrießlichsten Gesicht, das ich je gesehen hatte, in die Runde wie ein Angeklagter, der ein strenges Urteil fürchten musste, und zeigte dabei eine so sauer-töpfische Miene, dass mir ganz anders wurde. Ragnar brach das unangenehme Schweigen und sagte, »Wir haben beschlossen, nach Westen vorzurücken.« Obwohl ein solcher Beschluss gar nicht gefasst war, erhob niemand Einspruch. Ragnar fuhr fort. »Alle Schiffe, die durch die Brücke sind, werden mit ihren Mannschaften Strom aufwärts rudern. Der Rest des Heeres zieht über Land, zu Pferde oder zu Fuß.« Die große Armee hatte sich gesammelt. Es herrschte strenger Winter, in dem der Feind keinen Angriff erwartete. Und dieser Feind wurde von einem König und einem Prinzen regiert, die mehr vom Gebet als vom Kampf erwarteten. Ganz Wessex lag vor uns. Und nach allem, was wir gehört hatten, war Wessex das reichste Land der Welt, reicher noch als das Frankenland, bevölkert von Nonnen und Priestern, die in ihren Häusern Gold und Silber horteten und uns wehrlos ausgeliefert waren. Wir alle würden reich werden. Und so zogen wir in den Krieg. Unsere Schiffe glitten über die winterliche Thames, vorbei an sprödem Schilf, laublosen Weiden und kahlen Erlen. Feuchte Ruderblätter schimmerten im fahlen Sonnenlicht. Es war gutes Land mit fruchtbaren Böden, doch die Bevölkerung war geflohen. An Bord herrschte eine geradezu feierliche Stimmung. Männer sangen, die Schiffe durchpflügten die Strömung, die Hügel des Nord- und des Südufers näherten sich einander an, und als der Abend kam, waren am Südufer erste Reiter zu entdecken. Sie beobachteten uns. Wir erreichten Readingdom in der Dämmerung, und unsere erste Aufgabe bestand darin, einen Wald zu errichten. Readingdom lag am Zusammenfluss von Kennett und Thames. Zwischen diesen beiden Flüssen bauten wir unseren Wald. Er umschloss die kleine Stadt, die von ihren Bewohnern verlassen worden war und in der sich ausreichende Lebensmittelvorräte für unsere Schiffsmannschaften finden ließen. Unser Land her war noch nicht in Sicht. Es zog am nördlichen Thamesufer entlang durch Merzisches Gebiet und suchte eine Furt, die es weiter stromaufwärts fand. Der Wall hatte inzwischen eine stattliche Höhe erreicht und war auf seiner gesamten Länge von rund 800 Schritt mit Palisaden verstärkt worden, für die wir in den Wäldern, die sich im Süden erstreckten, Bäume gefällt hatten. Der Graben vor dem Wall wurde geflutet, indem wir einen Durchstich zu beiden Flüssen aushoben. Über den Wassergraben führten vier mit Wehrtürmen abgesicherte Brücken. Das war unser Stützpunkt. Von hier aus konnten wir bis tief ins Land der Westsachsen vordringen, was nun auch geboten war. Denn als das Land her Readingdom erreicht hatte, waren schon nach zwei Tagen unsere Lebensmittelvorräte aufgebraucht, weshalb die beiden Seedrocks, Vater und Sohn, mit einer großen Truppe ins Feindesgebiet nach Westen zogen, um für Nachschub zu sorgen. Doch stattdessen stießen sie auf den Fiat von Barrockskir. Später erfuhren wir, dass unser Vormarsch im Winter für die Westsachsen alles andere als überraschend gekommen war. Während sich die Dänen auf ihre reisenden Händler als Kundschafter verließen, hatten die Westsachsen durch eigene Kundschafter in Lundain in Erfahrung gebracht, wann und mit wie vielen Kämpfern wir uns in Marsch setzen würden und ein Heer zusammengestellt, um uns zu trotzen. Außerdem hatten sie im Süden Merziens, wo sich die Herrschaft der Dänen noch nicht hatte festigen können, Unterstützung gesucht und tatsächlich waren aus dem angrenzenden Barrockskir Verstärkungstruppen angerückt, die von einem Olderman namens Aethelwulf angeführt wurden. Aethelwulf hatte unsere beiden Grafen und ihre Truppe in einen Hinterhalt gelockt. 21 Dänen waren dem Anschlag zum Opfer gefallen, acht weitere wurden gefangen genommen. Die Engländer hatten ebenfalls einige Männer verloren, den Kampf aber gewonnen und ihre zahlenmäßige Überlegenheit schmälerte ihren Triumph nicht. Die Dänen hatten einen Sieg erwartet, doch stattdessen waren sie ohne die dringend benötigten Nahrungsmittel in die Flucht geschlagen worden. Solchermaßen gedemütigt worden zu sein, erschütterte die gesamte Armee, die sich nicht einmal hatte vorstellen können, von Engländern geschlagen zu werden. Wir hungerten noch nicht, aber das Heu für die Pferde wurde knapp und wir waren gezwungen, Wintergras zu schneiden, wozu auch wir, Rorik, Brida und ich, aufgefordert wurden. Als wir am Tag nach Aethelwulfs Überfall mit mehreren Gruppen den schützenden Wall hinter uns ließen und ausschwärmten, um mit langen Messern Gras zu schneiden und das armselige Futter in Säcke zu stopfen, griff die Armee der Westsachsen an. Zuerst hörte ich nur Schreie aus westlicher Richtung. Dann sah ich, wie galoppierende Reiter zwischen den Gruppen, die Gras schnitten, mit ihren Schwertern und Speeren niedermachten, was ihnen in die Quere kam. Wir drei rannten Hals über Kopf davon. Andere, die mit uns Gras gesammelt hatten, hasteten von den Reitern der Westsachsen verfolgt in Todesangst auf die Brücken zu. Auch wir rannten weiter und durchquerten halb wartend, halb schwimmend den Graben, an dessen Rand uns zwei Männer aus dem modrigen kalten Wasser zogen und über den Wall hievten. Draußen herrschte durcheinander. Die Grassammler drängten sich auf den Brücken und wurden gnadenlos niedergemacht. Dann tauchten die westsächsischen Fußtruppen auf. Zahllose Kämpfer kamen aus dem nahen Wald und schwärmten über das Feld aus. Ich rannte zum Haus, in dem Ragnar Quartier bezogen hatte, grüttete mich mit Schlangenhauch, den ich unter Kleidern versteckt hatte, und machte mich auf die Suche nach Ragnar. Ich fand ihn und seine Männer auf dem Wald vor der Brücke, die der Thäms am nächsten lag. Brida war mir gefolgt. Ich sagte, geh zurück und kümmere dich um Rorik. Rorik hatte nach dem kalten Bad im Graben am ganzen Leib zu zittern angefangen und fühlte sich so elend, dass ich ihm geraten hatte, im Haus zu bleiben. Brida hörte nicht auf mich. Sie hatte sich mit einem Speer bewaffnet und war außer sich vor Erregung, obwohl noch nichts weiter geschah. Auf unserer Seite des Brückentors liefen immer mehr Männer zusammen. Während Ragnar seine Kämpfer am Nordtor sammelte, tat Halfdan am Südwald das Gleiche. Und als beide der Ansicht waren, genügend Männer beisammen zu haben, ließen sie die Tore öffnen. Das Heer der Westsachsen, noch an die zweihundert Schritt entfernt, rückte unter seinem großen Drachenbanner auf die beiden mittleren Brücken vor. Offensichtlich glaubten die Männer, dass Gemetzel an unseren Grassammlern sei bloß der Vorgeschmack auf ein noch größeres Blutbad gewesen. Sie hatten keine Leitern bei sich. Und wie sie den neu errichteten Wall überqueren wollten, weiß ich nicht. Aber manchmal macht sich in der Schlacht eine Art Wahnsinn breit und Männer handeln ohne Vernunft. Die Männer aus Wessex hatten keinen vernünftigen Grund, sich auf die Mitte unseres Walls auszurichten, zumal sie nicht darauf hoffen konnten, ihn zu überwinden. Und sie taten es dennoch. Nun schwärmten unsere Männer aus den äußeren Toren und griffen sie von beiden Seiten an. »Schildwall!« brüllte Ragnar. »Schildwall!« Ein Schildwall schließt sich mit unverkennbaren Geräuschen. Die Schilde schlagen krachend aneinander. Die linke Seite überlappt die Rechte des Nebenmannes, damit der Gegner, der sein Schwert gewöhnlich rechtshändig führt, auf zwei Holzschichten prallt. Der Feind wandte sich gegen uns und formierte sich ebenfalls zu einem Schildwall. Der gegnerische Schildwall war länger als unserer. Er war nicht nur länger, sondern auch breiter. Denn während unserer aus drei Reihen von Männern bestand, war ihr Wall aus fünf oder sechs Reihen gebildet. Vernünftigerweise hätten wir entweder die andere Seite angreifen lassen oder, besser noch, uns hinter unseren Wald zurückziehen sollen. Doch es eilten immer mehr Kämpfer herbei, um unsere Reihen zu verstärken. Und außerdem war Ragnar nicht in der Stimmung für vernünftige Überlegungen. »Tötet sie!« brüllte er. »Tötet sie!« Mit diesem Schlachtruf trieb er seine Formation vorwärts. Die Dänen folgten ihm mit lautem Gebrüll. Kurz bevor die Schilde aufeinanderprallten, schleuderten unsere Männer aus der hinteren Reihe ihre Speere. Einige hatten sich mit drei oder vier Speeren bewaffnet, und sie warfen nun einen nach dem anderen über die Köpfe der vor ihnen stehenden Mitstreiter. Auch von der Gegenseite flogen Speere. Ich packte einen, der neben mir in den Boden gefahren war, und schleuderte ihn so fest ich nur konnte zurück. Dann hörte ich das Krachen, als die Schilde einem hölzernen Gewitter gleich aufeinanderprallten. Sofort darauf folgten die dumpfen Schläge der Speere auf Holz und das klirrende Schwerter. Der heftigste Kampf war vor mir entbrannt. Ich hörte eiserne Schildbuckel auf Holz schlagen, Klingen auf Schilde, stampfende Schritte, Waffen klirren und vereinzelte Schreie. Brida hatte sich auf alle Viere fallen lassen und kroch zwischen den Beinen der Männer nach vorn. Ich sah, wie sie mit dem Speer gegen die ungeschützten Füße des Gegners ausholte. Sie stach zu, traf ein Fußgelenk. Ein Bein strauchelte, eine Axt fiel zu Boden, und plötzlich klaffte eine Lücke in der feindlichen Reihe. Unsere Reihe drängte weiter vor. Ich folgte, benutzte Schlangenhauch wie eine Pike und stach auf die Stiefel der Engländer ein. Plötzlich war von Ragnar ein mächtiges Brüllen zu hören, ein Schrei, um die Götter in den großen Hallen des Asgard aufhorchen zu lassen, und ein Schrei, um unsere Männer zu noch wilderem Einsatz anzustacheln. Schwerthiebe und Axtschläge gingen auf den Feind nieder, und ich spürte, wie er vor der Wut der Nordmänner zurückschreckte. Es floss Blut in solchen Mengen, dass es den Boden aufweichte. Unser Schildwall stieg über Gefallene hinweg und ließ mich mit Brida zurück. Ihre Hände waren rot, weil Blut über den langen Eschen schafft ihres Speeres ran. Sie sah mich an, leckte das Blut auf und lächelte vielsagend. Halfdans Männer bedrängten die Flanke des Feindes. Dort war der Schlachtenlärm jetzt lauter als bei uns, da die unmittelbaren Gegner Ragnars den Rückzug antraten. Nur einer, ein großer, kräftiger Mann, hielt stand. Ragnar hatte seinen Schild gehoben und rahmte ihn dem Widersacher so wuchtig vor die Brust, dass der Mann zurücktaumelte und über einen Gefallenen stürzte. Ragnar holte mit seinem Schwert aus, als wolle er einen Ochsen töten, und die Klinge fuhr auf das Kettenhemd des am Boden liegenden Gegners nieder. Eine Gruppe von englischen Kämpfern eilte ihrem Herrn zur Seite, doch sofort waren ebenso viele Dänen zur Stelle, Schild an Schild, und Ragnar versetzte dem Gestürzten mit einem gellenden Triumphgeschrei den Todesstoß. Mit einem Mal widersetzte sich uns niemand mehr. Wenn ich tot war oder verwundet, rannte davon, allen voran ihr König, der Prinz und die Priester zu Pferde. Und dann warteten wir, bis unser Atem wieder ruhig ging, ruhten uns aus auf diesem Feld voller Blut und voller Leichen. Nun fiel Ragnars Blick auf mich und Brida. »Was tut ihr hier?«, fragte er und lachte. Statt zu antworten, zeigte Brida ihm ihren blutriefenden Speer, und Ragnars Augen wanderten weiter zu Schlangenhauch, und er sah die rot verschmierte Klinge. »Narren«, schallte er uns liebevoll. Und dann brachte einer unserer Männer einen gefangenen Westsachsen, um ihm den Herrn zu zeigen, den Ragnar erschlagen hatte. »Wer ist das?«, verlangte Ragnar zu wissen. Ich übersetzte für ihn. »Das ist Olderman Ethelwolf«, antwortete der Engländer. »Das ist Olderman Ethelwolf«, antwortete der Engländer. Es ging auf Ebenduna zu, eine weitere an der Thames gelegene Grenzstadt zwischen Wessex und Märzien, in der die Westsachsen, so einer unserer Gefangenen, einen Großteil ihrer Vorräte gelagert hatten. Wenn es uns gelänge, Ebenduna einzunehmen, wäre das Heer von Etheret ohne Proviant. Wessex würde fallen, England verschwinden und Odin triumphieren. Unser Ziel lag hinter einem Hügel, der zur Thames hin abfiel. An ihrem Ufer verlief ein Pfad, der sich als Umgehung anbot. Um uns aufzuhalten, hätte der Gegner vom Hügel herabsteigen und uns auf flachem Gelände angreifen müssen. Halfdan rief die dänischen Anführer zusammen. Sie berieten sich lange, konnten aber offenbar zu keine Einigung finden. Die einen wollten geradewegs auf den Feind zumarschieren, während andere empfahlen, die Westsachsen auf den flachen Uferweiden zu bekämpfen. Am Ende setzte sich Gudrum der Unglückliche mit dem Vorschlag durch, unser Heer aufzuteilen und beides zu tun, was ich für eine kluge Idee hielt. Ragnar, Gudrum und die beiden Grafen Sidrok sollten den Uferweg einschlagen und den vom Feind gehaltenen Hügel umgehen, während Halfdan mit Harald und Boksek den Hügel zu erstürmen versuchte. Der Feind würde zögern, Ragnar anzugreifen, weil er fürchten musste, zwischen zwei Fronten zerrieben zu werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde er, wie Ragnar mutmaßte, dem Kampf ausweichen und sich nach Abenduna zurückziehen, wo wir ihn dann belagern könnten. »Besser, sie sind in einer Festung eingepfercht, als dass sie frei umherziehen«, sagte er gut gelaunt. »Noch besser wäre es, wir blieben zusammen«, entgegnete Raven trocken. »Mit den Westsachsen werden wir allemal fertig«, spottete Ragnar. »Wir stiegen ans Flußufer ab. Wir waren, glaube ich, an die 800 Mann und nicht ganz so zahlreich wie die von Halfdan angeführte Truppe. Das feindliche Heer war vermutlich etwas stärker als unsere beiden Verbände zusammen. Während wir jedoch allesamt erfahrene Krieger waren, bestand der west-sächsische Viert zum großen Teil aus Bauern, die man zum Kampf gezwungen hatte. Wir waren vollkommen siegessicher. Dann, als unsere ersten Männer aus einem Eichenwald kamen, erkannten wir, dass der Feind unserem Beispiel gefolgt war und seine Armee auch in zwei Hälften aufgeteilt hatte. Eine erwartete Halfdan auf dem Hügel, die andere war uns entgegengezogen. Alfred führte unseren Gegner. Sein Bruder, König Æthelred, war auf der Hügelkuppe geblieben, und statt auf Halfdans Angriff zu warten, rückte er selbst vor. Die Sachsen schienen den Kampf unbedingt zu wollen. Also sollten sie ihn bekommen. Unsere Truppen nahmen in Keilformation Aufstellung, um den gegnerischen Riegel zu sprengen. Wir beteten zu Odin, brüllten unseren Kriegsruf und griffen an. Doch die Reihen der Westsachsen hielten Stand, und so kam es zur erbitterten Schlacht. Das Schicksal ist, wie Raven immer wieder betont hat, unausweichlich. Am Fuß des Schicksalsbaumes sitzen die drei Nornen und entscheiden über unser Leben. Wir glauben zwar, frei wählen zu können, doch in Wahrheit spielen sie mit uns. An diesem Tag gefiel es ihnen, in mein Leben einzugreifen und ihm eine neue Wendung zu geben. Was wäre über jene Schlacht zu sagen, die, wie die Westsachsen später berichteten, an Eskshügel stattgefunden hat? Es gab, genauer gesagt, zwei Schlachten, nämlich eine oben auf Eskshügel, die andere am Flussufer, und beide waren schnell entschieden. Harald und Baksek fielen. Sidrok, der Ältere, sah seinen Sohn sterben und wurde wenig später selbst getötet. So auch die Grafen Ospern und Fraena mit vielen anderen guten Kämpfern. Die Christenpriester erflehten von ihrem Gott Kraft für ihre Schwerter, und an diesem Tag schlief Odin, aber der Christengott war wach. Wir wurden zurückgeschlagen, sowohl auf dem Hügel als auch im Tal. Und nur der Erschöpfung des Feindes war es zu verdanken, dass wir nicht alle fielen und einige fliehen konnten. Zu den vielen Opfern gehörte auch Toki, Ragnars Schiffsmeister, der so geschickt mit dem Schwert hatte kämpfen können. Er starb in dem Graben vor Orfrids Schildwall. Ragnar, das Gesicht und das offene Haar voller Feindesblut, konnte es nicht fassen. Die Westsachsen triumphierten. Ich hatte nicht gewusst, dass die Dänen verlieren könnten. Aber mit vierzehn Jahren lernte ich auch diese Lektion. Zum ersten Mal hörte ich die Sachsen jubeln, und tief in meiner Seele rührte sich etwas. Während der Winter zum Frühling und der Frühling zum Sommer wurde, folgten noch viele Kämpfe. Mit dem neuen Jahr kamen weitere Dänen ins Land, die die Lücken in unseren Reihen schlossen, und wir siegten über die Westsachsen, so oft sie sich uns stellten. Jedes Mal trugen wir den Sinn davon. Das heißt, wir trieben den Feind zurück, konnten ihn aber nie endgültig bezwingen. Stattdessen rieben wir uns gegenseitig immer mehr auf. Und als der Sommer kam, waren wir von der Eroberung von Wessex ebenso weit entfernt, wie wir es zum Julfest gewesen waren. Immerhin gelang es uns, König Etheret zu töten. Bei Wilton wurde ihm von einer Axt die Schulter zerschmettert. Er hinterließ einen Erben, seinen ältesten Sohn, Prinz Aethelwold, der aber wie ich erst vierzehn Jahre alt war, also zur Herrschaft noch zu jung. Wessex brauchte einen starken Anführer, und darum entschied sich der ältesten Rat, der aus Adeligen, Bischöfen und einflussreichen Männern bestand, für Alfred. Alfreds erste Amtshandlung bestand darin, Boten auszuschicken und Halfdan zu Gesprächen einzuladen. Anscheinend wollte er Frieden, und weil wir dem Sieg immer noch nicht näher waren als vor einem halben Jahr, erklärte sich Halfdan zu dem Treffen bereit. Aber mit Alfred fertig zu werden, war nicht so einfach, wie es sich Halfdan und Ragnar vorgestellt hatten. Alfred war zwar der Bittsteller und wollte einen Friedensschluß, weil das dänische Heer tief nach Wessex vorgedrungen war, gab sich aber nicht so leicht geschlagen wie Birgret von Merzien. Als Halfdan den Vorschlag unterbreitete er, Alfred dürfe König bleiben, wenn er die wichtigsten Festungen des Landes an die Dänen abtreten würde, drohte Alfred, die Gespräche abzubrechen und den Krieg fortzusetzen. »Ihr beleidigt mich«, sagte er ruhig. »Wenn ihr unsere Festungen besetzen wollt, so kommt und nehmt sie euch.« »Das tun wir auch«, drohte Halfdan, worauf Alfred lediglich mit den Achseln zuckte, um anzudeuten, dass er die Dänen nicht fürchtete. Alfred trotz der Halfdan's Forderungen, obwohl ihm klar war, dass er Zugeständnisse machen musste. Die Verhandlungen zogen sich über eine ganze Woche hin, und ich war von Alfreds Hartnäckigkeit überrascht. »Wir wollen Frieden«, erklärte er wieder und wieder. »Ihr habt ihn ebenso nötig wie mein Volk, dem ich verpflichtet bin, und darum werdet ihr aus unserem Land abziehen.« Es wurde jedoch nicht den ganzen Tag über verhandelt. Alfred bestand darauf, erst dann mit den täglichen Gesprächen zu beginnen, wenn er den Gottesdienst besucht hatte. Mittags legte er eine Pause für Gebete ein, und noch ehe die Sonne unterging, verabschiedete er sich, um in die Kirche zu gehen. Wie dieser Mann betete. Aber so geduldig er auch verhandelte, so unnachgiebig war er, und am Ende musste sich Halfdan dazu bereit erklären, aus Wessex abzuziehen. Dafür verlangte er allerdings eine einmalige Zahlung von 6000 Silberstücken. Und um sicherzustellen, dass die Gegenseite dieser Forderung auch nachkommen würde, bestand er darauf, mit seinen Truppen in Readingden zu bleiben. Alfred drängte auf einen Rückzug der Dänen bis nach Lundain. Doch weil er endlich Frieden wollte, nahm er Halfdans Forderungen schließlich an. Und so wurde, unter feierlichen Schwüren auf beiden Seiten, der Friede geschlossen. Und wir kehrten nach Readingden zurück. Rorik war gestorben. Er war lange krank gewesen, und obwohl es manchmal schien, als könne er sich erholen, war er seinem Leiden doch erlegen. Ragnar sah mit Tränen in den Augen, wie der Körper seines Sohnes bei der Feuerbestattung von den Flammen verzehrt wurde. Am nächsten Morgen wollte er losreiten und Westsachsen töten, aber Raven und Halfdan hielten ihn zurück. Die Waffenruhe hielt an. Und nach drei Wochen trafen die ersten Silberlieferungen in Readingden ein, zusammen mit Viehfutter und Lebensmitteln. Alfred, so schien es, stand zu seinem Wort. Doch es gab Gerüchte, nach denen sowohl in Nordumbrien als auch in Merzien Aufständische für Unruhen sorgten. Die Dänen hatten einen Großteil England so rasch erobert, dass sie ihre Herrschaft noch nicht gesichert hatten. Auch versäumten sie es, sämtliche Festungen in den eroberten Gebieten zu besetzen, was zur Folge hatte, dass sich Unruhen wie ein Feuer auf Heideland ausbreiteten und allmählich gefährlich wurden. Es sei höchste Zeit, sagte Halfdan, diese Brandherde auszutreten und die Engländer mit Schrecken zur völligen Unterwerfung zu zwingen. Nur so könnten Nordumbrien, Merzien und Ostanglien befriedet unter Angriff auf Wessex neu aufgenommen werden. Wir bereiteten uns auf den Rückzug nach Lundänen vor. In den Norden zu ziehen, kam in diesem Jahr nicht mehr in Frage. Denn es war schon Herbst, als wir Lundänen erreichten, wo wir den ganzen Winter über abwarten mussten. Erst im Frühling stachen wir mit Ragnas drei Schiffen in See und segelten die Ostküste entlang nach Norden. Ich war inzwischen fünfzehn Jahre alt und so schnell gewachsen, dass ich die meisten Männer um Haupteslänge überragte. Ragnar ließ mich das Steuer übernehmen und brachte mir bei, auf Wind und Wellen zu achten und den Kurs zu halten. »Ich werde aus dir meinen zweiten Sohn machen,« sagte Ragnar auf dieser Reise. »Mein Ältester ist und bleibt mir der Liebste,« fuhr er fort, »aber du wirst wie ein Sohn für mich sein.« »Utret, Ragnarsson.« Der Klang dieses Namens schien ihm zu gefallen, denn er lächelte. »Diese Nacht verbrachten wir in der Hambamündung, und zwei Tage später erreichten wir Eofurwick.« Der Königspalast war in Ordnung gebracht worden. Vor den hohen Fenstern hingen neue Schlagläden. Auf dem Dach lag frisches, goldenes Rockenstroh, und die von Mosen überwucherten alten römischen Außenmauern waren sauber geschrubbt. Als Ragnar Zutritt verlangte, wurde er von den Wachen an der Pforte aufgefordert, zu warten. Ich dachte, er würde sein Schwert ziehen, doch ehe er seiner Wut nachgeben konnte, tauchte Kjartan auf. »Mein Herr«, grüßte er in säuerlichem Tonfall, »seit wann muss ein Däne an dieser Pforte warten?« knurrte Ragnar. »Seit ich es angeordnet habe,« erwiderte Kjartan, der herausgeputzt war wie der Palast. Er trug ein schwarzes Bärenfell, hohe Stiefel, ein Kettenhemd, ein Schwert, Gehänge aus rotem Leder und fast so viele Armreife wie Ragnar. »Ist der König da?« fragte Ragnar. »Er gewährt nur denen Audienz, die sich angemeldet haben,« antwortete Kjartan. Seufzend wandte sich Ragnar seinem ehemaligen Schiffsmeister zu und sagte, »Du reizst mich wie eine Laus. Wenn es dir gefällt, Kjartan, legen wir Haselnussruten aus und schlagen uns. Wenn nicht, dann spute dich und ruf den König, denn ich will mit ihm reden.« Kjartan biss die Zähne zusammen, war aber offenbar nicht darauf ausgegen, Ragnar anzutreten, und zog sich mit aufgesetztem Stolz in die hinteren Räume des Palastes zurück. Er ließ uns lange warten, doch schließlich kam uns König Egbert entgegen, gefolgt von sechs Wachen, zu denen auch der einäugige Sven zählte. Er schien wie sein Vater zu Wohlstand gekommen zu sein und war fast so groß wie ich, hatte breite Schultern und sehr kräftige Arme. Egbert wirkte nervös, bemühte sich aber redlich um ein königliches Auftreten. Ragnar verbeugte sich vor ihm und sagte, dass er im Auftrag Halfdans Gerüchten nachgehen wolle, wonach in Nordumbrien Aufständische für Unruhen sorgten, und, falls sich diese Gerüchte bewahrheiten sollten, werde er gegen die Aufständischen vorgehen. Nein, hier gibt es keine Unruhen, erwiderte Egbert, doch seine Stimme zitterte so sehr vor Angst, dass ich glaubte, er würde sich in die Hose machen. Es gab ein paar Auseinandersetzungen im Bergland, erklärte Kjartan mit abfälliger Miene, aber die waren schnell beendet. Er klopfte auf sein Schwert, um anzudeuten, womit sie beendet worden waren. Nordumbrien ist sicher. Ihr könnt also zu Halfdans zurückkehren, mein Herr, und mit einem weiteren Anlauf versuchen, Wessex zu unterwerfen. Ragnar ging auf die Spitze nicht ein und sagte, ich werde nach Hause gehen und in Frieden leben. Den Rest des Jahres verbrachten wir zu Hause. Wir schnitten Gras, ernteten das Getreide und malten es zu Mehl. Wir machten Käse und Butter. Händler und Reisende brachten uns Nachrichten. Doch aus Wessex gab es keine Neuigkeiten. Alfred regierte anscheinend immer noch über das letzte englische Königreich und warnte den Frieden. Ragnar machte sich auch um seine Tochter Tira Gedanken. »Er meint, es wäre an der Zeit, dass ich heirate,« sagte sie mir eines Tages beim Buttern. »Du?« lachte ich. »Ich bin fast dreizehn,« erwiderte sie trotzig. »Das stimmt, und wer soll dich heiraten?« Sie zuckte mit den Schultern. »Mutter findet Anwend passend.« Anwend gehörte zu Ragnars Gefolge. Er war ein wenig älter als ich, von kräftiger Statur und stets gut gelaunt. Ich mochte Anwend und glaubte, dass er gut zu Tira passen würde, die immer schöner wurde. Sie hatte langes, goldenes Haar, weit auseinanderstehende Augen, eine gerade Nase, makellose Haut. Und wenn sie lachte, war es, als ginge die Sonne auf. »Mutter findet, dass auch Brida heiraten sollte.« »Vielleicht hat Brida anderes im Sinn,« erwiderte ich. »Sie will dich zum Mann,« sagte Tira. Ich lachte. »Für mich war Brida eine Freundin, meine engste Freundin, und wir schliefen auch heimlich miteinander, was aber nicht hieß, dass ich sie heiraten wollte. Ich wollte überhaupt nicht heiraten. Ich hatte nur Schwerter, Schilde und Schlachten im Kopf. Und Brida dachte vor allem an Kräuter. Sie lernte alles, was ihr Sigrid über Kräuter und deren Anwendung beibringen konnte. Brida lernte Zauberformeln, die sie vor mir geheim hielt, und glaubte zu wissen, dass die Geister über einen kämen, wenn man nachts ganz still läge, sich nicht rührte und kaum atmete. Raven hatte ihr beigebracht, wie man mit den Göttern träumte. Dazu mußte man Ale trinken, dem zerstoßene Fliegenpilze beigerührt waren. Sie dichtete ihre ersten Lieder, Lieder über Vögel und andere Tiere, und Raven meinte, sie sei ein wahrer Skalde. Der Krieg war vergessen, bis sich zur Mittsommerzeit, als eine große Hitze auf den Hügeln lastete, unerwarteter Besuch einstellte. Graf Guthrum, der Unglückliche, kam in unser entlegenes Tal, begleitet von zwanzig schwarz gekleideten Reitern. Er war aus dem fernen Lundén gekommen, um mit Ragnar und Raven zu sprechen. Guthrum berichtete ihnen von seinen Beobachtungen während der Reise in den Norden. »Es gäbe Aufstände in Märzien«, sagte er, »die Ostangeln seien unruhig, und jetzt machten sich Gerüchtebreit, dass König Egbert in Eyre-Ferwick zur Revolte aufrufe.« »Egbert«, lachte Ragnar, »der könnte doch nicht einmal einen Betrunkenen zum Pissen aufrufen.« Doch Guthrum sollte Recht behalten. Auch in Eyre-Ferwick gab es eine Verschwörung. Allerdings bezweifle ich, dass Egbert dahinter steckte. Es war vielmehr Kjartan, der hinter vorgehaltener Hand verbreitete, dass König Egbert heimlich einen Aufstand plane. Das Gerücht wurde so laut, dass Egbert um sein Leben fürchten musste und eines Nachts mit einem Dutzend Gefolgsleuten an den dänischen Wachen vorbei nach Süden floh. Er fand Unterschlupf bei König Bergrid von Märzien. Rixig von Danholm wurde zum neuen König Nordumbriens ausgerufen. Er belohnte Kjartan mit der Erlaubnis, all jene Häuser zu plündern, die den Rebellen um Egbert Zuflucht geboten haben könnten. Der angebliche Aufstand war natürlich nur eine Erfindung Kjartans, der über die wenigen verbliebenen Klöster und Stifte Nordumbriens herfiel, sich daran noch mehr bereicherte und zu Rixigs ranghöchstem Krieger und Steuereintreiber aufrückte. Von all dem hörten wir nichts. Wir fuhren die Ernte ein und feierten, und es wurde verkündet, dass Tira und Anwend zu Jule heiraten würden. Ragnar bat Eldwolf den Schmied, ein Schwert für Anwend zu schmieden, das so schön sein sollte wie meines, und Eldwolf versprach es. Gleichzeitig wollte er ein Kurzschwert derart, wie es von Toki für die Nahkampf im Schildwall empfohlen worden war, für mich herstellen, und ich half ihm dabei, die ineinander gedrehten Eisenstangen auszuhämmern. Wir arbeiteten den ganzen Herbst, bis Anwends Schwert und meine Sachse fertig waren. Ich nannte sie Wespenstache und konnte es kaum abwarten, sie im Kampf auszuprobieren. Ich ersehnte und fürchtete gleichzeitig meinen ersten Schildwall, denn ein Mann war erst dann ein wahrer Krieger, wenn er in vorderster Reihe im Schildwall gekämpft hatte, im Königreich des Todes, dem Ort des Schreckens. Doch ich, Narr, wollte so schnell wie möglich dorthin. Doch die drei Spinnerinnen am Fuß des Lebensbaumes Iktrasil spotteten meiner. Das Julfest, an dem Tira heiraten sollte, sollte zur schönsten Feier seit Menschengedenken werden. Aber noch waren Brida und ich damit beschäftigt, Holzkohle für Eldwolf zu gewinnen, der Ragnar ein neues Schwert schmieden wollte. Es sollte sein Meisterwerk werden, und wir hatten den Auftrag, zwei Wagenladungen Erlenholz in den bestmöglichen Brennstoff zu verwandeln. Wir hatten uns vorgenommen, den Meiler am Tag vor dem Fest zu öffnen. Aber es war der größte, den wir je gebaut hatten, und wir mussten feststellen, dass er noch nicht genügend abgekühlt war. Darum versiegelten wir alle Luftlöcher in der Hoffnung, den Meiler am Julmorgen vor Beginn der Feierlichkeiten aufbrechen zu können. In der großen Halle hatten sich schon fast alle Männer Ragnars und ihren Familien eingefunden und wollten die Nacht dort verbringen, um pünktlich zur ersten Mahlzeit und zu den Spielen anwesend zu sein, die vor der Vermählungsteremonie auf der Weide unterhalb des Hauses stattfinden sollten. Brida und ich verbrachten die Nacht vor dem Meiler. Als ich irgendwann in den frühen Morgenstunden erwachte, schlief Brida tief und fest. Ich richtete mich vorsichtig auf, um sie nicht zu wecken, und starrte, lauschend und ohne mich zu rühren, in die Dunkelheit. Und dann hörte ich die Stimmen. Ich weckte Brida. Männer bewegten sich im Dunkel, und einige kamen auf den Meiler zu. Wir zogen uns in den nächtlichen Wald zurück, lautlos und schattengleich, bergan. Wir folgten ihnen. Wolfsgrau dämmerte der Himmel im Osten. Die Blätter waren mit Raureif überzogen, ein leichter Wind prägte sich. »Wir müssen Ragnar Bescheid geben«, flüsterte ich. »Doch für einen Alarmruf waren wir viel zu weit entfernt. Also versuchten wir, die Fremden zu umgehen. Doch wir waren noch nicht weit gekommen, als das Feuer ausbrach.« Dieser Morgen ist mir unauslöschlich in Erinnerung. Eingebrannt von den Flammen, die über unserem Hof aufloderten. Wir konnten nichts tun, nur zusehen. Kjartan und Sven waren mit mehr als hundert Männern in unser Tal gekommen, um Ragnars Haus zu überfallen. Ich erkannte Kjartan und seinen Sohn im Schein der brennenden Fackeln. Wir hörten Menschen und Tiere schreien. Einige Männer stürmten mit ihren Waffen ins Freie, doch sie wurden von den Soldaten niedergemacht, die das Haus umstellt hatten, an jeder Tür, vor jedem Fenster standen und alle Hochzeitsgäste und Bewohner des Hauses töteten. Ich sah weder Raven noch Ragnar noch Sigrid. Auch sie mussten ihr Leben lassen. Ich vermute, dass sie im Haus verbrannten, als das Dach in einem fauchenden Sturm aus Flammen, Rauch und Funkenschauern einstürzte. Ich weinte. Ich wollte Schlangenhauch ziehen und mich auf die Mörderbande stürzen, doch Brida hielt mich zurück und flüsterte mir zu, dass Kjartan und Sven sehr wahrscheinlich in den Wäldern der Umgebung nach Überlebenden suchen würden. So flohen wir tiefer in den Wald. Den ganzen Tag über stieg Rauch von Ragnars Gehöft auf, und in der Nacht sahen wir die Glut durch die schwarzen Äste der Bäume schimmern. Am nächsten Morgen lag immer noch Rauch über dem Tal, in dem wir glücklich gewesen waren. Wir schlichen uns näher heran und sahen Kjartan und seine Männer in den verkohlten Resten des Hauses herumstöbern. Sie sammelten, was noch zu gebrauchen oder zu verkaufen war. Metallteile, ein geschmolzenes Kettenhemd, Silberstücke. Sie schienen von ihrer Ausbeute enttäuscht. Mit einem Karren wurden Eltwulfs Werkzeuge und der schwere Amboss abgeholt. Tira saß mit einem Strick um den Hals auf einem Pferd und wurde von Sven weggeführt. Kjartan pisste auf einen Haufen glühender Scheite und lachte über irgendeine Bemerkung eines seiner Männer. Am Nachmittag waren sie verschwunden. Ich war 16 und meine Kindheit war zu Ende. Und Ragnar, mein Herr, der mich zu seinem Sohn gemacht hatte, war tot. In allen Gesellschaften gilt das Gesetz der Blutfäde, selbst bei den angeblich so frommen Westsachsen. Töte ein Mitglied meiner Familie, dann töte ich ein Mitglied deiner Familie und so geht es hin und her von Generation zu Generation. Oder bis eine der Familien keine Nachkommen mehr hat. Kjartan hatte eine Blutfäde heraufbeschworen. Ich wusste nicht wie, ich wusste nicht wo und ich wusste nicht wann, aber ich würde Ragnar rächen. Das schwor ich mir an diesem Tag. Noch am selben Abend wurde ich reich. Als die Engländer gegangen waren, führte mich Brida zur niedergebrannten Schmiede Eltwulfs und deutete auf den verkohlten Ulmenstumpf, der als Sockel für den Amboss gedient hatte. Den müssen wir beiseite schieben, sagte sie. Mit vereinten Kräften gelang es uns, den riesigen Holzklotz umzustoßen. Darunter war nichts als Erde. Brida forderte mich auf zu graben und weil ich kein anderes Werkzeug zur Hand hatte, benutzte ich meinen Wespenstachel als Spaten. Es dauerte nicht lange und die Klinge stieß auf Metall. Gold. In jener Nacht bargen wir 48 Münzen, dazu eine gleiche Menge an rohem Gold. Brida sagte mir, dass sie Ragnar und Eltwulf eines Nachts beim Vergraben dieses Schatzes beobachtet habe. Ohne Zweifel war Kjartan genau darauf ausgewesen, denn er wusste, dass Ragnar reich war. Doch der hatte sein Versteck gut gewählt. Auf diesem Hort, Ragnars Hort, hatte sein ältester Sohn Anspruch. Doch er, der nun nicht mehr Ragnar der Jüngere war, weilte im fernen Irland. Wahrscheinlich lebte auch er nicht mehr, denn Kjartan hatte mit Sicherheit Männer ausgeschickt, um ihn zu töten. Aber tot oder lebendig, er war nicht zur Stelle, also nahmen wir den Schatz. »Was machen wir jetzt?« fragte Brida. »Wir gehen nach Süden,« sagte ich. »Ich habe Verwandte in Merzien.« Mein Oheim, Oldermann Ethelred, hielt gerade Gericht, als wir in Serencister, einer mit festen Mauern umringten Römerstadt, eintrafen. Und so warteten wir unter Bittstellern und Eidleistern in seinem Haus, wo wir mit ansahen, wie zwei Männer ausgepeitscht wurden. Ein Dritter musste dafür büßen, dass er Vieh gestohlen hatte, er wurde im Gesicht gebranntmarkt und in die Verbannung geschickt. Schließlich führte uns ein Diener nach vorne und verlangte, dass wir uns verbeugten. Ich weigerte mich. Und nun wurde Ethelred aufmerksam. Er war groß gewachsen, gut über vierzig Jahre alt, hatte einen mächtigen Bart und sonst nur wenige Haare auf dem Kopf. »Wer bist du?« knurrte er. »Ich bin Oldermann Utreth,« antwortete ich. »Ich bin der Sohn Utreth von Webernburg und seiner Frau Ethel Gifu. Ich bin euer Neffe.« Er starrte mich an. Ich muss nach der Reise und mit meinem langen Haar ziemlich verwildert ausgesehen haben, aber ich besaß zwei Schwerter und sehr viel Stolz.« Ethelred bekreuzigte sich zum Andenken an seine jüngere Schwester, an die er sich wahrscheinlich kaum erinnern konnte. Er fragte, was ich von ihm wolle. »Obdach«, antwortete ich, und berichtete ihm, dass ich seit dem Tod meines Vaters Gefangener der Dänen gewesen war. Doch erst, als ich ihm zwei Goldmünzen gab und auf ein Kruzifix schwor, kein weiteres Geld zu haben, zeigte er sich mir gegenüber ein wenig freundlicher. Brida hielt er für meine Geliebte, was ja auch der Fall war, sonst aber nahm er kaum Notiz von ihr. Er nickte missmutig und hatte dem Anschein nach Verständnis für mein Anliegen. In Wahrheit aber war ihm meine Ankunft ein Ärgernis, hatte er doch nun, aufgrund der familiären Verpflichtung, zwei weitere Mäuler zu stopfen. Ungefähr einen Monat nach meiner Ankunft kam Ethelred zu Ohren, dass ein welscher Kriegshaufen die Säffern überquert hatte, nahe Frampton in sein Land eingedrungen war und Rinder raubte. Er wandte sich mit fünfzig Männern nach Garten, gab aber dem Hauptmann seiner Garde, einem Recken namens Tedwine, den Auftrag, zur Römerstadt Glee-Wessester zu reiten, um der räuberischen Bande den Rückweg abzuschneiden. Zu den zwanzig Kämpfern um Tedwine sollte auch ich gehören. »Du bist ein großer Kerl«, sagte Ethelred, bevor er aufbrach, »hast du schon einmal im Schildwall gekämpft?« »Nein, Herr«, antwortete ich. »Dann wird es Zeit, dass du es lernst«, knurrte er, schickte mich mit einer flüchtigen Handbewegung fort und sagte Tedwine, dass er mich in den Schildwall stellen sollte, falls es zum Kampf kommen würde. Tedwine war sehr stämmig, so groß wie ich, aber doppelt so breit. Er hatte die Brust eines Hufschmieds und kräftige Arme, auf die er mit Tinte und Nadel eigentümliche Zeichen stach. Es schmeckte ihm nicht, mich in seiner Truppe zu haben, und dass Brida darauf bestand, mitzuziehen, gefiel ihm noch weniger. Doch ich erklärte ihm, dass sie meinem Vater geschworen habe, niemals von meiner Seite zu weichen, außerdem sei sie, so sagte ich, eine besonders listenreiche Frau, die den Feind mit Hilfe von Zauberformeln verwirren könne. Er glaubte mir und dachte vielleicht, dass seine Männer, wenn ich tot wäre, ihren Spaß an Brida haben würden, während er, Ethelred, mein Schwert überbringen könne. Die Waliser hatten die Säffern am Oberlauf überquert und waren dann nach Süden gezogen, wo auf üppigen Weiden fette Rinder grasten. Es war ihre Art, schnell vorzustoßen und sich ebenso schnell wieder zurückzuziehen, sodass die Merzier keine Truppen zusammenstellen konnten. Ethelred hatte aber rechtzeitig von dem geplanten Überfall erfahren, und während er nach Süden ritt, folgten wir Tedwine nach Norden, zu der Brücke über die Säffern, über die man am schnellsten nach Wales kam. Die Räuber liefen uns geradewegs in die Falle. Wir erreichten die Brücke in der Abenddämmerung, übernachteten auf freiem Feld und sahen am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, die Wäldschen mit den gestohlenen Rindern auf uns zukommen. Ihre Pferde waren im Unterschied zu unseren erschöpft, und so versuchten sie erst gar nicht, uns auszuweichen. Sie rückten bis zur Brücke vor und bildeten einen Schildwall. Wir stiegen von den Pferden und formierten uns ebenfalls. Uns standen achtundzwanzig Männer gegenüber, verwegen aussehende Kerle mit wüsten Haaren, langen Bärten und zerrissenen Kleidern. Ihre Waffen und Schilde aber waren gut gepflegt. Ich war nervös. Nein, mehr noch, voller Angst und Schrecken. Ich hatte keine Rüstung, während alle anderen aus Tedwines Truppe Kettenhemden oder festes Leder trugen. Tedwine hatte einen Helm auf dem Kopf, ich nur Haare. Mein Mund trocknete aus, ein Muskel im rechten Bein fing an zu zittern, und mein Magen rebellierte. Doch unter die Angst mischte sich auch Erregung. Mein Weg hatte mich hierher geführt, in einen Schildwall, und falls ich ihn überlebte, würde ich ein Krieger sein. Pfeile flogen, einer nach dem anderen. Sie trafen alle auf Schilde, bis auf einen, der seinen Weg in die Brust eines Mannes fand. Er ging zu Boden, worauf der welsche Anführer die Geduld verlor und anfing zu brüllen, und dann griffen sie an. Jetzt! rief Tedwine, und wir alle rückten vor. Wie Eldwolfs Hammer auf den Amboss, so heftig krachte etwas auf meinen Schild. Ich sah eine Axt von oben auf mich niederfahren, riss den Schild in die Höhe und stieß meinem Gegenüber die Klinge in den Unterleib, gerade so, wie es mir von Toki beigebracht worden war. Ein grausamer, tödlicher Streich. Ich richtete mich auf, zog Schlangenhauch über die linke Schulter und hieb damit auf denjenigen ein, der meinen rechten Nachbarn angriff. Der Streich war gut gezielt, und ich zog das Schwert zurück, um die von Eldwolf geschärfte Schneide ihr Werk verrichten zu lassen. Ich stieg über mein erstes Opfer weg und rückte aus dem Schildwall, in dem nun Tedwine meinen Platz einnahm. Ich war jetzt auf der welschen Seite, mit zwei Toten vor den Füßen, und sah mich dem Angriff eines Mannes ausgesetzt, der sein Schwert wie eine Sense führte. Es prallte vom Buckel meines Schildes ab, und ehe er sich in Deckung bringen konnte, stieß ich ihm die Klinge in den Hals, zog sie sogleich zurück und schlug, als ich mit Schwung zu einem weiteren Streich ausholte, gegen einen Schild im Rücken. Was für ein Taumel! Ich tanzte in einem lustvollen Hochgefühl und empfand nun selbst jene überschwängliche Freude am Kampf, von der Ragnar so oft gesprochen hatte. Wer sie nicht erfahren hat, ist kein Mann. Es war zwar keine wirkliche Schlacht, nur eine Bestrafung von Räubern, wohl aber mein erster Kampf, und die Götter waren in mich gefahren, hatten meinem Arm Schnelligkeit und meinem Schild Stärke verliehen, und als der Kampf entschieden war, als ich im Blut der Gefallenen wartete, wusste ich, dass ich gut war. Mehr als gut! Ich hätte in diesem Moment die ganze Welt erobern koennen, und bedauerte nur, dass mich Ragnar nicht gesehen hatte. Dann aber stellte ich mir vor, dass er vielleicht von Valhalla auf mich herabblickte. Und so hob ich mein Schwert gen Himmel und rief seinen Namen. Ich habe andere junge Männer mit derselben Freude aus ihrem ersten Kampf kommen sehen und nach dem nächsten Gefecht begraben. Junge Männer sind töricht. Und ich war jung. Aber ich war gut. »Wo hast du zu kämpfen gelernt?« fragte mich Tedwine. »Ich habe den Dänen zugesehen.« »Zugesehen! War das euer erster Schildwall?« »Mein erster«, gab ich zu. »Aber nicht euer letzter«, wage ich zu behaupten. »Nicht euer letzter.« Er sollte Recht behalten. Wir spiesten ihre abgetrennten Köpfe an der Brüstung der Brücke auf, zum Gruß für andere Britonen, die ihr verlorenes Land besuchen wollten. Dann ritten wir gen Süden, um uns mit Etheret zu treffen, dem es bestimmt nicht gefiel, dass ich noch lebte und hungrig war. Doch er billigte Tedwines Urteil, wonach ich als Kämpfer von Nutzen sein könne. Nicht, dass viele Kämpfe zu erwarten waren, außer denen gegen Banditen und Viehdiebe. Als ich einmal von einem solchen Kampf spätabends zurückkehrte und mein Pferd einem Stallknecht überließ, um möglichst schnell etwas zu essen zu bekommen, fand ich niemand anderen als Pater Willibald, einen Priester von Alfreds Hof im Haus. »Ich hoffe, es geht dir gut, Utrecht.« »Ja, durchaus«, erwiderte ich. »Alfred hat mich geschickt, nach dir zu suchen.« »Will er mir immer noch das Lesen beibringen?« »Er will euch sehen, Herr. Er möchte mit euch reden.« »Worüber will er mit mir reden?«, fragte ich argwöhnlich. »Über Gott?« Der Priester seufzte. »Alfred ist seit zwei Jahren unser König. Sein ganzes Denken kreist zum einen um Gott, zum anderen um die Dänen. Ich glaube, er weiß sehr wohl, dass ihr ihm, was Gott angeht, nicht helfen könnt.« Ich lächelte. »Ihr werdet also zu ihm gehen?« Ich berührte Brida, die sich neben mich gesetzt hatte, und sagte, »Wir gehen.« Orfred hielt sich in Wintensester auf, der westsächsischen Hauptstadt inmitten fruchtbarer Landschaft. Auch diese Stadt war von den Römern gegründet worden, und Orfreds Palast bestand noch zum großen Teil aus alten Mauern. Sein Vater hatte ein großes Burghaus aus Fachwerk hinzugefügt, und Orfred ließ eine Kirche erbauen, die dieses Haus sogar überragen sollte, doch noch waren die aus Stein gemauerten Außenwände eingerüstet. Brida und ich erforschten den Palast. Hier lebten etliche Kämpfer. Viele von ihnen waren große Aldermänner, die zu Orfreds Hofstaat gehörten. Weit größer aber war die Zahl der Priester. Und nur einer Handvoll Männern, nämlich der vertrauten Leibwache des Königs, war es erlaubt, im Palast Waffen zu tragen. In Wahrheit glicht der Ort weniger einem Königshaus als einem Kloster. In einem Saal waren zwölf Mönche tagtäglich damit beschäftigt, Bücher zu kopieren. Unermüdlich kratzten dort Gänsekiele über Pergament. Es gab drei Kapellen. Eine stand am Rande eines blumengeschmückten Hofes, der wunderschön anzusehen war und einen herrlichen Duft verströmte. Hinter uns ertönte eine Stimme. »Die Römer haben diesen Hof erbaut.« Ich drehte mein Knie, wie es sich vor einem König gehört, doch er hieß mich mit einer Handbewegung aufstehen. »Sei willkommen, Otrecht«, grüßte er. »Danke, Herr«, entgegnete ich und wunderte mich darüber, dass er allein war. Ich hatte ihn nie gesehen, ohne dass ihn eine Schar Priester umringt hätte. »Kommt.« Er führte uns durch eine Tür in einen Raum, der allem Anschein nach seinen Privatkammer war. Mein erster Blick fiel auf ein Stehpult, an dem er offenbar zu lesen und zu schreiben pflegte. Außerdem waren da ein Stuhl, auf dem sich sechs Bücher und etliche Pergamentbögen stapelten, und ein niedriger Altar mit einem Kruzifix aus Elfenbein und zwei Edelstein-besetzte Reliquienbehälter. »Es freut mich, dass du gekommen bist«, sagte er milde. »Ich wollte dich nach dem Abendessen aufsuchen, sah dich aber im Garten und dachte, dass wir auch jetzt miteinander sprechen könnten.« Er lächelte, und ich, ungehobelt wie ich war, blickte finster drein. Brida hockte neben der Tür. »Du bist also zu Graf Ragnar zurückgekehrt.« »Er hat dich nicht gefangen gehalten, Otrecht«, stellte Alfred fest. »Du warst nie seine Geisel, sondern fiel mir eine Art Sohn für ihn, stimmt das?« »Ich habe ihn geliebt«, platzte ich heraus. Er starrte mich an, und mir wurde ganz unbehaglich. Seine sehr hellen Augen vermittelten mir das Gefühl, vor Gericht zu stehen. »In Erfurwick wird aber davon geredet, dass du ihn getötet hast«, fuhr Alfred mit ruhiger Stimme fort. »Jetzt war ich es, der ihn anstarrte.« »Aber warum war ich so überrascht?« »Was sollte Kjartan sonst behaupten?« »Alles Lüge«, sagte Brida. »Alles Lüge«, bestätigte ich wütend. »Ich glaube dir«, sagte er. »Deshalb habe ich dich hergebeten, damit du mir noch mehr berichtest. Wusstest du, dass Ivar der Knochenlose tot ist?« Meine Hand fuhr unwillkürlich an mein Amulett, das ich unter dem Wams trug. »Nein. Tod?« »Ich konnte es kaum glauben.« »Er fiel im Kampf gegen die Iren«, erklärte Alfred. »Ragnars Sohn ist mit seinen Männern nach Nordumbrien zurückgekehrt. Wird er Kjartan angreifen?« »Wenn er erfährt, dass Kjartan seinen Vater ermordet hat, reißt er ihm die Eingeweide heraus«, antwortete ich. »Graf Kjartan hat geschworen, dass er in dieser Sache unschuldig ist. Er lügt.« »Wenn Ragnar diese Wahrheit von dir erfährt, muss Kjartan um sein Leben fürchten. Es muss ihm also daran gelegen sein, dich zu töten. Das solltest du wissen, falls du eine Rückkehr nach Sirencester in Erwägung ziehst. Denn dort haben die Dänen Einfluss. In Wessex wirst du in Sicherheit. Aber wie lange wird Wessex standhalten?« Offenbar erwartete er keine Antwort. »Oba hat Krieger nach Märzien geschickt, was darauf hindeutet, dass er folgen wird.« »Alfdan will Iwa rächen. Also wird er vermutlich nicht nach Wessex kommen, jedenfalls nicht so bald. Aber selbst wenn er in Irland bleibt, haben wir hier noch viele Heiden gegen uns.« Alfred hatte, wie er mir sagte, schon in diesem Jahr mit einem Angriff gerechnet, wozu es aber wegen der schlechten Vorbereitung der Dänen nicht gekommen war. »Dieser Zustand wird allerdings nicht andauern,« sagte er. »Vermutlich kommen sie im nächsten Jahr, angeführt von Oba.« »Was weißt du über Guthrum? Über wie viele Schiffe verfügt er?« »Ich hatte keine Ahnung. Siebzig? Richtig? Hundert?« »Es werden wahrscheinlich sehr viel mehr sein,« entgegnete Alfred. »Und ich könnte nicht einmal zwanzig gegen sie aufbringen.« »Bist du schon einmal zur See gefahren, Utreth?« »Viele Male.« »Ich möchte dir folgenden Auftrag geben,« hob er an. Doch in diesem Moment ertönte eine Glocke und er unterbrach sich. »Zeit zum Beten,« sagte er und legte die Schreibfeder nieder. »Du kommst mit?« »Es war keine Frage, eher ein Befehl.« »Ich habe anderes zu tun,« sagte ich, und dann nach kurzem Zögern, »Herr.« Er schaute mich überrascht an. War es ihm doch fremd, dass sich andere seinen Wünschen widersetzten, vor allem, wenn es darum ging, mit ihm zu beten. Aber angesichts meiner entschlossenen Miene drängte er nicht weiter. Alfred entließ uns und eilte hinaus, um sich den Mönchen anzuschließen, die zur Kirche gingen. Wenig später ertönte eine dumpfe Litanei, die uns, Brida und mich, aus dem Palast in die Stadt trieb, wo wir ein Wirtshaus entdeckten, in dem gutes Eil ausgeschenkt wurde. Nach kurzer Zeit betrat Pater Bejokka den Gastraum. »Ich habe überall nach euch gesucht,« sagte er und fügte den Blick auf mich gerichtet hinzu. »Alfred verlangt nach dir. Er will, dass du auf einem seiner Schiffe das Kommando führst.« Ich war sprachlos. »Wir bauen Schiffe, Utrecht,« fuhr Bejokka begeistert fort, »Schiffe, um die Dänen zu bekämpfen. Das ist es, was Alfred will.« Ich erinnerte mich an die Freuden der Seefahrt, an die vom Wind geblähten Segel, an die in der Sonne glitzernden Wellen, an die Lieder der Ruderer, an das Hochgefühl, das Steuer in der Hand halten zu dürfen, und an die vor dem Bug aufschäumende Gischt über grüner Dünung. »Dazu wäre ich gern bereit,« sagte ich. »Gott sei gelobt,« sagte Bejokka. Bevor ich Wintenzester verließ, waren auf Alfreds Geheiß von einem Palastdiener ein Helm und ein Kettenhemd in den Garten gebracht worden. Beides lag vor mir im Gras. »Für dich, Utrecht, beides stammt von einem Dänen, der an Esks Hügel gefallen ist,« erklärte Alfred. »Herr!« Ich kniete nieder und küßte ihm die Hand. »Ein Jahr in meinen Diensten,« sagte er, »mehr verlange ich nicht von dir.« »Ihr könnt euch auf mich verlassen.« »Von meinen Männern hat noch keiner an Bord eines Schiffes gekämpft,« sagte er. »Sie müssen es lernen. Du, Utrecht, obwohl noch jung, hast Erfahrung und verstehst mehr davon als jeder andere. Darum geh und unterrichte sie.« Ich sollte seinen Männern überlegen sein? Ich hatte zwar die Windfieper gesteuert, aber noch nie an Bord eines Schiffes gekämpft. Davon sagte ich Alfred allerdings kein Wort, nahm stattdessen seine Geschenke und reiste an die Küste im Süden. Alfred gab uns Pferde für unsere Reise und schickte Pater Willibald zur Begleitung mit. Nicht damit er auf uns aufpasste, sondern weil er meinte, dass seine neuen Schiffsmannschaften geistlichen Zuspruch nötig haben würden. Alfred erwartete Gutrums Angriff im kommenden Frühjahr des Jahres 874. Doch es kam weder im Frühling noch im Sommer dazu. Gutrum hätte angreifen sollen, doch er war ein vorsichtiger Mann, der stets mit dem Schlimmsten rechnete. Er verwendete volle 18 Monate darauf, das größte Dänenherr aufzustellen, das jemals auf englischem Boden gestanden hatte. Mich verschlug es auf die Heerengel, was Erzengel bedeutet und der Name meines Schiffes war. Es gehörte natürlich nicht mir. Sein Meister hieß Werferth. Die Kämpfer an Bord waren von einem bärbeißigen alten Kerl namens Leofric angeführt. Und ich? Ich war nur Dreck in diesem Butterfass. Man brauchte mich nicht. Alfreds schmeichelnde Worte, mit denen er mir in Aussicht gestellt hatte, seine Seemänner zu Kämpfern auszubilden, waren eben nur Worte gewesen. Ich hatte mich von ihm überreden lassen und zum einjährigen Dienst in seiner Flotte verpflichtet. Und so war ich nun in Hempten, einer schönen Hafenstadt an der Spitze eines tief ins Landesinnere reichenden Meeresarms. Auf Alfreds Befehl wurden zwölf Schiffe gebaut. Die Aufsicht führte ein Schiffsbauer, der als Ruderer auf einem dänischen Schiff gedient hatte, dann ins Frankenland geflohen und schließlich nach England zurückgekehrt war. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass größere Schiffe kleineren gegenüber im Vorteil waren, weil sie mehr Männer aufnehmen konnten und mit ihren hohen Bordwänden eine Art Schutzwall bildeten. Darum ließ er zwölf große Schiffe bauen, die mir auf den ersten Blick recht seltsam erschienen, da ihnen jeglicher Schmuck an Vorder- und Hintersteven fehlte. Stattdessen trugen sie Kruzifixe an den Masten. Den Oberbefehl über die gesamte Flotte führte Oldermann Hacker, der Bruder des Oldermanns von Hamptonskir. Als ich mich ihm vorstellte, sagte er mir nur, dass ich mein Kettenhemd in einen geölten Sack stecken solle, damit es nicht roste. Dann überließ er mich Leofric. Der verlangte von mir, dass ich ihm meine Hände zeigte. Er musterte sie, verzog das Gesicht und sagte, die sind bald voller Blasen, Irsling. Irsling war sein Lieblingswort. Es bedeutet Arschloch. Den ganzen Herbst und Winter über ruderten wir auf dem weiten Meeresarm hin und her und bis auf den Solent hinaus, wie das Meer südlich der Insel White genannt wurde. Wir kämpften mit Wind und Wetter und trieben die Heerenkel durch harte Wellen, bis wir als Mannschaft aufeinander eingespielt waren und das Schiff übers Wasser springen lassen konnten. Zu meiner Überraschung war die Heerenkel ein sehr schnelles Schiff. Ich hatte angenommen, dass sie bei ihrer Größe viel langsamer sein müsste als dänische Schiffe. Tatsächlich aber war sie äußerst schnell und Leofric machte aus ihr eine tödliche Waffe. Er konnte mich nicht leiden und dass er mich einen Irsling schimpfte, musste ich mir gefallen lassen, denn hätte ich ihm die Stirn geboten, wäre es um mich geschehen gewesen. Er war gedrungen, stark wie ein Ochse und ebenso leicht reizbar. Sein Gesicht war vernarbt und sein Schwert bis auf die Breite eines Messers abgewetzt, was ihn jedoch nicht weiter störte, weil er ohnehin die Streitaxt als Waffe bevorzugte. Er konnte mich nicht leiden. Ich aber mochte ihn. Brida brachte ihn einmal dazu, von seinen Kämpfen zu berichten, die alle auf festem Boden stattgefunden hatten. Er erzählte uns von der Schlacht auf Esks Hügel und davon, dass dort ein einziger Mann, offenbar er selbst, mit seiner Axt den dänischen Schildwall aufgebrochen hatte. Er sah, dass ich aufmerksam zuhörte und erkundigte sich spöttisch, schon mal in einem Schildwall gestanden, Irsling. Ich hielt einen ausgestreckten Finger in die Luft. Er hat den feindlichen Schildwall durchbrochen, sagte Brida. Leofric mochte Brida, verweigerte ihr aber den Zutritt zu Heerengel, weil er glaubte, dass Frauen einem Schiff Unheil brachten. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Gegen wen habt ihr gekämpft? Nonnen? Waliser, antwortete Brida. Ah, welche! Himmel, die zu töten ist ein Kinderspiel, sagte er, was nicht stimmte, doch auf diese Weise pflegte er seinen Groll gegen mich. Ich mochte Leofric sehr. Der Jahreswechsel kam. Ich wurde 18. Das große dänische Heer rückte nicht an, doch ihre Schiffe kreuzten auf. Die Dänen waren wie der Wikinger. Mit ihren Drachenschiffen, einzeln oder zu zweit, fielen sie über die Küste von Wessex her, raubten, brandschatzten und töteten. Doch in diesem Jahr waren auch Olfreds Schiffe bereit. Also stachen wir in See. Im Frühjahr, Sommer und Herbst des Jahres 875 ruderten wir vor der Südküste von Wessex auf und ab. Ich legte mich in die Riemen, bis alle meine Glieder schmerzten und meine Hände so rau wie Eichenrinde waren. Doch das Rudern machte mich auch immer kräftiger. Ich war jetzt groß und stark, herausfordernd und streitlustig und brannte darauf, gegen ein dänisches Schiff zu kämpfen. Allerdings ging unsere erste Feindberührung schlecht aus. Wir hatten uns von unseren Geleitschiffen Cherupen und Christenlik abgesetzt und kreuzten vor den prächtigen Kreidefelsen von Suth-Siexa, in der Hoffnung, ein Wikinger-Schiff in die Falle locken zu können. Der Plan ging auf. Doch die Wikinger waren schlauer als wir. Sie hatten ein kleines Schiff, sehr viel kleiner als unseres, und wir folgten ihm gegen die Strömung des ablaufenden Wassers in Richtung Küste. Mit jedem Ruderschlag rückten wir näher heran. Doch als die Dänen Cherupen und Christenlik am Horizont im Süden aufkreuzen sahen, machten sie kehrt. Ihr Schiff drehte sich wie auf einer Spindel und kam nun, von der Strömung geschoben, auf uns zu. »Halt drauf!« brüllte Lyofric, unserem Steuermann Werferth, zu, der sich aber dem Befehl widersetzte und auszuweichen versuchte, weil er keinen Zusammenstoß riskieren wollte. Ich sah das Wikinger-Schiff näher kommen und die Ruder in den Löchern der Bordwände verschwinden. Es rammte unsere Steuerbordseite. Unsere Ruder brachen, eins nach dem anderen, und so wuchtig schnellten die Schäfte zurück, dass manchem von uns die Rippen eingedrückt wurden. Dann legten vier oder fünf dänische Bogenschützen auf uns an. Ein Pfeil durchbohrte Werferths Hals, und während sich unser Steuermann in seinem Blut wälzte, verfluchte Lyofric die Dänen in ohnmächtiger Wut. Diese fuhren ihre Ruder wieder aus und entfernten sich unter höhnischem Gebrüll. »Hast du schon mal ein Schiff gesteuert, Irsling?« fragte mich Lyofric, als er den sterbenden Werferth zur Seite zog. »Ja? Dann steuere dieses.« Mit nur der Hälfte unserer Ruder schleppten wir uns in den Hafen zurück. Wir hatten zwei Dinge gelernt. Nie ohne Ersatzruder in See zu stechen und stets Bogenschützen mit an Bord zu nehmen. Doch Alderman Friola, der den Fjord von Hamptonskir anführte, wollte auf keinen seiner Bogenschützen verzichten, zumal ihm ohnehin, wie er sich beklagte, schon allzu viele Kämpfer von der Flotte abgezogen worden waren. Pater Willibald erklärte sich bereit, Alfred einen Brief zu schreiben. »Na schön, ihr werdet ihm schreiben«, erwiderte Lyofric. »Und was dann?« »Wenn Alfred unser Gesuchtern irgendwann einmal zur Kenntnis nimmt, wird er sich mit den beiden verfluchten Bischöfen beraten und uns schriftlich auffordern, ihm weitere Informationen zukommen zu lassen. Inzwischen ist Lichtmess und wir sind alle tot, gespickt mit dänischen Pfeilen.« Seine Worte nahmen mich weiter für ihn ein. Er sah mich grinsen. »Was findest du so komisch, Irsling?« blaffte er. »Ich könnte euch zu Bogenschützen verhelfen«, sagte ich. »Wie denn?« Mit einer von Ragnars Goldmünzen. Wir zeigten sie dem Volk auf dem Marktplatz von Hampton und verkündeten, dass diese sonderbar geprägte Münze demjenigen gehören sollte, der sich im Wettstreit als der beste Bogenschütze erwiese. Das Goldstück war mehr wert, als ein Mann im Jahr verdiente. Und zur verabredeten Zeit fanden sich über 40 Männer auf dem Marktplatz ein, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Wir brachten die zwölf Besten an Bord der Heerengel, verteilten zwanzig weitere Männer auf Cherupin und Christenlik und stachen in See. »Du bist zwar Ziegenschiss, aber immerhin doch zu etwas Nütze«, sagte Leofric. »Es wird Ärger geben, wenn wir zurückkehren«, warnte ich ihn. »Natürlich wird es Ärger geben«, bestätigte er. »Aber bis dahin töten wir noch ein paar Dänen.« Und das taten wir. Zufällig begegneten wir demselben Schiff, das uns eine so schmähliche Niederlage bereitet hatte. Es versuchte uns auf gleiche Weise zu überrumpeln, doch diesmal rammte ich mit der Heerengel das Dänenschiff von hinten. Die Wucht war so groß, dass unser Bug über seine Bordwand glitt und es halb unter Wasser drückte. Während unsere zwölf Bogenschützen die Mannschaft mit einem Pfeilhagel belegten, führte Leofric einen Angriff über das Vorschiff. Zwei von unseren Männern war es gelungen, die beiden Schiffe miteinander zu verteuern. Ich warf mich, ohne Helm oder Kettenhemd, aber mit Schlangenhauch in den Kampf. Mit Schiffs krachten die Schilder aufeinander, Speere, Schwerter und Äxte flogen, Klingen trafen klirrend aufeinander und gellendes Geschrei erfüllte die Luft. Ehe Chirupin oder Chris Stanlik zu uns aufschließen konnten, war der Kampf entschieden. Wie ich es genoss, jung und stark zu sein, ein gutes Schwer zu besitzen und überlebt zu haben. Die 46 Männer der dänischen Mannschaft waren bis auf einen alle tot. Wir hatten drei Männer verloren und sechs waren so schwer verwundet, dass für sie kaum Aussicht auf Rettung bestand. Wir schöpften das Dänenschiff aus und führten es im Schlepp nach Hemden. In der blutüberströmten Bilge wurde eine Truhe voller Silber gefunden. Leofric beschenkte die Bogenschützen mit einem großzügigen Beuteanteil. Daraufhin wollten uns nur noch zwei von ihnen verlassen, als der Landvogt bei unserer Rückkehr ihre Auslieferung verlangte. Alle anderen witterten eine Möglichkeit, reich zu werden, und blieben bei uns. Es wurde Sommer und ein weiterer dänischer Angriff blieb aus. Alfred wehnte sich in Sicherheit. Er verließ sein Lager im Norden, um der Flotte einen Besuch abzustatten. Als er in Hemden eintraf, erreichte uns gleichzeitig die Nachricht, dass sieben Dänenschiffe vor Helen Seaguy gesichtet worden waren, einer unweit von Hemden gelegenen Insel in flachem Gewässer. Die Nachricht bestätigte sich, als wir Rauch von einer geplünderten Siedlung aufsteigen sahen. Von unserer Flotte waren zu dieser Zeit nur sechs Schiffe im Hafen, die anderen befanden sich auf See. Als Alfred von den Dänen vor Helen Seaguy hörte, befahl er uns, die Schiffe klarzumachen, und ging selbst an Bord der Herr Engel, begleitet von zwei Leibwachen und drei Priestern. Alfred war von den Schiffen des Feindes gebannt, die er noch nie so nah vor Augen gehabt hatte. Mir hatte es die Sprache verschlagen, als ich unter den sieben Schiffen, die im Schlick feststeckten, eines wiedererkannte. Die Windfieber. Ich legte mein Kettenhemd an, dessen Lederfutter nach abgestandenem Schweiß stank, setzte den Helm auf und gürtete das Langschwert auf den Rücken und meinen Wespenstachel an die Seite. Wir würden nicht Bordwand an Bordwand, sondern auf schlammigem Grund im Schildwall kämpfen. Die Dänen waren im Vorteil, weil sie vor uns, die wir aus den Schiffen steigen mussten, in Stellung gehen konnten. Es war nicht leicht, die Herr Engel in der tückischen Strömung zu halten. Doch die vereinten Kräfte unserer Ruderer drehten das Schiff auf der Stelle. Ich vermutete, dass Leofric auf die anderen Schiffe warten wollte, damit wir gemeinsam von Bord gehen konnten. Tatsächlich aber hatte er es auf eine flache Landzunge aus Sand und Schlick abgesehen, die vom Ufer aus ins Haff hineinragte. Dort wollte er anlanden, um zu verhindern, dass sich unsere ersten Männer, die von Bord gingen, sofort dem Schildwall der Dänen gegenüber sahen, der aus sieben Schiffsmannschaften bestand. Die Sandbank war so schmal, dass höchstens vier Männer Schulter an Schulter darauf Platz fanden. Wenn es dort zum Kampf käme, waren die Kräfte gleich stark. »Zum Sterben, Irsling, ist diese Stelle allemal gut genug«, sagte er zu mir und führte mich ins Vorschiff. Alfred eilte uns nach. »Auflaufen«, brüllte Leofric dem Steuermann zu. »Jetzt!« Kaum hatte unser Kiel aufgesetzt, sprangen wir von Bord ins Wasser, das uns bis zu den Knien reichte. Augenblicklich hatten wir die Schilde aneinandergelegt und einen Schildwall errichtet. Ich griff nach meinem Wespenstachel, als die ersten Dänen vor uns standen. »Tötet sie«, brüllte Leofric. Ich stieß meinen Schild nach vorn und krachend schlug der Eisenbuckel gegen Lindenholz. Eine Axt fuhr von oben auf mich herab, doch ein Mann hinter mir wehrte sie mit seinem Schild ab, und ich, tief gebückt, stach mit meiner Klinge zu, traf aber gleichfalls nur auf Holz. Ich zerrte meine Sachse frei, stocherte erneut und spürte plötzlich einen heißen Schmerz im Knöchel, als eine Klingenspitze unter Wasser in meinen Stiefel drang. Blut wirbelte auf, doch ich stand fest und sicher auf den Beinen und warf mich nach vorn. Über uns kreischten die Möwen und es kamen immer mehr Dänen. Aber auch unsere Reihen wurden dichter. Manche standen bis zur Hüfte im Wasser. Der Kampf war jetzt kaum mehr als ein Schieben der Schildwelle, denn es fehlte der Raum, um eine Waffe zu schwingen. Überall war Stöhnen und Ächzen. Leofric stand neben mir und feuerte uns brüllend an. Wir warfen uns nach vorn und drängten den Feind zurück, auf den die Pfeile unserer Bogenschützen einhagelten. Ich spürte meinen Wespenstacheln durch Leder oder Kettenmaschen dringen, drehte die Klinge im Fleisch hin und her und zog sich zurück, stemmte mich, den Kopf eingezogen in meinen Schild und stach immer wieder zu. Es war ein blindwütiges Gemetzel. Dann rammte die Christenlik ihren Bug in die Reihe der kämpfenden Dänen und zerquetschte Männer unter sich, während die Besatzung mit Schwertern, Speeren und Ächsen bewaffnet wie eine Woge von Bord schwappte. Ein drittes Schiff glitt mit weiteren Kämpfern herbei. Ich rammte einem Mann den Wespenstachel ins Bein und brachte ihn mit meinem Schild zu Fall. Als ich über ihn hinwegstieg, versuchte er, mich von unten zu treffen. Doch Leofric schlug mit der Axt zu und verwüstete sein Gesicht. »Vorwärts«, brüllte Leofric, und plötzlich war der Widerstand gebrochen. Sie liefen davon. Wir hatten sie nicht geschlagen. Die Dänen nahmen nicht vor unseren Speertern und Speerenreiß aus. Sie rannten zu ihren Schiffen zurück, die von der Flut wieder freigespült worden waren und abzudriften drohten. Wir stürmten ihnen nach, genauer gesagt, ich humpelte ihnen nach, weil mein rechter Knöchel schmerzte. Wir hatten allerdings immer noch nicht genügend Männer an Land, um die Dänen überwältigen zu können, die nun wieder in ihre Schiffe kletterten. Nur eine Mannschaft, bestehend aus den tapfersten Kämpfern, blieb auf der Sandbank, um uns aufzuhalten. »Bist du verletzt, Irsling?« fragte Leofric. »Nicht der Rede wert«, erwiderte ich. »Bleib zurück«, befahl er mir und ließ die Männer der Heer Engel erneut einen Schildwall formen. Auch Olfred war dabei, als sie gegen die tapferen Gegner vorrückten. Ich schlug einen Bogen um unseren kämpfenden Schildwall, rannte durch das seichte Wasser auf die Windfieper zu und schrie »Ragnar! Ragnar!« Pfeile zischten an mir vorbei. Einer traf meinen Schild, ein anderer streifte meinen Helm, was mich darauf aufmerksam machte, dass mich Ragnar unter diesem Helm nicht erkennen würde. Ich ließ den Wespenstachel fallen und hob den Helm vom Kopf. »Ragnar!« Es kamen keine Pfeile mehr. Hinter mir krachten die Schildwelle aufeinander. Männer starben, die meisten Dänen entkamen, und vor mir sah ich Graf Ragnar, der mich von seinem davonziehenden Schiff aus anstarrte. Ich konnte seine Miene nicht deuten, aber er legte die Hände wie einen Trichter an den Mund und rief »Morgen Abend!« Dann tauchten die Ruderblätter ins Wasser. Die Windfieper drehte bei und flog dem offenen Meer entgegen. Ich zog den Wespenstachel aus dem Schlamm und eilte zurück, doch der Kampf war vorüber. Unsere Mannschaften hatten die eine dänische Schiffsbesatzung abgeschlachtet, nur eine Handvoll Kämpfer war auf Alfreds Befehl hin verschont worden. Alle anderen lagen im steigenden Wasser. Wir sammelten die Rüstungen und Waffen ein, zogen ihnen die Kleider aus und überließen sie den Möwen. Ihr Schiff, ein altes, leckes Boot, schleppten wir nach Hampton. Alfred war zufrieden. Er hatte zwar sechs Schiffe entkommen lassen, aber dennoch einen Sieg errungen, und die Nachricht darüber ermutigte seine Truppen, die im Norden kämpften. Alfred kam zu mir an Steuerruder und blickte auf meinen blutverschmierten rechten Stiefel. »Du hast gut gekämpft, Utrecht«, sagte er. »Wir haben schlecht gekämpft, Herr«, entgegnete ich, »und so war es.« Er schaute aufs Kielwasser, das im Licht der untergehenden Sonne rötlich schimmerte. »Das Jahr in meinen Diensten, das du mir versprochen hast, wird bald zu Ende sein«, sagte er. »So ist es, Herr.« »Ich bete, dass du bei uns bleibst.« »Komm zu mir, wenn dein Jahr vorüber ist«, sagte er. »Ich werde einen Platz für dich finden.« »Folgendes solltest du aber wissen, Utrecht. Wer meine Truppen kommandiert, muss lesen und schreiben können.« Ich hätte fast aufgelacht. »Damit er die Psalmen lesen kann«, spottete ich. »Damit er meine Befehle lesen kann«, erklärte Alfred Kühl. Brida und ich ritten nach Hemmenfunter, einer Ortschaft, deren Bewohner vom Aalfang, Fischen und vom Salzanbau lebten. Für den Bruchteil einer Münze konnten wir unsere Pferde unterstellen, und ein Fischer erklärte sich bereit, uns nach Helen Seaguy hinauszubringen, wo kein Mensch mehr wohnte, weil die Dänen alle Inselbewohner getötet hatten. Als die Sonne sank, trugen wir halb verkohltes Holz ans Ufer und machten ein Feuer. Die Flammen loderten hoch auf, und es dauerte nicht lange, da zeigte sich vor dem dämmerigen Himmel ein Schiff, das auf uns zusteuerte. Vom letzten Tageslicht berührt, blinkte der vergoldete Tierkopf über dem Bug der Windfieber. Ich hörte die Schäfte in ihren mit Leder verkleideten Löchern knarren und sah gerüstete Kämpfer im Vorschiff. Dann knirschte der Kiel über den Sand, und die langen Ruder blieben still. Ragnar stieg vom Schiff. Er war in voller Rüstung, trug Kettenhemd, Helm und Schwert, und näherte sich unserem Feuer wie ein Krieger, der auf Rache aus ist. In drei Schritten Entfernung blieb er stehen und starrte mich durch die Augenlöcher seines Visiers an. »Hast du meinen Vater getötet?« fragte er rau. »Bei meinem Leben«, antwortete ich, »bei Thor«. Ich zog das Hammeramulett hervor, »bei meiner Seele«, fuhr ich fort, »das habe ich nicht«. Ragnar nahm den Helm ab und trat näher. »Wir umarmten uns.« »Ich wusste, dass du es nicht warst.« »Kjartan hat ihn umgebracht«, sagte ich. »Wir erzählten ihm die ganze Geschichte.« »Was hat Kjartan gesagt?« fragte Brida. Ragnar sprach leise. »Kjartan hat behauptet, dass die Engländer von dir, Utrecht, angestiftet, über den Hof hergefallen sein, und dass er sich anschließend an den Mördern gerecht habe.« »Und das hast du geglaubt?« fragte ich. »Nein«, antwortete Ragnar, »von vielen war zu hören, dass er es getan hat. Doch er nennt sich jetzt einen Grafen und hat dreimal mehr Männer hinter sich als ich.« »Und Tira?« fragte ich. »Was sagt sie?« »Tira?« Er sah mich erstaunt an. »Sie lebt?« erklärte ich. »Sie wurde von Sven entführt.« Davon wußte Ragnar nichts. Er starrte mich an, und ich sah, wie ihm reine Wut ins Gesicht stieg. Ragnar zog sein Schwert, legte es vor sich in den Sand und berührte die Klinge mit der rechten Hand. »Und wenn es das Letzte ist, was ich tue,« gelobte er, »ich werde Kjartan.« »Seinen Sohn und alle seiner Anhänger töten. Alle!« »Ich würde dich gern darin unterstützen«, sagte ich. »Ich habe deinen Vater geliebt. Er hat mich wie einen Sohn behandelt.« »Deine Hilfe ist mir willkommen, Utreth. Wirst du gleich mit uns segeln?« »Ich wollte mit Ragnar gehen und das Leben wieder aufnehmen, das sich an der Seite seines Vaters geführt hatte. Aber dem Schicksal entrinnt nichts und niemand.« »Ich war noch für ein paar Wochen an Alfred gebunden und hatte monatelang unter Leofric gekämpft. Und neben einem Mann im Schildwall zu kämpfen, knüpft Bande. Bande, die so stark sind wie die Liebe.« »Ich kann nicht mitkommen,« antwortete ich, »obwohl ich so gern etwas anderes gesagt hätte.« »Ich aber«, sagte Brida, und das überraschte mich nicht. Sie war es leid, in Hemden zurückzubleiben, wenn wir in den Kampf zogen. Sie sehnte sich danach, so zu leben wie die Dänen. Wessex war ihr verhasst. Sie hasste seine Priester, hasste ihre Missachtung und sie hasste ihre Ablehnung jeglichen Vergnügens.« »Du kannst den Mord an meinem Vater bezeugen,« sagte Ragnar förmlich. »Das kann ich.« »Dann bist auch du willkommen,« erwiderte er und richtete den Blick wieder auf mich. Ich schüttelte den Kopf. »Ich bin noch durch ein Versprechen an Alfred gebunden. Im Winter werde ich davon frei sein.« »Dann komm im Winter zu uns,« sagte Ragnar. »Wir werden zusammen nach Dannholm gehen.« »Dannholm?« »Zur Burg von Kjartan. Rixig hat sie ihm überlassen.« Ich dachte an Dannholms Festung auf schwindelnd hoher Klippe und deren Fuß sich der Fluß windet, geschützt von steilem Fels, hohen Mauern und einer starken Garnison. »Da ist noch etwas,« sagte ich und nickte Brida zu, die den mit Gold und Silber gefüllten Lederbeutel hervorholte. »Das gehörte deinem Vater,« erklärte ich. »Kjartan hat den Schatz nicht gefunden, aber wir haben ihn gehoben und einen Teil davon verbraucht. Der Rest gehört dir.« Ich schob ihm den Beutel zu und machte mich mit dieser Geste Bettelarm. Ragnar schob ihn, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, zu mir zurück, und machte mich wieder reich. »Mein Vater hat auch dich geliebt,« sagte er, »und ich bin vermögend genug.« Wir aßen, tranken und schliefen. Und als ich am Morgen ein leichter Nebel auf unser Schilfbett legte, brachen Ragnar und Brida auf. Herbststürme peitschten über die Küste. Ich ritt mit Leofric nach Vintensister, wo uns mitgeteilt wurde, dass Orfred auf seinem Landgut in Chippenham weilte. Trotz Orfreds Abwesenheit wimmelte es im Palast von Mönchen. Und so zogen wir es vor, den nächsten Tag in einer nahegelegenen Schenke zu verbringen. »Was hast du jetzt vor, ihr Sling?« fragte Leofric. »Wirst du deinen Schwur erneuern?« »Weiß nicht.« »Ich könnte zu den Dänen zurückkehren,« sagte ich. »Dann hätte ich endlich eine Gelegenheit, dich umzubringen,« entgegnete er lachend. »Oder ich bleibe bei Orfred.« »Was spricht dagegen?« »Dass ich ihn nicht mag,« antwortete ich unumwunden. »Du musst ihn nicht mögen. Er ist ein König.« Leofric lehnte sich zurück, nahm einen tiefen Schluck aus seinem Krug und rülpste. »Mir gefällt er ebenso wenig wie dir,« gab er zu. »Aber der Kerl denkt, ihr Sling, mehr als wir alle zusammen. Er weiß, was zu tun ist.« »Man sollte ihn nicht unterschätzen. Er setzt seinen Willen durch, unnachgiebig.« »Von einem König sollte man das erwarten,« erwiderte ich. »Aber die Dänen, die gefallen mir.« »Ah, ja.« »Und warum tötest du sie?« »Sie gefallen mir,« sagte ich, ohne auf seine Frage zu antworten, »weil sie nicht um ihr Leben fürchten.« »Nicht wie die Christen.« »Ist es das, Leofric dachte einen Moment lang nach.« »Ich glaube, ja,« sagte er fast wieder willig. »Du bist kein Christ, oder?« Ich schüttelte den Kopf und zeigte ihm Thors Hammer, und er lachte. »Wie stellst du dir dein Leben unter diesen Heiden vor, ihr Sling?« fragte er. »Ich will nach Nordumbrien zurückkehren und die Burg meines Vaters zurückerobern.« »Wirst du dann dein eigener Herr, oder werden die Dänen über dein Land herrschen?« »Die Dänen werden herrschen.« »Und du wirst ihr Sklave, was?« »Ja, Herr, nein, Herr, laßt mich eure Rute halten, Herr, damit ihr mich vollpissen könnt.« »Und was wäre, wenn ich hier bliebe?« entgegnete ich mir rutsch. »Du würdest Männer anführen,« antwortete er. Ich lachte. »Holfred hat genug Herren, die ihm dienen.« Leofric schüttelte den Kopf. »Nein.« »Zugegeben, er hat ein paar gute Kriegsherren, bräuchte aber mehr davon.« »Genau das habe ich ihm auch auf dem Schiff gesagt, als er die Schweinehunde entkommen ließ. Ich habe ihm gesagt, dass ich durch und durch ein Krieger bin. Doch dieser elende Kerl wollte nicht auf mich hören.« »Warum hat er sich geweigert?« fragte ich. »Weil ich nicht lesen kann,« knurrte Leofric. »Ich habe es einmal versucht, aber ich schaffe es einfach nicht.« »Orfred sagt, ich könnte allenfalls einem seiner Aldermänner zur Seite stehen, nicht aber selber Männer anführen.« »Dazu müsste ich lesen können.« »Ich kann es,« entfuhr es mir nach all dem Ale. »Scheinbar bist du ein bisschen schwer von Begriff, Irsling,« sagte Leofric grinsend. »Wir haben zwölf Schiffsmannschaften,« erklärte er. »Die wollen beschäftigt sein.« »Wir gehen also zu Orfred und sagen, dass Aldermann Irsling ihr Anführer wird. Er gibt dir ein Buch, aus dem du ihm ein paar hübsche Wörter vorliest, dann werden wir zwei mit unseren Leuten in den Krieg ziehen und deinen verehrten Dänen das Fürchten beibringen.« Hauptsächlich wurde ich von Biocca unterrichtet, der sich ständig darüber beklagte, dass ich ihn von seiner eigentlichen Arbeit abhielt, der Beschäftigung mit einem gewissen Swithen, der zur Zeit von Orfreds Kindheit Bischof von Winchester gewesen war. Es waren seltsame Wochen. Obwohl inzwischen ein erwachsener Mann und Krieger, kam ich mir in Bioccas Zelle wieder wie ein Kind vor, das mit den schwarzen Buchstaben kämpfte, die über das rissige Pergament krochen. Ich erfuhr vom Leben der Heiligen, und am Ende legte mir Biocca Auszüge aus seinem Werk über Swithen zum Lesen vor. Er erwartete Lob, doch ich zuckte nur mit den Schultern. »Könnten wir nicht etwas Interessanteres lesen?« fragte ich ihn. »Über den Krieg vielleicht, oder über die Dänen, über Schilde, Speere und Schwerter.« »Ach, dies weiter Utreth«, stöhnte der geplagte Mann, »um Gottes Willen ließ einfach weiter.« Als Epiphanias gefeiert wurde, war ich, wie Biocca meinte, im Lesen so gut wie ein durchschnittlich begabter Zwölfjähriger, was nach Orfreds Einschätzung ausreichte. Er verlangte nicht, dass ich theologische Texte verstand, sondern wollte lediglich, dass ich seine Befehle lesen konnte, falls er mir jemals welche geben sollte. Und das war schließlich das eigentliche Ziel meiner Übungen. Leofric und ich wollten Truppen befehligen. Orfred begrüßte mich in seinem Pallas, einem stattlichen Bauwerk aus starken Balken und Sparren und einer gemauerten Feuerstelle inmitten des Raums. Seine Wachen standen im Eingang, vor dem etliche Gebittstelle auf eine Unterredung mit dem König warteten. Am anderen Ende des Raums saßen ein paar betende Priester beieinander. Von ihnen abgesehen waren Orfred und ich allein. Er ging vor der Feuerstelle auf und ab und sagte, dass er in Erwägung ziehe, mich zum Oberbefehlshaber der Flotte zu ernennen. Entschieden sei aber noch nichts, betonte er. Er wolle sich, so fuhr er fort, in seiner Wahl von Gott leiten lassen, und nun im Gespräch mit mir herausfinden, ob dessen Rat mit seiner Intuition übereinstimmte. »Sag mir«, fragte er mich, »hat das Lesen auch deinen Glauben gefestigt?« »Ja, Herr«, beeilte ich mich zu antworten. »Wirklich?« Er ließ Zweifel anklingen. »Das Leben des Heiligen Swithin«, sagte ich und winkte mit der Hand, um ihm anzudeuten, dass es mich tief beeindruckt hatte. Ich hielt inne und tat so, als fehlten mir die Worte, diesen Langweiler angemessen preisen zu können. »Schön, dass du so denkst, Otritt«, sagte Orfred. »Dein Glaube lässt mich hoffen.« »Trotzdem zögere ich, dich zum Befehlshaber zu ernennen. Du bist noch so jung. Es stimmt, du hast Fleiß bewiesen und zu lesen gelernt, bist außerdem von hoher Geburt, aber leider trifft man dich eher im Wirtshaus als in der Kirche. Habe ich recht?« Dieser Vorwurf ließ mich verstummen. Doch dann erinnerte ich mich an ein Wort, das Bejokka während einer unserer endlosen Übungsstunden zitiert hatte und wiederholte es, ohne lange nachzudenken und ohne, dass mir seine Bedeutung wirklich klar gewesen wäre. »Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt und ihr sagt...« »Siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer«, ergänzte Orfred. »Du hast recht, Otritt. Gott sei gelobt. Auch Christus wurde dafür gerügt, dass er in Wirtshäusern verkehrte.« Ich vergaß. Es steht in der Heiligen Schrift. »Die Götter springen mir bei«, dachte ich. »Dieser Mann war besoffen vor lauter Frömmigkeit, aber beileibe kein Narr.« Denn nun sagte er mit schlangenhafter Falschheit, »Aber ich habe Bedenken, du stammst aus Nordumbrien und bist nicht mit Herz und Seele für Wessex.« »Ich bin hier, Herr«, antwortete ich. »Wie lange?« »Bis die Dänen verschwunden sind, Herr.« Er überging meine Antwort. »Ich brauche Männer, die in Gott mit mir verbunden sind«, erklärte er. »In Gott, in Neigung, Pflichtgefühl, Leidenschaft und im Land.« Er sah mir in die Augen, und ich wußte, dass das letzte Wort den Ausschlag gab. »Ich besitze Ländereien in Nordumbrien, an denen mir viel gelegen ist«, erwiderte ich und dachte an Bebbernburg. »Ich spreche von westsächsischem Land«, sagte er. »Land, das du besitzen und verteidigen wirst, Land, für das du kämpfen wirst.« »Ein gesegneter Gedanke«, erwiderte ich, obwohl mich der Mut verließ in Erwartung dessen, was nun kommen würde. »Ich möchte dich mir verpflichten, Utrecht«, erklärte er. »Ich werde jeden Eid leisten, Herr«, versprach ich. »Dazu wirst du Gelegenheit haben«, entgegnete er scharf. »Darüber hinaus will ich, dass dir Wessex zur Heimat wird.« »Eine große Ehre, Herr«. »Was hätte ich auch sonst sagen sollen?« »Du musst zu Wessex gehören«, sagte er, und lächelte, als erwiese er mir einen Gefallen. »In Döfners Gier lebt eine Weise«, fuhr er fort, und jetzt kam es endlich. »Ein Mädchen, das ich gern verheiratet sähe.« Ich sagte nichts. Es hat schließlich keinen Zweck mehr, zu protestieren, wenn das Schwert bei der Hinrichtung schon fällt. Ihr Name ist Mildreth. Sie ist mir lieb und teuer, ein frommes Mädchen, bescheiden und treu. Ihr Vater war der Vogt von Oldermann-Odder, und sie wird als Mitgift Landbesitz in die Ehe bringen, gutes Land. Und ich möchte, dass dieses gute Land einem guten Mann zukommt.« Ich versuchte ein Lächeln und hoffte, dass es nicht allzu säuerlich geriet. »Es wäre ein Mann, der sich glücklich schätzen könnte, Herr«, sagte ich, »ein Mädchen heiraten zu dürfen, das euch lieb und teuer ist. Nun denn, geht zu ihr und nimm sie zur Frau.« Das Schwert war gefallen. »Dann will ich dich zum Befehlshaber der Flotte ernennen.« »Ja, Herr.« Als Leofric diese Neuigkeit erfuhr, lachte er wie eine verrückte Dohle. »Er ist kein Narr, nicht wahr?« prustete er. »Er macht aus dir einen echten Westsachsen.« »Was weißt du über dieses milter Werk?« spottete er und bezeichnete meine zukünftige als Schmerz in der Milz. »Sie heißt Mildred und ist fromm.« »Natürlich ist sie fromm. Er würde dich doch nicht mit einer Beinespreizerin verkuppeln.« »Sie ist eine Weise,« sagte ich, »ungefähr sechzehn oder siebzehn Jahre alt.« »Himmel, so alt!« »Das muss eine hässliche Kuh sein, armes Ding. Wahrscheinlich betet sie sich die Knie wund vor lauter Angst, von einem Irsling wie dir begattet zu werden. Doch das ist nun ihr Schicksal, also heirate sie. Danach können wir Dänen töten.« Wir ritten durch kalten Regen und Wind gen Süden, begleitet von Pater Willibald, unserem Flottenpriester, in das Tal des Flusses Uisk, an gepflegten Äckern mit rötlicher Krume entlang durch schmucke Orte und gelangten schließlich nach Exxoncister, der Hauptstadt der Grafschaft. Oldermann Odda ließ uns warten. Dann kam er in Begleitung seines Sohnes und mehrerer Gefolgsleute, darunter ein Priester, der den Brief des Königs laut vorlas. Alfred äußerte seine Freude darüber, dass Mildreth mit einem seiner treuen Diener, dem Oldermann Uhtred, verheiratet werde, und trug Orda auf, die Hochzeit zu besorgen, und zwar ohne Verzug. Orda, ein älterer grauhaariger Mann um die vierzig mit unglaublich feistem Gesicht, schien wenig erfreut über die Nachricht, und noch weniger sein Sohn, Orda der Jüngere, der missmutig die Brauen zusammenkniff. »Das ziemt sich nicht, Vater«, sagte er. »Der König will es so.« Orda der Jüngere verstummte. Er war ungefähr neunzehn, also etwa so alt wie ich, schwarzhaarig und von gutem Aussehen. Er trug ein elegantes schwarzes Gewand, das so sauber war wie das Kleid einer Frau, und als Verzierung eine Goldborte hatte. An einer Kette um den Hals hing ein Kruzifix. Er musterte mich finster und fand mich, der ich von der Reise schmutzig war, offenbar so abstoßend wie einen nassen Köter. Dann machte er auf dem Absatz kehrt und stolzierte davon. »Morgen Vormittag«, verkündete Orda zähneknirschend, »wird der Bischof die Trauung vornehmen.« »Zuerst aber müßt ihr das Brautgeld entrichten.« »Dreiunddreißig Schillinge«, sagte Orda gerade heraus und mit dem Anflug eines Grinsens. Dreiunddreißig Schillinge waren ein Vermögen, der Preis für ein gutes Schlachtroß oder Schiff. Ich zuckte innerlich zusammen und hörte Leofric hinter mir laut aufstöhnen. »Ist das eine Anordnung des Königs?«, fragte ich. »Ich verlange es«, sagte Orda. »Mildreth ist meine Patentochter.« Kein Wunder, dass er grinste. Die Summe war gewaltig, und er zweifelte wohl daran, dass ich sie aufzubringen vermochte. Wenn nicht, würde mir das Mädchen vorenthalten bleiben, und ich müßte auf die Flotte verzichten, was Orda jedoch nicht wußte. Mir war überdies klar, dass es mit den dreiunddreißig Schillingen oder umgerechnet dreitausendsechundneunzig Silberpennys nicht getan wäre. Denn die Tradition schrieb vor, dass der Bräutigam den nämlichen Betrag auch seiner Anvertrauten auszuzahlen hatte, sobald die Ehe geschlossen war. »Kann ich das Fräulein sehen?«, fragte ich. »Morgen, bei der Hochzeit«, antwortete Orda, »und nur, wenn ihr vorher den verlangten Betrag entrichtet.« Er weckte enttäuscht, als ich meinen Beutel öffnete und ihm ein Goldstück und 36 Silberpennys übergab, und schien dann geradezu bestürzt, als er sah, dass ich noch sehr viel mehr Geld bei mir hatte. Leofric und ich quartierten uns in einer Schenke nahe der Kathedrale dem Bischofssitz ein. Ich betrank mich in dieser Nacht hemmungslos. Danach wankte ich in den Hinterhof und erbrach, was ich getrunken hatte. Anschließend trank ich noch ein paar Krüge, schlief schlecht, wurde am frühen Morgen vom Regen geweckt, der auf das Stalldach prasselte, und übergab mich erneut. Pater Willibald gesellte sich zu uns. Er hatte im Kloster übernachtet und war gekommen, um sich zu vergewissern, dass ich an meiner Absicht zu heiraten festhielt. Meine abgerissene Erscheinung beunruhigte ihn. Zum Frühstück ließ ich mir wieder Ale einschenken. Willibald bestand darauf, dass ich meine besten Kleider anzog, die allerdings auch nicht weniger fleckig zerknittert und verschlissen waren. Ich faßte meine Haare mit einem Lederband zusammen, gürtete mich mit Schlangenhauch und Wespenstachel und überhörte Willibalds Einwand, der es auch für unangemessen hielt, in der Kirche Waffen zu tragen. Dann ging ich, einem zum Tode verurteilten Gleich, mit Willibald und Leofric in die Kathedrale. Es regnete. Es regnete, als hätte der Himmel alle Schleusen geöffnet. Das Wasser floss in Strömen durch die Straßen und sickerte durch das Strohdach der Kathedrale. Ein kalter Ostwind drang durch alle Ritzen der mit Holz verbretterten Wände, brachte die Kerzen vor dem Altar zum Flackern und blies manche aus. Der Bischof war schon zur Stelle und mit ihm zwei Priester, die versuchten, die flackernden Kerzenflammen zu schützen. Wenig später kam Oldermann-Odder mit meiner Braut. Was ich erwartete? Eine hässliche Frau, eine mit Pocken-Narbigem Gesicht, Sauertopfmine und fetten Hüften. Nun, es nähme mir wohl niemand krumm, wenn ich die Frau nicht liebte, die ich allein wegen ihres Landbesitzes zu heiraten beabsichtigte und die mich heiratete, weil ihr keine Wahl blieb. Um solcherlei Dinge sollte man nicht viel Aufhebens machen, denn so will es da Brauch. Meine Aufgabe bestand darin, ihr Land zu nehmen, zu bearbeiten und Gewinn daraus zu ziehen, während Mildrith aufgerufen war, mir Söhne zu schenken und dafür zu sorgen, dass immer genügend Essen und Ale auf meinem Tisch standen. Mir, einem Oldermann von Nordumbrien, hätte ein Edelfräulein zugestanden, eines, das mehr Mitgift in die Ehe gebracht hätte als vier hügelige Hufen Land in Defneskir. Sie hätte sich dankbar zeigen können, weinte aber stattdessen und versuchte sich von der Hand ihres Onkels loszureißen. Wahrscheinlich tat sie ihm leid, aber das Brautgeld war bezahlt und so wurde sie vor den Altar geführt, wo uns der Bischof nach allen Regeln der Kirche vermählte. So wurde Mildrith mein. Oder der Jüngere folgte uns mit seinen Blicken, als wir die Kirche verließen. Er glaubte sich unbeobachtet, doch ich sah und durchschaute ihn. Ich wußte, warum er uns beobachtete. Mildrith war, was mich selbst am meisten überraschte, sehr begehrenswert. Ich bemerkte, dass sie eine makellose, blasse Haut hatte, dass ihre Unterlippe ein wenig vorstand, dass ihre Augen sehr blau und ihre Haare so golden waren wie meine eigenen. Sie war groß gewachsen. Es schien, als fürchte sie immerzu Unglück, und sie war ständig nervös, was eine Frau sehr anziehend erscheinen lassen kann. Und ich gestehe, ich fand sie anziehend. Das überraschte. Ja, verwunderte mich, denn eine solche Frau hätte längst verheiratet sein können. Sie war fast siebzehn Jahre alt, also in einem Alter, in dem die meisten Frauen bereits drei oder vier Kinder zur Welt gebracht hatten, wenn sie nicht schon im Kindbett gestorben waren. Als wir zu ihrem Landgut ritten, das westlich der Uisk-Mündung lag, gab sie über sich Auskunft. Sie saß in einem Karren, der von zwei Ochsen gezogen wurde, welche Willibald mit Blumengierlanden hatte schmücken lassen. Leofric, Willibald und ich ritten nebenher, und Willibald stellte ihr Fragen, auf die sie bereitwillig antwortete, denn er war ein Priester und ein freundlicher Mann. Ihr Vater, so berichtete sie, habe ihr Land und Schulden hinterlassen. Schulden, die den Wert des Landes überstiegen. Die Not sei über sie hereingebrochen, so Mildred, als ihr Vater ein Zehntel seiner Ländereien der Kirche als Elmerseker vermacht habe. Was heißt, daß der Kirche dieses Land zwar nicht gehört, sie aber Anspruch auf alle Erträge hat, sei es in Form von Getreide oder Vieh. Doch dann hatten die Dänen das Land geplündert und alles Vieh geschlachtet. Die Ernte war ausgeblieben, worauf die Kirche ihren Vater vor Gericht zitierte, weil er sein Versprechen nicht halten konnte. Als ihr Vater starb, wurde verfügt, daß er der Kirche eine große Summe Geldes schuldete, ob er nun zahlen konnte oder nicht. Kurzum, wer Mildred heiratete, heiratete auch ihre Erbschaft an Schulden. Darum war sie ledig geblieben, bis schließlich ein Tölpel aus Nordumbrien in die Falle tappte, wie ein Betrunkener, der auf steil abschüssiger Strecke torkelt. Jofric lachte. Willibald zeigte sich besorgt. »Wie hoch ist die Schuldlast?« fragte ich. »Zweitausend Schillinger, Herr«, antwortete Mildred im Flüsterton. »Und vermutlich nimmt sie von Jahr zu nicht wahr?« warf Willibald ein. »Ja«, sagte Mildred, die sich scheute, mir in die Augen zu blicken. »Das also besaß ich nun. Einen Berg Schulden, eine Frau und einen neuen Feind, oder den Jüngeren, der Mildred offenbar für sich hatte haben wollen, was aber von seinem klugen Vater verhindert worden war. Alfred war eine Spinne, eine schwarze Priesterspinne, die klebrige Netze spann. Bei meinem Gespräch mit ihm in Chippenham hatte ich mich ihm unendlich überlegen gefühlt. Doch in Wahrheit hätte ich mich öffentlich zu Tor bekennen und sogar auf Alfreds Altarreliquien pissen können, der Oberbefehl über die Flotte wäre mir trotzdem zuerkannt worden. Er wusste genau, dass sie in dem bevorstehenden Krieg kaum von Bedeutung sein würde. Ihm war es einzig und allein darauf angekommen, mich in seine ehrgeizigen Pläne für den Norden Englands einzuspannen. Und nun zappelte ich in der Falle, die er sorgsam ausgelegt und mit Oddas Hilfe hatte zuschnappen lassen. Der Gedanke an den Oldermann von Daphnes Gier ließ einen Verdacht in mir keimen. »Was hat dir Odda an Brautgeld gegeben?«, fragte ich Mildred. »Fünfzehn Schillinge, Herr.« »Fünfzehn Schillinge!« Ich war entsetzt. »Dieser Bastard!« »Schneid ihm den Rest aus seinem Wanst!«, knurrte Lee Offrick, worauf zwei sehr blaue Augen unter dem Kapuzenrand hervorlugten, die sich zuerst auf ihn, dann auf mich richteten und schließlich wieder verschwanden. Ihr Besitz, der jetzt mir gehörte, lag zwischen den Hügeln über der Mündung der Uisk. Das Anwesen hieß Ochsten, was schlicht und einfach einen Hof bezeichnete, auf dem Ochsen gehalten wurden. Das Strohdach des Hauses war so mit Mosen und Gras überwuchert, dass das Gebäude wie ein kleiner bewachsener Hügel aussah. Einen Palas, also ein für einen Edelmann angemessenes Gebäude gab es nicht, wohl aber einen Stall für Rinder und einen für Schweine. Die zwölf Hufen Land reichten für den Unterhalt von sechzehn Knechten und fünf Pächterfamilien. Am Abend aßen wir ein Mus aus Erbsen und Lauch. Dazu gab es trockenes Brot und Sauerbier. Das war meine erste Mahlzeit im eigenen Haus, auf dem die Schulden lasteten. Am nächsten Morgen hatte es zu regnen aufgehört. Zum Frühstück gab es wieder trockenes Brot und Sauerbier. Danach wanderten Mildreth und ich auf einen Hügel, der einen weiten Ausblick auf das Meer bot, das sich grau und flach wie die Klinge einer Axt vor uns ausbreitete. »Wohin zieht sich das Volk zurück, wenn die Dänen kommen?« fragte ich, ihre Knechtschaft und Pächter im Sinn. »Ins Hinterland, Herr.« »Mein Name ist Utreth.« »Ins Hinterland, Utreth.« »Du gehst woanders hin«, sagte ich. »Woanders hin?« Sie blickte verängstigt auf. »Du begleitest mich nach Hemden«, erklärte ich. »Dort werden wir in einem Haus wohnen, solange ich die Flotte befehlige.« Sie nickte sichtlich nervös. Ich nahm ihre Hände, öffnete sie und häufte dreiunddreißig Schillinge darauf, so viele Münzen, dass sie nicht alle fassen konnte. »Für dich, Weib«, sagte ich. Und das war sie jetzt. »Mein Weib«. Es war das Jahr 876, das Jahr, in dem die Dänen unter Aufbietung all ihrer Kräfte das letzte englische Königreich bezwingen wollten. Ihr Angriff kam plötzlich und mit ungezähmter Wucht. Gudrum, der Unglückliche, führte den Überfall an. Ich glaube, Orfred hatte sich darauf verlassen, früh genug gewarnt zu werden. Doch seine Kundschafter versäumten es, den Aufbruch des dänischen Heeres zu melden, das ausschließlich aus berittenen Kämpfern bestand. Gudrum führte sie über die Thames und durch ganz Wessex hindurch, um eine große Festung an der Südküste einzunehmen. Wareham, so der Name dieser Festung, lag westlich von Hampton, nicht weit entfernt, aber durch den Pool, einen großen Binnensee, von der Hafenstadt getrennt. Bevor Orfred reagieren konnte, hatten Gudrums Männer Wareham überwältigt und die Nonnen des Festungsklosters geschändet. Sie verschanzten sich innerhalb der Mauern, die im Norden und Süden von Flussläufen, im Osten durch den Pool und im Westen von einem mächtigen Wall samt Graben geschützt wurden. Mit einer Flotte war ihnen nicht beizukommen. Als wir von den Dänen in Wareham hörten, gingen wir sofort an Bord unserer Schiffe. Doch kaum hatten wir das offene Meer erreicht, sahen wir schon die feindliche Flotte aufkreuzen und mussten umkehren. Nie habe ich so viele Schiffe auf einmal gesehen. Es waren Hunderte. Ein Wald aus Drachen- und Schlangenkopfsteven. Zahllose Ruder brachten das dunkle Wasser zum Schäumen. Eine Flotte zog in die Schlacht, und wir konnten uns nur in den Hafen zurückziehen und beten, dass die Dänen an Hemden vorbeisegelten und uns verschonten. Sie segelten vorbei und schlossen sich in Wareham mit Gudrums Truppen zusammen. Damit hatte eine riesige feindliche Armee im Süden von Wessex Fuß gefasst. Ich erinnerte mich an den Rat, den Ragnar Gudrum gegeben hatte. Zwingt sie, ihre Kräfte aufzuteilen. Es war also damit zu rechnen, dass ein weiteres Dänenheer irgendwo im Norden lag und nur darauf wartete, anzugreifen, und dass, wenn Alfred diesem Heer entgegenzöge, Gudrum aus Wareham ausfallen und Alfreds Truppen von hinten angreifen würde. Das ist das Ende Englands, sagte Leofric düster. Gudrum wartete in Wareham. Wie wir erfuhren, wartete er auf Halfdan und das von ihm angeführte Heer aus Nordmännern, Britonen und Welschen. Laut Biokka hat Gott diesen Plan durchkreuzt. Gott oder die drei Spinnerinnen. Dann, als die ersten Herbststürme über dem Meer wüteten, erreichte uns ein Bote Alfreds und verlangte von mir, dass ich den König aufsuchte, dessen Heer im Westen von Hampton lagerte. Der Bote war Biokka, und es überraschte mich selbst, dass ich mich freute, ihn zu sehen. Als Biokka Mildreth sah, ging sein Mund auf und zu wie das Maul eines gestrandeten Fisches. »Ist das Lady Mildreth?« sagte ich. »Euer Liebchen?« Biokka schnappte nach Luft und wandte sich wie ein Hündchen, das getätschelt werden will. »Warum will Alfred mich sehen?« fragte ich. »Weil Halfdan tot ist, Gott sei's gedankt, und es wird kein Heer aus dem Norden gegen uns vorrücken, Gott sei's gedankt. Gudrum will die Waffen ruhen lassen, die Verhandlungen haben schon begonnen, auch das sei Gott gedankt.« Er strahlte über das ganze Gesicht, als hielte er sich die freudige Nachricht selbst zugute, was er vielleicht auch konnte, denn er sagte nun, dass Halfdans Tod die Erfüllung seiner Gebete sei. »Wie oft habe ich gebetet, Utreth? Siehst du jetzt, wie viel Gebete ausrichten können?« »Wahrlich gelobt sei Gott«, antwortete Mildreth für mich. »Sie war wirklich sehr fromm, aber niemand ist vollkommen. Überdies war sie schwanger, doch Biokka bemerkte es nicht, und ich sagte es ihm nicht.« An einem kühlen Herbstabend erreichten wir das Lager bei Wareham. Alfred betete in einem Zelt, das ihm als Kapelle diente. Vor dem Eingang warteten Aldermann Odda und sein Sohn. Erster grüßte mich mit einem knappen Kopfnicken, der andere würdigte mich keines Blickes. Biokka ging ins Zelt, um sich an den Gebeten zu beteiligen. Ich setzte mich ins Gras, zog mein Schwert und schärfte es mit einem Wetzstein, den ich in einem Beutel bei mir trug. »Glaubt ihr, es kommt zum Kampf?« fragte Odda. Die Augen, auf seinen Sohn gerichtet, antwortete ich, »Vielleicht.« Dann schaute ich dem Vater ins Gesicht und sagte, »Ihr schuldet meiner Frau Geld, 18 Schillinge.« Odda errötete, sagte aber nichts. Sein Sohn griff nach dem Heft seines Schwertes, worauf ich mich lächelnd erhob, das blanke Schwert in der Hand. Odda packte seinen Sohn und zerrte ihn fort. »18 Schillinge!« rief ich ihnen nach, ließ mich wieder im Gras nieder und fuhr mit dem Wetzstein über die scharfe Schneide. Am nächsten Morgen ließ mich Orfred, nachdem er seine Gebete gesprochen hatte, zu sich kommen. »Es freut mich, daß du verheiratet bist.« »Mit einem Schuldenberg«, entgegnete ich spitz. Mein Ton gefiel ihm nicht, doch er ließ ihn durchgehen. »In der Schuld der Kirche zu stehen, sollte dir recht sein, Odda. Der Herr liebt den, der mit Freude gibt.« Das war einer seiner Lieblingssprüche, den ich schon unzählige Male gehört hatte. Er drehte sich auf dem Absatz um, warf dann einen Blick über die Schulter zurück und sagte, »Ich erwarte deine Anwesenheit bei den Verhandlungen.« Und ohne eine Erklärung und ohne meine Antwort abzuwarten, ging er davon. Er und Gudrum trafen sich unter einem Waldachin, der zwischen Orfreds Lager und dem Westwall von Wareham aufgespannt worden war. Hier sollten die Bedingungen für eine Waffenruhe ausgehandelt werden. Orfred hätte Wareham gern angegriffen, doch war der Zugang zu schmal, der Wall zu hoch und stabil und der Gegner allzu zahlreich. Die Gefahren waren zu groß, und so ließ er schließlich von diesem Vorhaben ab. Doch auch die Dänen saßen in der Falle. Sie hatten sich darauf verlassen, dass Halfdans Truppen dem westsächsischen Heer in den Rücken fallen würden. Doch Halfdans war tot, und Gudrums Armee so groß, dass die Flotte, so mächtig sie auch war, nicht ausreichte, um alle Soldaten auszuschiffen. Auf dem Landweg abzuziehen war den Dänen ebenfalls unmöglich, weil Orfred die enge Landzunge zwischen den beiden Flüssen besetzt hielt. Gudrum konnte sich natürlich verschanzt halten, doch die Dänen würden dann im bevorstehenden Winter hungern. So wollten beide Seiten Frieden. Ich kam hinzu, als die Verhandlungen abgeschlossen waren. Die späte Jahreszeit hinderte die dänische Flotte daran, in See zu stechen, und so hatte sich Orfred damit einverstanden erklärt, dass Gudrum in Wareham überwinterte. Er sicherte ihm auch zu, die Armee mit Lebensmitteln zu versorgen, vorausgesetzt, sie verzichtete auf Beutezüge. Darüber hinaus versprach er ihnen Silber. Im Gegenzug versprachen sie, die Waffen ruhen zu lassen und im Frühjahr friedlich abzuziehen. Weil niemand den Versprechungen der jeweils anderen Seite traute, wurden zur Sicherheit Geiseln von Rang und Namen ausgetauscht. Die Dänen lieferten ein Dutzend Grafen aus, von denen ich keinen einzigen kannte. Und Orfred überantwortete Gudrum eine entsprechende Anzahl englischer Edelmänner. Genau darum hatte mich Orfred rufen lassen. Und jetzt erklärte sich auch seine Zurückhaltung. Er hatte mich von Anfang an als Geisel einsetzen wollen. Gudrum und Orfred legten nun feierliche Schwüre ab. Als beide Schwüre gesprochen und feierlich abgesegnet waren, wurden die Geiseln ausgetauscht und mit großem Aufwand nach Wareham begleitet. Dort angekommen hieß mich Graf Ragnar, der Sohn Ragnars, willkommen. Mit Ausnahme einiger weniger Posten, die Gudrum im Auge behalten sollten, zog sich Orfreds Heer aus Wareham zurück. Der Unterhalt der Armee wurde zu teuer, und außerdem war zu fürchten, dass sich im Lager Seuchen ausbreiteten. Darum nutzte Orfred den Waffenstillstand, um die Männer der Fierds auf ihre Höfe zurückzuschicken, während er mit seinem Gefolge nach Scyre Burnen zog, das einen halben Tagesmarsch nördlich von Wareham liegt. Dort hatten ein Bischof und ein Kloster ihren Sitz, was Orfreds sehr gefiel. Bjorka berichtete mir, dass der König den ganzen Winter über alte Aufzeichnungen aus Kent, Merzien und Wessex studierte, um sich auf die Formulierung eigener Gesetzestexte vorzubereiten. Ich bin sicher, er war glücklich, die Rechtsprechung der Vorfahren kritisieren zu können und von einer perfekten Gesellschaft zu träumen, in der uns die Kirche vorschreibt, was wir tun dürfen, und der König all diejenigen bestraft, die sich nicht entsprechend verhalten. Die Dänen litten Hunger. Orfred hielt zwar Wort und schickte Nahrungsmittel, doch sie reichten nie aus. Weil die Tiere immer dürrer wurden, gab man ihnen zusätzlich Heu aus den Vorräten der Stadt zu fressen. Und als es auch damit ein Ende hatte, musste das Stroh von den Hausdächern herhalten. So konnten die Pferde mehr schlecht als recht bis zum Frühjahr durchgefüttert werden. Und wenn das Land wieder grünen und Gutrum aus Wareham abziehen würde, wären wir, die Geiseln wieder frei. Von dem, was draußen in der Welt vor sich ging, erfuhren wir nur wenig. Manchmal aber wurde uns eine Nachricht zugestellt, meist in Form eines Schriftstücks, das ans Tor oder an einen Weidenbaum genagelt wurde. Eine dieser Nachrichten war an mich gerichtet. Die Nachricht stammte von Pater Willibald. Mildred hatte kurz vor dem Julfest einen gesunden Jungen zur Welt gebracht und ihm den Namen Utreth gegeben. Ich weinte vor Glück, als ich das las, und war so aufgewühlt, dass ich mich selber am meisten darüber wunderte. Ich hatte einen Sohn. Am nächsten Morgen kreuzte ein Drachenschiff auf. Ragnar äußerte sich nur vage über dieses Schiff. »Es komme aus Ostanglien«, sagte er, »was sich im Nachhinein als unwahr herausstellen sollte, genau wie der Hinweis, dass es lediglich Nachrichten von dort brächte. Tatsächlich war es aus dem Westen gekommen, aus Cornwallen, dem Land der Welschen. Doch das erfuhr ich erst später. Ich machte mir keine weiteren Gedanken um dieses Schiff, zumal ich nur eines im Kopf hatte, meinen Sohn. Utreth, Utrethson.« Am selben Abend gab Gudrum ein Fest für die Geiseln. Es war ein schönes Fest mit guten Speisen und Ale, die das neu angekommene Schiff mitgebracht hatte. Gudrum pries uns als gute Gäste, schenkte jedem von uns einen Arm reif und versprach, dass wir bald frei sein würden. »Wann?« fragte ich. »Bald.« Sein Gesicht schimmerte im Feuerschein, als er mir mit seinem gefüllten Trinkhorn zuprostete. »Bald.« »Und jetzt trink.« Wir tranken alle, und nach dem Fest kehrten wir, die Geiseln, in unsere Klosterzellen zurück, wo wir nach Gudrums Willen übernachteten. Tagsüber konnten wir uns innerhalb der Festungswelle frei bewegen und sogar Waffen tragen, wenn wir darauf bestanden. Nächstens aber wollte Gudrum alle Geiseln an einem Ort versammelt wissen, unter der Aufsicht seiner schwarz gekleideten Wachen. Und es waren eben diese Wachen, die in jener Nacht mit brennenden Fackeln zu uns kamen, uns aufweckten und nach draußen befahlen. Einer der Männer trat mein Schwert mit dem Fuß weg, als ich danach greifen wollte, und knurrte mich an. »Raus mit dir!« Ich versuchte erneut, mein Schwert zu packen und bekam den Schaft eines Speeres zu spüren, der mir über den Schädel gezogen wurde. Von zwei weiteren Speeren in den Hintern gepiekt, wurde ich vor die Tür getrieben, wo es in Strömen regnete. Ein heftiger Wind zerrte an den Flammen der Fackeln, die den Weg beleuchteten. Dort erwarteten uns mindestens hundert behelmte Dänen, alle bewaffnet. Dann trat Gudrum vor, ebenfalls in Schwarz, mit finsterer Miene und dem weißen Knochen seiner Mutter im Haar. Es wurde still. Er nickte, worauf seine Männer die Schwerter zogen. Der arme Weller, Olfrids Vetter, war die erste Geisel, die sterben musste. Ich glaube, Gudrum hatte ihn gemocht, denn er verzog das Gesicht, als der Priester zu Boden sank. Obwohl unbewaffnet und wehrlos, wirbelte ich herum, um mich gegen die Männer hinter mir zu wehren. Schon fuhr ein Schwert auf mich zu, geführt von einem Dänen in einem Lederwams, das mit Metallnieten beschlagen war. Mit breitem Grinsen zielte er auf meinen ungeschützten Körper, und er grinste immer noch, als ihm die Klinge einer geworfenen Axt die Stirn spaltete, während die anderen Geiseln unter wütendem Gebrüll ermordet wurden. Ich aber blieb am Leben. Ragnar hatte die Axt geworfen und stand jetzt neben mir mit gezogenem Schwert. »Niemand bleibt verschont!« brüllte Gudrum. »Den tötet ihr nur über meine Leiche!« rief Ragnar. Seine Gefolgsleute lösten sich aus der Menge und eilten ihm zur Seite. Obwohl ihnen eine Übermacht von fünf zu eins gegenüberstand, zeigten sie keinerlei Furcht. Gudrum starrte Ragnar an. Seine Männer streiften den Toten die Reife von den Armen, die ihnen wenige Stunden zuvor zum Geschenk gemacht worden waren. »Sie müssen alle sterben!« knurrte Gudrum. »Olfred tötet in diesem Augenblick seine Geiseln! Also heißt es Mann gegen Mann!« »Utret ist mein Bruder!«, erwiderte Ragnar. »Es steht euch natürlich frei, ihn zu töten, Herr! Aber dann müsst ihr auch mich töten!« Gudrum trat einen Schritt zurück. »Das ist keine Zeit, in der sich Dänen bekämpfen!« knurrte er und steckte sein Schwert in die Scheide, womit er zeigte, dass ich leben durfte. Ich ging auf die andere Seite des Weges zu dem Mann, der mir meinen Schlangenhauch, den Wespenstachel und die Rüstung abgenommen hatte, und sie mir nun widerstandslos zurückgab. Gudrums Männer bestiegen die Pferde. »Was passiert jetzt?« fragte ich Ragnar. »Was glaubst du?« entgegnete er grimmig. »Wir sind nicht den weiten Weg hierher gekommen, um uns am Ende wie geprügelte Hunde davonzuschleichen. Komm mit uns!« »Wohin?« »In den Kampf um Wessex!« Ich kann nicht leugnen, dass ich einen Moment lang versucht war, dem Feldzug der Dänen zu folgen. Doch ich widerstand leicht. »Ich habe eine Frau«, erwiderte ich, »und ein Kind.« Er schnitt eine Grimasse. »Alfred hat dich eingewickelt, Utrecht!« »Nein«, widersprach ich, »es liegt an den Spinnerinnen.« »Die drei Nornen, die am Fuß der Iktrasil sitzen und unsere Schicksalsfäden spinnen.« »Dem Schicksal ändern nichts und niemand.« »Ich muss zu meiner Frau zurück«, erklärte ich. »Aber jetzt noch nicht«, sagte Ragnar mit einem halben Lächeln und führte mich an den Fluß, wo wir uns von einem kleinen Boot zur Windfieper übersetzen ließen, die in der Flußmitte vor Anker lag. »Weit fuhren wir nicht, nur bis an das kahle Ufer einer Insel, die in der Mitte des großen Binnensees liegt, einem Ort voller Eichhörnchen, Seevögel und Füchse.« Ragnar lenkte das Schiff ans Ufer, und als der Kiel aufsetzte, umarmte er mich und sagte, »Du bist frei.« »Danke«, erwiderte ich bewegt, und dachte an die vor dem Kloster von Wareham niedergemetzelten Geiseln. »Du und ich«, sagte er, wobei er mich an den Schultern festhielt, »wir stehen wie Brüder zueinander.« »Vergiss das nicht.« »Geh jetzt.« Ich wartete durchs seichte Wasser an Land, als die Windfieper, ein grauer Geist in der Dämmerung, abdrehte. »Brida«, rief mir ein Lebewohl zu, ich hörte die Ruder klatschen, und das Schiff war verschwunden. Auf der Insel hatten einst Fischer, Vogelfänger und ein Klausner gelebt. Vom Ufer aus sah ich die riesige dänische Flotte auf den Ausgang des Sees zurudern, wo sie dann aber, anstatt aufs offene Meer zu fahren, Halt machen mußte. Der Wind hatte sich nämlich zu einem Sturm erhoben, der aus südlicher Richtung hohe Wellen aufrührte, die sich schäumend auf der flachen Sandbank brachen, die den Schiffen nun Schutz bot. Die Flotte war, wie ich vermutete, dorthin verlegt worden, um nicht auf dem Fluß den westsächsischen Bogenschützen ausgeliefert zu sein, die mit den Fußtruppen zurückkehren würden, um Werem zu besetzen. Nach dem Abzug von Gudrums Reitern hatten alle übrigen Dänen die Schiffe bestiegen, und nun warteten sie auf das Ende des Sturmes, um weiter segeln zu können. Wohin? Ich hatte keine Ahnung. Den ganzen Tag lang nahm der Sturm aus Süden an Heftigkeit zu. Mit ihm kam starker Regen. Weil es mich bald langweilte, die dänische Flotte beim Ankern zu beobachten, erkundete ich das Inselufer. Halb versteckt im Schilf entdeckte ich ein kleines, altes Boot, das noch durchaus schwimmtauglich war, wie ich feststellte, als ich es ins Wasser zog. Der Wind stand günstig, und als noch die Flut einsetzte, stieg ich in das Boot und ließ mich treiben, weg von den Dänen. Als Ruder hatte ich nur ein Stück Holz. Der Wind heulte unablässig und schob mich, der ich nass und durchgefroren war, über den See, bis ich, als es Nacht wurde, an das Nordufer des Pool gelangte, wo ich wieder zu einem Shedugängen, einem Schattenwandler wurde, der durch Schilf und Sümpfe schlich. Als ich schließlich höher gelegenes Gelände erreichte, das mit Büschen und Sträuchern bewachsen war und ein wenig Schutzboot, legte ich mich schlafen. Am Morgen, es regnete und stürmte noch immer, ging ich in östliche Richtung weiter und traf gegen Abend in Hemden ein. Dort erfuhr ich, dass Mildreth und mein Sohn verschwunden waren. Entführt Von Odda dem Jüngeren Pater Willibald berichtete mir, was geschehen war. Odda war mit der Nachricht gekommen, dass die Dänen aus Varum ausgebrochen seien, die Geiseln getötet hätten und wahrscheinlich gegen Hemden marschierten, weshalb Mildreth fliehen solle. »Sie wollte nicht gehen, Herr«, sagte Willibald, und ich hörte Angst in seiner Stimme. »Aber die Dänen haben das Abkommen gebrochen, und wir dachten, ihr seid tot.« Leofric wusste nicht einmal, in welche Richtung er geritten war. »Nach Westen«, sagte ich, »zurück nach Däfnerskir.« »Und die Dänen?«, fragte Leofric, »wohin ziehen die?« »Nach Märzien vielleicht«, antwortete ich. »In welcher Verfassung sind die Pferde?« »In Schlechter.« »Halb verhungert.« »Dann sind sie nicht nach Märzien unterwegs«, folgerte er. »Vielleicht wollen sie sich mit Ober treffen«, mutmaßte Willibald. »Es gehen Gerüchte um, wonach er sich bei den Bretonen in Wales aufhält, und dass er eine Flotte auf der Seffernsee hat.« Das ergab Sinn. Ober ersetzte seinen toten Bruder Halfdan und führte wahrscheinlich neue Streitkräfte gegen Wessex. Zur Zeit war mir dies jedoch einerlei. Ich wollte meine Frau und meinen Sohn finden. »Däfnerskir«, sagte ich wieder, »dorthin, wilder Bastard.« »Von dorthin gehen wir morgen.« Ich war sicher, dass Odda den Schutz seines Stammsitzes aufsuchte. Nicht, dass er meine Rache fürchtete, er nahm wahrscheinlich an, ich sei tot, wohl aber die Dänen, und ich machte mir Sorgen, dass er ihnen auf seiner Flucht nach Westen in die Arme laufen würde. »Du und ich?« fragte Leofric. Ich schüttelte den Kopf. »Wir nehmen dir her, Engel, und zwar mit deiner gesamten Mannschaft.« Leofric blickte zweifelnd. »Bei diesem Wetter?« »Der Wind läßt nach«, antwortete ich, obwohl er immer noch über die Strohdächer brauste und an den Fensterläden rüttelte. Zwar hatte er an diesem Morgen tatsächlich ein wenig abgenommen, aber noch immer rollten schaumgekrönte Wellen auf den Hafen von Hampton zu, die davon zeugten, dass die Solent wild und aufgewühlt war. Von Gischt umwirbelt arbeitete sich die Herr Engel durch eine grobe See. Dabei befanden wir uns noch in geschütztem Gewässer. Doch als wir dann bei White's End die Kreidefelsen, Nedles genannt, umschifften, trafen uns die ersten schweren Brecher. Die Herr Engel trotzte ihnen, und wir flogen weiter. Der Wind nahm ab, die Sonne blitzte durch dunkle Wolken und glitzerte auf dem brodelnden Wasser. Plötzlich stieß Leofric einen Warnruf aus und deutete nach vorn. Er zeigte auf die dänische Flotte. Die Dänen schienen sich Islands mit Gudrum zusammenschließen zu wollen, denn die gesamte Flotte drängte aus dem Pool und segelte nach Süden, um jenseits der felsigen Landzunge Kurs auf Westen zu nehmen. Sie wollten also entweder nach Defnerskir oder das Kap von Cornwallm umschiffen, um zu Ober nach Wales zu gelangen. »Hast du vor, dich mit Dänen anzulegen?«, knurrte Leofric. Ich stemmte mich gegen das Steuer und lenkte das Schiff nach Süden. »Wir weichen ihnen aus«, antwortete ich. Dass sich die Dänen um uns kümmern würden, war nicht anzunehmen, sie hatten es eilig, wo immer sie auch hinwollten. Wir fuhren hart am Wind, und es war eine Lust, das Schiff durch die tobende See zu steuern. Für die Männer allerdings, die mit Eimern das Wasser aus dem Kielraum schöpften, war diese wilde Fahrt vermutlich kein sehr großes Vergnügen. Einer von ihnen rief mir plötzlich eine Warnung zu und sah achte aus. Ich drehte mich um und sah eine schwarze Wolke auf mich zukommen, ein Gebräu aus Dunkelheit und Regen, das rasend schnell näher kam. So bedrohlich, dass Willibald, der sich über die Reling erbrach, auf die Knie sank und das Kreuzeszeichen schlug. »Segel einholen«, brüllte ich. Doch es war zu spät, viel zu spät, denn die Sturmböe hatte uns schon erreicht. Von einem auf den anderen Moment war die Sonne verschwunden. Wie ein Schildwall warf sich uns das Unwetter entgegen. Die Planken bebten, Wasser und Wind gerieten in Aufruhr, und was ich auch tat, nichts half, um das Schiff aufrechtzuhalten. Vom Wind zur Seite gedrückt, neigte es sich so stark, dass das Steuerbord überspült wurde. »Schöpfen«, brüllte ich verzweifelt, und dann zerriss das Segel mit einem Krachen wie ein Donnerschlag und flatterte in Fetzen von der Ra. Das Schiff richtete sich allmählich wieder auf, lag aber tief im Wasser. Mit aller Kraft stemmte ich mich gegen das Steuerruder, um mit dem Bug die Wellen anzuschneiden und die Heerengel auf Kurs zu halten. Die Männer beteten, bekreuzigten sich und schöpften Wasser. Die Reste des Segels und die zerrissenen Leinen zuckten wie wilde Dämonen umeinander, wie Furien heulte der Wind im Takelwerk, und ich dachte, wie sinnlos es wäre, hier zu sterben, wo mir Ragnar doch gerade das Leben gerettet hatte. Irgendwie gelang es, sechs Ruderblätter auszufahren. Mit jeweils zwei Männern an einem Ruder quälten wir uns durch das kochende Chaos. Drei Männer versuchten, das zerfetzte Segel abzunehmen, die anderen schöpften Wasser. Befehle wurden nicht ausgegeben, denn das Gebrüll des Sturms hätte jede Stimme übertönt. Riesige Wellen rollten an, konnten der Heerengel aber nicht gefährlich werden, denn sie ritt darüber hinweg. Die Gischt aber drohte uns zu überschwemmen. Und dann sah ich den Mast schwanken und an den Wanten zerren. Ich brüllte, aber niemand hörte mich. Der große Fichtenstamm splitterte, stürzte und fiel seitlich über das Schiff, sodass es erneut überflutet wurde. Mithilfe einiger Männer gelang es Leofric, den Mast über Bord zu hieven. Doch er verfing sich in einem Gewirr von Seilen und schlug im Wasser treibend an die Schiffswand. Ich sah Leofric eine Axt aus der überschwemmten Bilge fischen und auf die Seile einhacken. So laut ich konnte, schrie ich ihm zu, damit aufzuhören. Denn der an der Seite gefesselte Mast schien das Schiff zu stabilisieren. Endlich konnten wir aufatmen. Die Männer schauten in die Runde und schienen verwundert darüber, dass sie noch am Leben waren. Ich konnte das Steuerruder loslassen. Denn der Mast und die große Ra mit den Resten des Segels hielten die Herr Engel auf Kurs. Jetzt erst spürte ich, wie sehr meine Knochen schmerzten. Ich war durchnässt und völlig durchgefroren. Doch ich nahm keine Notiz davon. Leofric stellte sich an meine Seite. Der Bug des Schiffes zeigte nach Osten, wie wohl wir von der Flut und dem Wind zurückgedrückt in westliche Richtung fuhren. Ich schaute mich um, um sicherzustellen, dass uns genügend Raum zu manövrieren blieb, legte Leofric eine Hand auf die Schulter und deutete auf die Küste. Wir sahen eine Flotte untergehen. Die Dänen waren, der Landzunge vor der Mündung des Pool folgend, nach Süden gesegelt, wo sie dem plötzlich wieder auflebenden Unwetter hilflos ausgesetzt waren. Ein Schiff nach dem anderen wurde ans Ufer getrieben. Einige wenige hatten sich in offenes Gewässer retten können, andere versuchten, den Klippen rudern zu entkommen, die meisten aber waren verloren. Einzelheiten ließen sich nicht erkennen, doch konnte ich mir den Untergang sehr gut vorstellen. Wie die Schiffsleiber in der tosenden Brandung vor den Felsen zerschellten, wie die Drachenköpfe splitterten und wie sich die Hallen des Meeresgottes mit den Seelen ertrunkener Krieger füllten. Obwohl es Feinde waren, empfand jeder von uns nichts als Mitleid. Das Meer bringt einen kalten, einsamen Tod. Wir wurden vom Süden der Landzunge aus nach Westen abgetrieben. Ein dänisches Schiff kam nahe an uns vorbei. Sein Steuermann schaute zu uns herüber und lächelte grimmig, als wolle er zum Ausdruck bringen, dass es jetzt nur einen Feind gab, das Meer. Der Däne trieb vor uns her. Es war ein kleineres Schiff als unseres und nicht wie wir verlangsamt durch einen zertrümmerten Mast im Schlepp. Der Regen peitschte herab, und die See war voller Planken, gebrochener Spiere, Drachensteven, Ruder, Schilde und voller Leichen. Die tief über uns hinweg jagenden Wolkenfetzen hatten die Farbe von Eisen. Das Wasser war in weiße und grün-schwarze Streifen zerfranzt. Vor jeder Woge bäumte sich die Herr Engel auf, stürzte dann krachend ins Wellental und bebte wie ein erschrecktes Tier. Aber sie hielt stand. Sie war gut gebaut und ließ uns am Leben, während die Dänenschiffe versanken. Und Pater Willibald betete. Die Wolken jagten tief über die wütende See, doch der Sturm flaute ab. Und so konnten wir den zertrümmerten Mast und die Rahr losschneiden, die Ruder ausfahren, und dann ruderten wir durch das Treibholz einer zerstörten Flotte Richtung Westen. Ein Dutzend Dänenschiffe fuhr uns voraus. Andere folgten. Aber es war wohl über die Hälfte der Flotte gesunken. Vielleicht sogar noch mehr. Und ich hatte schreckliche Angst um Ragnar und Brida. Als wir eines der kleineren dänischen Schiffe einholten, steuerte ich möglichst nahe heran und rief, »Habt ihr die Windfieper gesehen?« »Nein!«, riefen sie zurück. Die gleiche Antwort erhielt ich von anderen Schiffen. Und so ruderten wir weiter, ein Schiff ohne Mast, ließen die Dänen hinter uns und fuhren, als ein schwacher Sonnenstrahl wie ein Rinnsal aus Blut durch die Wolken im Westen sickerte, in die weite Mündung der Uisk. Im Schutz einer langen Sandbank ruderten wir sicher durch ruhiges Wasserfluss aufwärts. Ich schaute hinüber auf die dämmerigen Hügel, auf denen Ochsten lag, konnte aber nirgends ein Licht sehen. Wir landeten am Strand an und wankten an Land. Einige Männer sanken in die Knie, andere schlugen ein Kreuz. In der Nähe war ein kleiner Hafen und einige Fischerhütten. Dorthin gingen wir. Auf unser Verlangen wurde Feuer gemacht und Essen aufgetischt. In der Dunkelheit kehrte ich ans Ufer zurück und sah weiter oben auf dem Fluß Lichter flackern. Es waren Fackeln auf jenen dänischen Schiffen, die es ebenfalls bis in die Mündung der Uisk geschafft hatten und nun flussaufwärts ruderten, nach Norden, in Richtung Exsensister, wohin, wie ich ahnte, gut rumgeritten war. Die Überlebenden des Unwetters würden sein Heer verstärken. Dort wähnte ich, falls er dennoch lebte, auch Odda den Jüngeren, mit Mildreth und meinem Sohn. Ich berührte Thors Hammer und flehte den Himmel an, dass sie noch lebten. Und dann, als die letzten dunklen Schiffe flussaufwärts zogen, legte ich mich schlafen. Am Morgen zogen wir die Heerengel in den Hafen und ließen sie bei Ebbe trockenfallen. Wir waren 48 Mann, erschöpft, aber lebendig. Gerippte Wolken, grau und rosa Farben schimmernd, wurden von dem ersterbenden Sturm über den Himmel getrieben. Wir liefen durch einen Wald voller Glockenblumen nach Ochsten. Hoffte ich dort, Mildreth zu finden? Vielleicht. Aber sie war natürlich nicht dort. Ich traf nur Oswald, den Verwalter, und mehrere Knechte, doch keiner von ihnen konnte mir Auskunft geben. Leofric bestand darauf, einen Tag lang zu rasten, damit die Kleider getrocknet und die Waffen geschärft werden konnten. Mir aber war nicht nach Rast. Und so rief ich zwei Männer, Kenwolf und Ida, mit denen ich mich nach Norden Richtung Exxon-Sister auf den Weg machte. Eine vom Sturm geschlagene Flotte lag unter den Mauern der Stadt am Ufer. Es waren mehr Schiffe, als ich erwartet hatte. Wir zählten fast 90. Also hatte fast die Hälfte von Gudrums Flotte das Unwetter überstanden. Ich suchte nach der Windfieber, war aber zu weit entfernt, um sie unter all den Schiffen erkennen zu können. Gudrum, der Unglückliche, ein treffender Beinahme. Die Meeres- und Windgötter hatten ihn geschlagen und mit einer geschwächten Streitmacht zurückgelassen. Doch auch sie war immer noch stark und einstweilen sicher hinter den römischen Mauern der Stadt verschanzt. Ich wollte den Fluß überqueren, doch da waren zu viele Dänen bei den Schiffen. Also gingen wir weiter nach Norden und gelangten an eine Stelle, an der wir unter uns auf dem Weg, auf dem bei Exxon-Sister eine Brücke über die Uisk führt und auf dem man durch das Moor nach Cornwallen kommt, eine Gruppe bewaffneter Männer entdeckten. Ich hielt sie zunächst für Dänen, bemerkte dann aber, dass sie nach Osten blickten und selbst die Dänen beobachteten. Es konnte sich also nur um Engländer handeln. Die Schilde auf den Rücken gehängt, zum Zeichen, dass wir friedlich gesinnt waren, stiegen wir von dem bewaldeten Hügel ab. Es waren 18 Männer, angeführt von einem Tegen namens Wittgil, der die Wachtruppe von Exxon-Sister befehligt und bei Gudrums Angriff auf die Stadt einen Großteil seiner Männer verloren hatte. Er berichtete nur widerwillig, gab aber schließlich zu, dass er mit dem Überfall nicht gerechnet und nur einige wenige Wachen vor dem Osttor aufgestellt hatte, als Gudrums Reiter gekommen waren. Diese hatten, weil sie von den Wachen für Landsleute gehalten wurden, die Stadt leicht einnehmen können. »War Odda da?«, wollte ich wissen. »Oldermann Odda?«, fragte Wittgil nach. »Natürlich nicht. Wo war er?« Wittgil runzelte die Stirn und sah mich an, als sei ich vom Himmel gefallen. »Im Norden, wo sonst?« »Er ist mit seinem Viert vor einer Woche losgezogen.« »Gegen Oba?« »So hat es der König befohlen,« antwortete Wittgil. Scheinbar hatte Oba seine Schiffe über den weiten Zäffern geführt und im äußersten Westen von Defnersgier landen lassen. Das Unwetter war erst später ausgebrochen, was darauf schließen ließ, dass seine Armee keinen Schaden genommen hatte. Odda war in den Norden befohlen worden, um Oba daran zu hindern, nach Wessex vorzustoßen. Wahrscheinlich hatte sich Odda der Jüngere auf den Weg gemacht, um seinen Vater zu unterstützen, und es war anzunehmen, dass er Mildreth bei sich hatte. »Herr!« Kenwolf berührte meinen Arm und deutete Richtung Osten, wo ich auf den Feldern zwischen dem Fluss und der auf einem Hügel gelegenen Stadt eine große Reiterschar erblickte. Ihr folgte ein Bannerträger, dessen grüne und weiße Farben die Reiter als Westsachsen kennzeichneten, obwohl wir aus der Ferne das Zeichen in der Mitte des Banners nicht erkennen konnten. War Alfred gekommen? Das erschien mir wahrscheinlich. Dennoch stand mir nicht der Sinn danach, den Fluß zu überqueren und mich davon zu überzeugen. Ich hatte nur einen Wunsch, Mildreth zu finden. »Wir gehen nach Norden«, sagte ich zu Leofric, als wir nach Oxten zurückkehrten. Ich wollte versuchen, Ober zu stellen. Also brach die Mannschaft der Heerengel am nächsten Morgen bei strahlender Frühlingssonne nach Norden auf. Während sich Dänen und Westsachsen bekriegten, führte ich Krieg gegen Odda den Jüngeren, und mir war klar, dass mich mein Stolz dazu trieb. Ich zog los, schlug einen Bogen um Exencister und folgte einem gewundenen Viehweg in die Hügel, bis ich mit meinen Männern Twyfjord erreichte, einen kleinen Ort, in dem es vor Flüchtlingen aus Exencister nur so wimmelte. Auch von diesen konnte mir keiner etwas über Odda den Jüngeren sagen. Sie wussten auch nichts von irgendeiner Schlacht im Norden. Von Twyfjord aus folgten wir einem Pfad am Rand des großen Moores und wanderten durch ein hügeliges, liebliches Waldgebiet, schliefen in dieser Nacht auf einer Hügelkuppe voller Blumen und ließen uns vom Gesang einer Nachtigall in den Schlaf wiegen. Im Morgengrauen weckten uns die Vögel, und wir wanderten weiter über Wiesen voller Maiglöckchen. Am Nachmittag hatten wir die Hügel über der Nordküste erreicht, wo uns einfache Leute begegneten, die mit Sack und Pack aus ihren Hütten am Meer geflohen waren. Wir würden also bald auf Dänen treffen. Als ich von dem hohen Hügel hinab schaute, empfand ich nur einen Anflug von Furcht, denn dort war Obers Flotte, die ostwärts ruderte, begleitet von Reitern und Fußtruppen, die am Ufer entlangzogen. Die Flüchtlinge berichteten uns, dass die Dänen über die große Säffernsee aus Wales gekommen und bei Birsterpol, einem Ort im äußersten Westen von Defnerskir, an Land gegangen seien. Dort hatten sie sich mit Pferden und Proviant versorgt, waren dann aber von dem schweren Unwetter, dem Gudrums Flotte zum Opfer gefallen war, bei ihrem Angriff auf Wessex aufgehalten worden. Auch als sich der Sturm gelegt hatte, blieben die Schiffe noch tagelang im Hafen von Birsterpol. Was ich mir nur damit erklären konnte, dass Oba, der nichts ohne Zustimmung der Götter tat, seine Runenstäbe befragt, eine ungünstige Antwort erhalten und auf bessere Zeichen gewartet hatte. Die Runen schienen jetzt Erfolg zu versprechen, denn Oba hatte seine Männer in Bewegung gesetzt. Ich zählte 36 Schiffe, was auf eine Streitmacht von 12 bis 1300 Mann schließen ließ. »Wohin wollen die?« fragte einer meiner Männer. »Nach Osten«, knurrte ich, »nach Osten gegen Wessex, ins fruchtbare Landesinnere des letzten englischen Königreiches. Nach Wintensister oder in irgendeine andere begüterte Stadt, wo Kirchen, Klöster und Stifte große Schätze angehäuft hatten. Nach Osten, wo es reiche Beute zu machen gab, wo es sich für die Dänen in Merzien, die noch keinen Besitz gefunden hatten, zu siedeln lohnte. Alfred wäre gezwungen, Kehrzumachen und ihnen entgegenzureiten, worauf Gudrum aus Exencister vorstoßen und dem Westsächsischen Heer in den Rücken fallen würde. Jetzt blieb nur zu hoffen, dass es dem Viert aus Defnersgier-Gelänge Obers Vormarsch entlang der Küste abzuwehren. Wir gingen nach Osten, wechselten über die Grenze von Defnersgier nach Somerset und beschatteten die Dänen, indem wir ihnen auf höher gelegenen Pfaden folgten. In dieser Nacht sah ich Obers Schiffe am Strand und im Lager der Dänen Feuerschein aufflackern. Wir schliefen im Wald, setzten noch vor Morgengrauen unseren Marsch fort und waren so unseren Feinden ein Stückwegs voraus. Gegen Mittag trafen wir auf die ersten westsächsischen Streitkräfte. Es waren Reiter auf Kundschaft, die sich vor der dänischen Gefahr zurückzogen. Wir stiegen von den Hügeln hinab und gelangten an einen Fluß, der in die Seffernsee mündete. Dort, in einer alten Festung über dem Fluß, fanden wir endlich Oldermann Odda, der sich entschlossen hatte, den Dänen die Stirn zu bieten. Der Fluß wurde Pedredden genannt. Nach seiner Mündung lag ein kleiner Ort namens Kontakten und unweit dieser Ortschaft befand sich jene Festung, die Kinnuit hieß. Sie war alt. Pater Willibald sagte, sie sei schon alt gewesen, als die Welt noch jung war und weit vor der Römerzeit errichtet worden. Die Zeit hatte die auf einem Hügel aufgeschütteten Welle abgetragen und an einer Stelle völlig verschwinden lassen. Der Graben ringsum war kaum mehr zu erkennen und ebenso wie der Wall von Gras überwachsen. Trotzdem hatte sich Oldermann Odda mit seinen Kämpfern in dieser Festung verschanzt. Und hier würde er sterben, wenn es ihm nicht gelang, Ober zu schlagen, dessen Schiffe bereits in der Mündung des Flusses aufgetaucht waren. Statt sofort die Festung aufzusuchen, zog ich mich in einen Hain zurück und verwandelte mich in Oldermann-Utret mit voller Kampfrüstung. Zum Kampf bereit, führte ich meine Männer aus dem Wald und auf die Felder hinaus, wo der Viert aus Deffners Gier den Angriff des Feindes erwartete. Die Dänen waren noch gut eine Meile entfernt. Sie rückten links von uns auf der Küstenstraße vor und beeilten sich, den Festungshügel Kinnuit einzukreisen. Doch sie kamen zu spät, um uns den Weg abzuschneiden. Zu unserer Rechten näherten sich weitere Dänen, die mit ihren Drachenschiffen den Pedredden heraufruderten. »Sie sind uns weit überlegen«, sagte Willibald. »So ist es«, pflichtete ich ihm bei. Ich zögerte und dachte, dass ich nicht hier zu sein brauchte, dass es nicht nötig sei, auf den Hügel zu steigen, um mich dort von den Dänen töten zu lassen. Ich blickte in die Runde meiner Männer und fragte mich, ob ihnen wohl Ähnliches durch den Kopf ging. Als ich aber ihren Blicken begegnete und sie grinsen oder mit dem Kopf nicken sah, wurde mir mit einem Mal bewusst, dass sie mir vertrauten. Ich führte sie an und sie folgten, ohne zu fragen. Dabei wußte zumindest Leofric sehr wohl um die Gefahr. »Von diesem Hügel herunter gibt es nur einen Weg«, flüsterte er mir zu. »Ich weiß.« »Und wenn wir uns den nicht freikämpfen können, bleiben wir dort.« »Begraben.« »Ich weiß«, wiederholte ich. Den Blick auf die Kuppe des Kinoet gerichtet, entdeckte ich mehrere Frauen, die von Männern geschützt vor dem Wall standen. Vielleicht, so dachte ich, war Mildred unter ihnen, und darum stieg ich hinauf. Die Spinnerinnen hatten mich jedoch aus einem anderen Grund in diese alte, aus Erde aufgeworfene Festung geschickt. Ich sollte noch in einem großen Schildwall zu kämpfen haben, in vorderster Reihe den Aufruhr und den Schrecken einer Schlacht erleben, in der jeder getötete Gegner durch zwei weitere ersetzt wird. Auf dem Hügel von Kinoet sollte ich meine Männlichkeit unter Beweis stellen, und ich bestieg ihn, weil ich keine Wahl hatte. Die Nornen wollten es so. Unversehens ertönte aus der Ferne lautes Brüllen, und ich sah, wie über einem der Schiffe an den Ufern des Padredden ein Banner gehisst wurde. Es war das Rabenbanner, Obas Banner. Oba, der letzte, mächtigste und gefährlichste Sohn Lotbrox, hatte seine Männer vor den Hügel geführt. Ich drängte mich zwischen den Männern durch, stieß diejenigen, die mir im Wege standen, mit meinem Schild beiseite, und achtete nicht weiter auf jene, die fragten, wer wir seien. So gelangten wir auf die Kuppe des Hügels, über der Oddas Schwarzhirsch-Spanner wehte. Ich trat auf Odda zu, ließ mir meinen Helm von Willibald abnehmen, und zog das Schwert, denn neben Odda stand sein Sohn, der mich anstarrte, als sei ich ein Geist. Wo ist sie? schrie ich und zielte mit Schlangenhaus-Spitze auf seine Brust. Wo ist sie? Oddas Männer zogen ebenfalls ihre Schwerter oder richteten ihre Speere auf uns, und auch Leofric zog seine in vielen Kämpfen abgewetzte Klinge, den Dänentöter. Nein! rief Pater Willibald und rannte nach vorn, den Knüppel in der einen, meinen Helm in der anderen Hand. Nein! Er versuchte, mich aufzuhalten, doch ich schüttelte ihn ab, sah mich nun aber drei Priestern gegenüber, die sich schützen vor Odda gestellt hatten. Doch ich stieß die Priester zur Seite und rückte Odda dem Jüngeren ganz nahe. Wo ist sie? verlangte ich zu wissen. Odda, der Jüngere, trug ein Kettenhemd. Es war so blank poliert, dass mir der Widerschein in den Augen brannte. Wo ist sie? fragte ich zum vierten Male, und dieses Mal war Schlangenhauch nur noch eine Hand breit von seiner Kehle entfernt. Euer Weib ist in Kredienten, antwortete Oldermann Odda. Sein Sohn konnte vor Angst nicht sprechen. Ich hatte keine Ahnung, wo dieses Kredienten lag. Und mein Sohn? Ich starrte dem Jüngeren Odda in die schreckgeweiteten Augen. Wo ist mein Sohn? Sie sind beide bei meiner Frau in Kredienten, antwortete Oldermann Odda. Wohlauf und in Sicherheit. Schwört ihr das? Schwören? Der Oldermann wurde zornig, sein hässliches, feistes Gesicht wurde rot. Ihr wagt es, an meinen Worten zu zweifeln? Er zog sein Schwert. Wir könnten euch wie einen Hund erschlagen, sagte er, und die Klingen seiner Männer zuckten. Ich drehte mich um und deutete mit meiner Schwertspitze hinunter auf den Fluß. Wisst ihr, wessen Banner da unten weht? fragte ich so laut, dass mich ein Großteil der Männer auf dem Hügel hören konnte. Das ist das Rabenbanner von Oberlotbroxon. Ich kenne ihn und weiß, wie er kämpft. Ich habe gesehen, wie er Bäuche aufschlitzt, Köpfe abschlägt, durch das Blut seiner Gegner wartet und sein Schwert schwingt, bis es laut kreischt, wie seine Opfer. Und mich, der ich bereit bin, an eurer Seite gegen diesen Mann zu kämpfen, wollt ihr töten? Dann tut es! Ich breitete die Arme aus und bot ihm meine Brust. Tut es! zischte ich ihn an. Aber vorher schwört ihr, dass meine Frau und mein Sohn in Sicherheit sind. Es blieb eine Weile still. Dann senkte er sein Schwert. Sie sind in Sicherheit, sagte er. Ich schwöre es. Und der da! Ich richtete das Schwert auf seinen Sohn. Hat er sie berührt? Oldermann Odda sah seinen Sohn an, der den Kopf schüttelte. Ich schwöre, ich habe sie nicht berührt, erklärte Odda der Jüngere, der endlich seine Sprache wiedergefunden hatte. Ich wollte sie nur beschützen. Wir hielten euch für tot und ich wollte sie beschützen. Das ist alles. Ich schwöre es. Ich steckte Schlangenhauch in die Scheide. Ihr schuldet meiner Frau achtzehn Schillinge, erinnerte ich Oldermann Odda, und dann kehrte ich ihm den Rücken. Ich war auf dem Festungshügel Kinoit. Ich hätte nicht kommen müssen, aber nun war ich da, weil niemand seinem Schicksal entkommt. Oldermann Odda wollte nicht angreifen. Er wollte bleiben, wo er war, und Ober zur Belagerung der Festung verleiten. Das so glaubte, er würde reichen. So binden wir ihre Kräfte, erklärte er, und Olfred kann vorrücken und sie angreifen. Olfred belagert Exencister, wandte ich ein. Er wird ein paar Männer zurücklassen, die Gudrum im Auge behalten und hierher kommen. Es gefiel ihm nicht, sich mit mir unterhalten zu müssen, aber ich war nun einmal ein Oldermann, und er konnte mich nicht ausschließen. Ich gehörte ebenso zu seinem Kriegsrat wie sein Sohn, die Priester und all die Tegen, die ich mit meinen Bemerkungen merklich verunsicherte. Ich war davon überzeugt, dass uns Olfred nicht zur Hilfe kommen würde. Doch Oldermann Odda rechnete fest damit. Und darum weigerte er sich, den Hügel zu verlassen. Seine Tegen, allesamt kräftige Männer mit Kettenhemden und grimmigen, von Wind und Wetter gegärten Gesichtern, pflichteten ihm bei. Einer meinte, dass die Frauen beschützt werden müssten. Die Frauen sollten gar nicht hier sein, sagte ich. Aber das sind sie nun einmal, entgegnete der Mann gerade heraus. An die hundert Frauen waren ihren Männern auf den Hügel gefolgt, auf dem es für sie und ihre Kinder keinen Unterschlupf gab. Selbst wenn Alfred tatsächlich kommt, fragte ich, wie lange wird er wohl brauchen? Zwei Tage, schätzte Odda, drei. Und womit sollen wir in der Zwischenzeit unseren Durst löschen, fragte ich. Mit Vogelpisse? Sie starrten mich verächtlich an, sie hassten mich, mussten mir aber Recht geben, denn auf dem Kinnuit gab es keine Quelle. Wasser war nur aus dem Fluß zu beschaffen und zwischen uns und dem Fluß standen die Dänen. Odda wußte sehr wohl, dass wir Durst leiden würden, bestand aber trotzdem darauf, dass wir blieben. Vielleicht beteten seine Priester um ein Wunder. Vorsichtig verhielten sich auch die Dänen. Sie waren uns zahlenmäßig nur knapp überlegen und hatten den Nachteil, auf den steilen Hängen des Kinnuit Hügel an kämpfen zu müssen. Darum sah Oba von einem Angriff ab und ließ stattdessen den Hügel einkreisen. Die Dänen hüteten sich vor Verlusten. Ich erinnerte mich an Obas zögerliche Haltung, als es darum ging, Edmunds Truppen auf der Anhöhe über den Sümpfen des Gowesk anzugreifen. Wie dem auch sei, statt die alte Festung mit einem vorrückenden Schildwall zu stürmen, ließ Oba seine Kämpfer rings um den Hügel Stellung beziehen und bestieg dann selbst von fünf Schiffsmeistern begleitet den Hügel. Er trug weder Schwert noch Schild und machte so deutlich, dass er verhandeln wollte. Oldermann Odda, sein Sohn, zwei Thegen und drei Priester gingen ihm entgegen. Und ich nahm mir als Oldermann das Recht, ihnen zu folgen. Odda warf mir einen bösen Blick zu, konnte mich jedoch nicht zurückweisen. So trafen wir uns auf halber Höhe mit Oba, der sich weder mit einer Begrüßung noch mit den üblichen Beschimpfungen aufhielt, sondern uns gleich darauf aufmerksam machte, dass wir in der Falle saßen und gut beraten wären, uns zu ergeben. »Ihr gebt eure Waffen ab,« sagte er, »ich nehme ein paar Geiseln und lasse euch am Leben.« Einer von Oddas Priestern übersetzte. »Ich musterte Oba.« Er war gealtert, und in seinem struppigen schwarzen Bart zeigten sich erste graue Strähnen. Mit seiner breiten Brust und den harten Gesichtszügen wirkte er aber nach wie vor einschüchternd. Und diese Wirkung erzielte er nun auch bei Oldermann Odda, zumal diesem bekannt war, dass der dänische Kriegsherr viele große Schlachten für sich entschieden hatte. Diesem Mann stand Odda nun gegenüber. Er gab sich Mühe, herausfordernd zu klingen, und entgegnete, dass er die Stellung halten und auf den einen wahren Gott vertrauen werde. »Dann werde ich euch töten,« sagte Oba. »Ihr könnt es versuchen,« erwiderte Odda. Oba spuckte vor ihm aus. Er wollte sich gerade abwenden, aber ich hielt ihn auf und sagte auf Dänisch, »Gudrums Flotte ist gesunken, Ober-Lod-Proxon. Njore hat seine Schiffe auf den Grund des Meeres gezogen, und all die tapferen Männer, die an Bord waren, sind jetzt bei Ran und Aegir.« Ran war die Frau des Meeresgottes, und Aegir der Riese, der die Seelen der Ertrunkenen beschützte. Ich zog meinen Hammer-Amulett zum Vorschein und hielt es in die Höhe. »Das ist die Wahrheit,« Graf Oba. »Ich habe den Untergang der Flotte miterlebt und sah die Mannschaften in den Fluten untergehen.« Er starrte mich mit seinen harten Augen an. Sein Herz glühte so heiß wie eine Schmiede esse. Ich fühlte es, spürte auch seine Furcht vor den Göttern, deren Zeichen er so ernst nahm wie sonst keiner. Genau darum hatte ich sie erwähnt. »Ich kenne dich,« knurrte er und streckte mir zwei Finger entgegen, um sich vor dem Fluch meiner Worte zu schützen. »Und ich kenne euch, Oberlodbroxon.« Ich ließ das Amulett los und hob drei Finger. »Iva ist tot,« zählte ich auf und beugte einen Finger. Dann den zweiten mit den Worten. »Halfdahn ist tot.« »Ihr allein seid übrig.« »Was sagen die Runen?« »Dass beim nächsten Neumond keiner der Lodbrox-Brüder mehr in Midgard weilt?« Ich hatte einen Nerv getroffen, wie ich es beabsichtigt hatte. Unwillkürlich griff Ober nach seinem Amulett. Oddas Priester übersetzte im Flüsterton, worauf mich der Oldermann verwundert anstachte. »Wollt ihr deshalb, dass wir uns ergeben?« fragte ich Ober. »Weil euch die Runenstäbe sagen, dass wir im Kampf nicht zu schlagen sind?« »Ich werde dich töten,« antwortete Ober. »Ich werde dich von der Leiste bis zur Kehle aufschlitzen und wie ein Tier ausweiden.« Ich versuchte zu lächeln, was mir unter dem Eindruck dieser Drohungen nicht leicht fiel. »Es wird euch nicht gelingen, Oberlodbroxon,« erwiderte ich. »So viel steht fest. Ich habe unter dem Mond der vergangenen Nacht die Runen geworfen, und ich weiß es.« Meine Worte taten ihre Wirkung, denn er glaubte ihnen. Er wollte sich darüber hinwegsetzen, doch er starrte mich bloß an. Scheinbar hatte er Angst, und ich vermutete, dass seine Runenstäbe meine Behauptung bestätigten und geweissagt hatten, dass ein Angriff auf den Kinoet scheitern würde. »Du bist Ragnars Junge,« sagte er und wusste mich nun endlich einzuordnen. »Und Ragnar der Furchtlose spricht zu mir,« entgegnete ich. »Er ruft nach mir aus der Halle der Toten, und er verlangt Rache, Rache an den Dänen, denn er wurde heimtückisch von seinen eigenen Leuten getötet. Ich bin sein Bote aus der Halle der Toten, gekommen, um dich zu holen.« »Ich habe ihn nicht umgebracht,« fauchte Ober. »Darum geht es nicht,« sagte ich. »Ragnar will sich rächen, und für ihn ist das Leben eines Dänen so gut wie jedes andere. Werft eure Runen noch einmal und legt dann euer Schwert ab. Ihr seid dem Untergang geweiht.« »Und du bist nicht als Wieseldreck?« Mit diesen Worten drehte er sich um und hastete davon. Oldermann Odda starrte mich noch immer an. »Kennt ihr ihn?« fragte er. »Ich kenne Ober seit meinem zehnten Jahr,« antwortete ich und schaute dem dänischen Kriegsherrn nach. »Und ich weiß von Ober, dass er die Götter fürchtet. Ich habe ihn soeben in Angst und Schrecken versetzt. Er glaubt nun, dass er gegen uns verlieren wird. Für einen Angriff wäre jetzt die beste Gelegenheit.« »Wir sollten auf Alfred warten,« sagte Odda. »Alfred hält Gudrum in Schach. Er behält ihn im Auge, denn Gudrums Heer ist doppelt so groß wie das von Ober, obwohl er die Hälfte seiner Flotte verloren hat. Warum sollte Alfred zulassen, dass er aus Exenziester ausbricht? Alfred wird nicht kommen,« schloss ich, »und wir werden hier verdursten, bevor Ober von sich aus angreift.« »Wir haben Wasser.« sagte Oddas Sohn beleidigt. Er hatte mich die ganze Zeit beobachtet und schien beeindruckt, dass ich so vertraut mit den Dänen gesprochen hatte. »Ihr habt Wasser für einen Tag,« erwiderte ich und erkannte am Ausdruck des Vaters, dass ich recht hatte. Odda wandte sich ab und schaute über das Flusstal nach Süden. Er hoffte auf Alfreds Truppen. Doch natürlich war von ihnen nichts zu sehen. Statt blinkender Speerspitzen sah er nur vom Wind bewegte Bäume. Odda, der Jüngere, spürte die Verunsicherung seines Vaters. »Wir können noch zwei Tage warten,« sagte er. »In zwei Tagen wird das Sterben nicht leichter sein,« solzte Odda, den ich in diesem Augenblick bewunderte. Er hatte gehofft, nicht kämpfen zu müssen und von seinem König gerettet zu werden, wußte aber genau, dass er nun handeln mußte und dass die Männer von Defnerskir Englands Schicksal in den Händen hielten. »Morgen früh,« sagte er, ohne mich anzusehen, »sobald es hell wird, greifen wir an.« Wir schliefen in voller Kriegsrüstung, das heißt, wir versuchten zu schlafen. Hinter zerrissenen Wolken war manchmal der abnehmende Mond zu sehen. Ringsum brannten Feuer, vor allem im Süden bei Kontakten, wo Gutrum lagerte, und im Osten, nahe den dänischen Schiffen, deren vergoldete oder bemalte Stevenköpfe den Feuerschein widerspiegelten. Vom Rand der Weide aus, die zwischen uns und dem Fluß lag, beobachteten die Dänen den Hügel. Hinter ihnen erstreckte sich ein Moorgebiet, das bis an eine kleine Ortschaft am Fluß heranreichte, in deren Hütten die dänischen Schiffswachen Unterschlupf gefunden hatten. Zwischen den Hütten, deren Bewohner längst geflohen waren, brannten ebenfalls Feuer, und ich sah eine Handvoll Dänen vor den hohen Steven ihrer am Ufer liegenden Schiffe auf- und abgehen. Ich stand auf dem Wall, betrachtete die langen, schlanken Schiffe. Ich konnte nicht schlafen. Ich dachte an Schilde und Dänen, an Schwerter und Furcht. Ich hatte Angst zu versagen, wenn ich am Morgen im Schildwall an der Schwelle des Todes stünde. Ich war nicht der Einzige, der keinen Schlaf fand. Gegen Mitternacht stieg jemand auf den mit Gras überwachsenen Wall und gesellte sich zu mir. Es war Oldermann-Odder. »Woher kennt ihr Ober?« fragte er mich. »Ich war ein Gefangener der Dänen,« antwortete ich. »Sie haben mich erzogen und mir zu kämpfen beigebracht.« Ich berührte einen meiner Armreife. »Dänen hat mir Ober gegeben.« »Die Dänen sind nicht dumm,« sagte er. »Sie werden einen Angriff im Morgengrauen erwarten.« Ich schwieg und fragte mich, ob sich Odder in seiner Angst anders besonnen hatte. »Und sie haben mehr Männer als wir.« »Sie haben mehr Männer als wir,« wiederholte Odder, »und manche von uns sind nur mit Sicheln bewaffnet.« »Auch eine Sichel kann tödlich sein,« sagte ich. Doch das war töricht. Mit einer solchen Waffe hätte ich keinem Dänen gegenübertreten wollen. »Wie viele tragen richtige Schwerter?« fragte ich. »Vielleicht die Hälfte.« »Dann sollten die in den vorderen Reihen stehen,« schlug ich vor. »Die Nachrückenden nehmen sich die Waffen der Gefallenen.« Ich hatte keine Vorstellung von dem, was ich sagte, fühlte mich aber bemüßigt, Zuversicht zu verbreiten, denn nur mit ihr ließ ich die Angst bezwingen. Odders Blick war auf die dunklen Schiffe in der Tiefe gerichtet. Nach einer Weile sagte er, »Eure Frau und Euer Sohn sind wohl auf.« »Gut.« Mein Sohn hat sie nur zu retten versucht. »Und gebetet, daß ich tot bin.« Er zuckte mit den Achseln. Seit dem Tod ihres Vaters hat Mildreth bei uns gelebt. Mein Sohn mochte sie sehr. Er wollte ihr nichts Böses und hat auch nichts Böses getan. Er streckte die Hand aus, und ich sah, daß er mir einen Lederbeutel geben wollte. »Der Rest des Brautgeldes,« sagte er. »Bewahrt es für mich auf, Herr,« entgegnete ich, »bis nach der Schlacht. Und wenn ich sterbe, gibt es Mildreth.« Eine Eule flog über uns hinweg, lautlos und schnell. Und ich fragte mich, was das zu bedeuten hatte. Im Osten an der Küste und fernab des Flusses brannte ein Feuer, und auch das erschien mir als ein Zeichen, das ich nicht zu lesen vermochte. »Meine Männer sind tapfer,« sagte Oder. »Aber was, wenn der Feind sie in die Zange nimmt? Es wäre besser, Ober griffe von sich aus an. Ja, das wäre besser,« stimmte ich ihm zu. »Aber Ober wird sich nicht rühren, es sei denn, die Runenstäbe verheißen ihm Erfolg.« Dem Schicksal weicht nichts und niemand aus. Das wußte Ober. Und darum achtete er auf die Zeichen der Götter. Ein solches Zeichen war, wie ich ahnte, auch die Eule gewesen, die über unsere Köpfe hinweg und über die dänischen Schiffe zu jenem fernen Feuer am Ufer der Seffernsee geflogen war. Ich erinnerte mich plötzlich an die vier Boote Edmunds, die vor der Küste Ostangliens aufgekreuzt waren und die dänischen Schiffe mit brennenden Pfeilen beschossen hatten. Und ich wurde gewahr, dass ich die Zeichen lesen konnte. »Wenn sich unsere Männer in die Zange nehmen lassen, werden sie sterben,« sagte ich. »Gleiches gilt für den Gegner. Wir müssen also versuchen, ihn in die Zange zu nehmen.« »Wie?« fragte Odda bitter. Er dachte nur an die Schlacht im Morgengrauen, Angriff, Kampf und Niederlage. Ich aber dachte an die Eule. Sie war von den Schiffen dem Feuer entgegen geflogen. Und das war ein Zeichen. Feuer den Schiffen! »Wie sollen wir sie täuschen?« fragte Odda. Oldermann Odda, der mein Vater hätte sein können, brauchte Unterstützung. Er wollte von mir hören, was zu tun war, ausgerechnet von mir, der ich nie in einem großen Schildwall gestanden hatte. Aber ich war jung und überheblich, und die Zeichen hatten mir gesagt, was zu tun war. Und so weihte ich Odda ein. »Seid ihr jemals einem Schädugengen begegnet?« fragte ich ihn. Zur Antwort schlug er unwillkürlich ein Kreuz. »Als Kind habe ich häufig von den Schädugengen geträumt«, sagte ich. »Ich bin nächtens umhergestreift, um sie zu suchen und kennenzulernen, damit ich mich ihnen würde anschließen können. »Was hat das mit dem zu tun, was uns morgen erwartet?« fragte er. »Gebt mir fünfzig Männer«, antwortete ich. »Mit ihnen und meinen Männern werde ich, sobald es hell wird, dort drüben angreifen.« Ich zeigte auf die Schiffe. »Wir werden ihre Schiffe in Flammen aufgehen lassen.« Odda blickte auf die nahen Lagerfeuer am Fuße des Hügels hinab, wo auf dem Feld im Osten die feindlichen Wachen standen. »Sie werden auf euch gefasst sein und sehen, dass ihr kommt«, sagte er, und hatte natürlich recht damit. »Die Wachen würden Alarm schlagen, kaum, dass wir zehn Schritt vorgerückt wären, und Oberstruppen, die ebenso wie unsere zum Kampf bereitstanden, würden aus dem Lager im Süden stürmen und meine Männer stellen, ehe sie das Moor erreicht hätten.« »Aber wenn die Dänen sehen, dass ihre Schiffe brennen, werden sie nicht auf das Feld, sondern auf direktem Weg zum Fluss laufen. Und das Ufer ist zu beiden Seiten von Sümpfen gesäunt. Dort können sie uns nicht in die Zange nehmen. Sie können es zwar versuchen und den morastigen Boden in Kauf nehmen, würden uns dort aber weniger gefährlich werden als auf dem freien Feld.« »Aber ihr werdet es bis zum Fluss nicht schaffen«, wandte er ein. »Ich schaffe es«, sagte ich. »Und wenn die Schiffe brennen, werden alle Dänen zum Ufer laufen. Dann schlagen unsere Hundert zu. Während die Dänen ihre Schiffe zu löschen versuchen, bleibt unseren Männern Zeit genug, das Moor zu durchqueren. Sie kommen mir so schnell wie möglich zur Hilfe. »Gemeinsam werden wir weitere Schiffe in Brand stecken, auch wenn die Dänen das zu verhindern suchen«, ich deutete auf das Flussufer. »Wenn alle Dänen dort am Strand zwischen Fluss und Moor sind, fallt ihr ihnen mit eurem Viert in den Rücken.« Den Blick auf die Schiffe gerichtet, dachte Odda über meinen Vorschlag nach. »Wenn es mir gelänge, die Schiffe in Brand zu setzen, würden die Dänen versuchen, mich aufzuhalten. Ich hätte sie auf den schmalen Uferstreifen zwischen Fluss und Moor gelockt und könnte sie, wenn mir Leofric mit Hundert Männern zur Hilfe käme, aufhalten, bis Odda von hinten dazustieße. Dann säßen die Dänen in der Falle, eingekesselt zwischen Odda, meinen Männern, dem Moor und dem Fluss.« »Es könnte gelingen«, sagte Odda zögernd. »Gebt mir fünfzig Männer«, drängte ich. »Und jung sollen sie sein.« »Jung?« »Sie müssen schnell sein und die Schiffe erreicht haben, ehe die Dänen zur Stelle sind.« Ich gab mich zuversichtlich, was ich aber in Wirklichkeit nicht war. Und weil er nicht antwortete, fügte ich hinzu, »Gewinnt diesen Kampf, Herr!« Ich nannte ihn Herr, nicht weil er im Rang höher stand, sondern weil er älter war als ich. »Dann werdet ihr Wessex gerettet haben und von Alfred reich belohnt werden.« Er dachte über meine Worte nach. Vielleicht war es die Aussicht auf Belohnung, die ihn schließlich überzeugte, denn er nickte und sagte, »Ihr könnt euch auf meine fünfzig Männer verlassen.« Ich verdankte Raven viele gute Ratschläge. In dieser Nacht aber erinnerte ich mich vor allem an jenen einen Rat, den er mir bei unserer ersten Begegnung erteilt hatte. Er war mir noch gut in Erinnerung. »Leg dich nie, niemals mit Ober an!« Die fünfzig Männer wurden von einem Landvogt namens Idor angeführt, einem Mann, der so hart wie Leofric war und wie dieser schon in großen Schildwellen gekämpft hatte. Seine bevorzugte Waffe war ein kurzer Jagdspieß, obwohl er auch ein Schwert an der Seite trug. Dieser Spieß sei, wie er sagte, so schwer und fest, dass man ein Kettenhemd damit durchbohren, ja sogar Schilde zertrümmern könne. Wie Leofric, so war auch Idor mit meinem Vorschlag sofort einverstanden. Ich hatte mit ihrer Zustimmung gerechnet, doch im Nachhinein wundert es mich, dass die Schlacht am Kinoit nach dem Plan eines Zwanzigjährigen ausgefochten wurde, dem es an Erfahrung mangelte. Immerhin war ich kräftig und groß, ein Herr, unter Kriegern, aufgewachsen, und ich besaß die überhebliche Zuversicht eines Mannes, der zum Kampf geboren war. Ich bin Utreth, der Sohn Utreths, und wir hatten Bebernburg und unsere Länderei nicht halten können, indem wir vor Altären wimmerten. Wir sind Krieger. Idors Männer und meine sammelten sich hinter dem östlichen Festungswald des Kinoit, wo wir warten sollten, bis das erste Schiff in Flammen aufging. Leofric bildete mit der Mannschaft der Herr Engel die rechte Flanke, was ich so wollte, weil auf sie Obers Angriff zielen würde, wenn er am Flussufer über uns herfiele. Idor und die Männer von Defnaskeer standen auf der linken Seite. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, dafür zu sorgen, dass das Feuer des einen Schiffes auch auf andere übergriff. Wir werden nicht versuchen, die ganze Flotte in Brand zu setzen. Es reicht, wenn vier oder fünf Schiffe brennen, sagte ich. Das wird die Dänen wie Bienen herbeischwärmen lassen. Bienen haben einen Stachel, bemerkte eine Stimme aus dem Hintergrund. Hat jemand Angst? fragte ich verärgert. Grund zur Angst haben allein die Dänen. Ihnen ist Unheil vorhergesagt. Sie ahnen ihre Niederlage und fürchten nichts mehr als den Kampf gegen die Männer von Defnaskeer im Morgengrauen. Wir werden ihnen zusetzen, dass sie wie Weiber schreien. Sie töten und sie in ihre dänische Hölle schicken. Darin erschöpfte sich mein Aufruf zur Schlacht. Ich hätte mehr sagen sollen, war aber allzu nervös, weil ich als Erster und allein den Hügel hinabsteigen musste. Ich musste meinen Kindheitstraum vom Schattenwandler verwirklichen. Leofric und Idor würden die Hundertschaft erst dann in Bewegung setzen, wenn sie die Dänen zur Anlegestelle hasten säen. Und falls ich die Schiffe nicht würde in Brand setzen können, bliebe der Angriff aus. Oder bekäme es erneut mit der Angst zu tun, die Dänen würden ihre Überlegenheit ausspielen, Wessex würde fallen und England wäre verloren. Ruht euch aus, sagte ich zum Schluss. Bis zur Dämmerung ist es noch eine Weile. Ich ging hinter den Wald zurück, wo Pater Willibald auf mich zukam. Möchtet ihr Gottes Segen empfangen? fragte er mich. Lieber hätte ich eure Kutte, Pater, antwortete ich, worauf er seinen dunkelbraunen, wollenen Umhang mit Kapuze ablegte und mir über die Schulter warf, sodass er mein glänzendes Kettenhemd verbarg. Und wenn es hell wird, Pater, möchte ich, dass ihr hier bleibt. Als Priester seid ihr dort unten fehl am Platz. Im Gegenteil. Es werden Männer sterben und meinen Beistand nötig haben, entgegnete er. Leofric begleitete mich bis an den Wall über dem Nordhang, der im Schatten des Mondes lag. Es war außerdem die am spärlichsten bewachte Seite des Hügels, da sich an ihrem Fuß nur Sumpf und das Wasser der Seffernsee ausbreitete. Ich gab Leofric meinen Schild. Er legte mir seine Hand auf den Arm. Du bist wirklich rotzfrech, ihr Sling. Habe ich recht? Ist das ein Fehler? Nein, Herr, antwortete er und betonte die hohe Form der Anrede. Gott sei mit dir, fügte er hinzu, welcher Gott auch immer. Beeil dich mit den Männern, sobald du das erste Schiff brennen siehst. Wir kommen, so schnell es das Moor zulässt, versprach er mir. Ich stieg über den Wall und sprang in den Graben dahinter. Jetzt sollte ich also werden, was ich immer schon hatte sein wollen, ein Shadugengen, ein Schattenwandler. Aus einem Kindheitstraum wurde ein Spiel auf Leben und Tod. Um mein Glück zu beschwören, umfasste ich das Heft von Schlangenhauch. Dann stieg ich aus dem Graben und schlich gebückt den halben Hügelhang hinab. Von dort aus wand ich mich beuchlings wie eine Schlange durch das Gras, auf eine Lücke zwischen zwei heruntergebrannten Feuern zu. Die Dänen schliefen oder dösten vor sich hin. Ich sah sie vor den niedergebrannten Feuern sitzen und war aus dem Hügelschatten herausgekrochen, nun auch selbst im Mondlicht zu erkennen und ungeschützt, weil das Gras von Schafen abgefressen war. Aber ich bewegte mich wie eine Spukgestalt, ein auf dem Bauch kriechender Geist, lautlos, ein Schatten auf der Weide. Die Wachposten hätten sich nur umzuschauen oder zwischen den Feuern entlang zu gehen brauchen, aber sie hörten nichts, rechneten mit nichts und sahen nichts. Es dauerte eine Ewigkeit, um an ihnen, die an einer Stelle kaum zwanzig Schritt von mir entfernt waren, vorbeizukommen. Als ich sie endlich hinter mir gelassen hatte, boten mir die hohen Grasbüschel am Rand des Moores genügend Deckung, so dass ich schneller vorankam. Noch war der Osthimmel schwarz. Ich ließ mir Zeit, kroch langsam auf dem Bauch voran, so langsam, dass mich die Angst ergriff. Ich spürte einen Muskel im rechten Oberschenkel Zittern, hatte Durst und empfand ein saures Gefühl im Magen. Immer wieder umfasste ich das Heft meines Schwertes. »Leg dich nie, niemals mit Ober an«, hat der Raven gesagt. Der Osten war immer noch dunkel. Ich kroch weiter und war dem Meeresufer inzwischen so nahe, dass ich auf den Zäffernsee hinausblicken konnte, dessen leicht gekräuselte Wellen im Mondlicht wie gehämmertes Silber schimmerten. Die Flut hatte eingesetzt und überspülte das Schlickufer. Mein Schenkel bebte. Mir war elend. Doch die Schiffswachen waren genauso wenig auf der Hut wie die Wachen am Fuße des Hügels. Was hätten sie auch fürchten sollen? Von Ordas Streitkräften, die in sicherer Entfernung lagerten, drohte keine Gefahr. Die Wachen waren im Grunde nur deshalb eingesetzt worden, weil die Dänen ihre Schiffe niemals unbeaufsichtigt ließen. Die meisten von ihnen hatten sich zum Schlafen in die Karten zurückgezogen und um die kleinen Feuer hockten nur noch einige wenige Männer. Vielleicht schliefen auch sie halb, denn sie rührten sich kaum. Nur einer ging vor den Hohen Steven der am Strand liegenden Schiffe auf und ab. Ich stand auf. Ich war ein Schattenwandler gewesen, doch nun befand ich mich auf dänischem Boden, hinter den feindlichen Wachen, legte die Kutte ab, wischte den Schmutz von der Rüstung und ging, erhobenen Hauptes, auf die Schiffe zu. Bei jedem Schritt machte der Schlick in meinen Stiefeln Geräusche, und als ich das Schiff am nördlichen Ende der Reihe erreicht hatte, warf ich meinen Helm in den Schatten des Rumpfes und wartete darauf, von dem einen Dänen, der seine Runde lief, entdeckt zu werden. Und was würde er sehen? Einen Mann in voller Rüstung, einen Herrn, einen Schiffsmeister, einen Dänen. An den Steven gelehnt, schaute ich zu den Sternen empor. Mein Herz hämmerte, meine Schenkel zitterten, und ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass ich, sollte ich an diesem Morgen sterben, immerhin wieder mit Ragnar zusammen wäre. Als ich Schritte hinter mir hörte, drehte ich mich um und sagte lächelnd, ein kühler Morgen. So ist es. Es war ein älterer Mann mit zottigem Bart. Mein plötzliches Auftauchen erstaunte ihn, doch argwöhnisch schien er nicht. Alles ruhig, bemerkte ich, und deutete mit einem Kopfnicken nach Norden, um ihm weiß zu machen, dass ich die Wachen am Fuße der dem Meer zugewandten Hügel Seite gesprochen hatte. Die Engländer haben Angst vor uns, erwiderte er. Dazu haben sie auch allen Grund. Ich tat so, als müsse ich gähnen, rückte von der Bordwand ab und gab vor, mir die Beine vertreten zu wollen. Scheinbar überrascht machte ich ihn auf meinen Helm aufmerksam, der halb im Wasser lag, und fragte, was ist das? Als er sich im Schatten des Schiffes über den Helm beugte, zog ich mein Messer, trat ganz nah zu ihm und trieb ihm die Klinge von unten in die Kehle. So tötete ich ihn, ohne dass irgendjemand es bemerkte. Nur die Götter waren Zeugen. Und als er seine Seele ausgehaucht hatte, zog ich das Messer aus der Kehle, holte meinen Helm aus dem Wasser und kehrte vor den Schiff Stephen zurück. Dort wartete ich, bis der Horizont im Osten hell wurde, bis sich an Englands Rand ein grauer Schimmer zeigte. Die Zeit war gekommen. Ich ging langsam auf das nächste Feuer zu, an dem zwei Männer saßen. Ihr werdet bald abgelöst, grüßte ich frohgestimmt. Sie starrten mich an und vergaßen darüber zu fragen, wer ich sei. Aber wie der Mann, den ich soeben getötet hatte, schienen sie keinerlei Argwohn zu hegen. Eine ruhige Nacht, sagte ich, und bückte mich, um einen brennenden Scheit aus den Flammen zu ziehen. Egil hat sein Messer auf dem Schiff liegen lassen. Egil war ein weit verbreiteter Name unter den Dänen, und dass ich Flammenlicht brauchte, um meinen Weg beleuchten zu können, schien den Männern als Erklärung auszureichen. Und so ging ich unbehelligt an den Hütten vorbei, nickte drei Männern zu, die um ein anderes Feuer saßen, und lief an der Reihe der am Ufer liegenden Schiffe entlang, bis ich das in der Mitte erreicht hatte. Unschuldig fuhr mich hin, pfeifend, kletterte ich über die kurze Leiter an Bord. Geduckt näherte ich mich den in der Bilge aufgestapelten Rudern und steckte den brennenden Holzscheit in das Gestänge. Um den Brand zu beschleunigen, schnitzte ich mit meinem Messer Späne aus der Ruderbank und warf eine Handvoll ins Feuer, das sogleich aufflackerte. Noch waren die Flamme nicht so hoch, dass sie die Wachen am Ufer hätten sehen können, doch sie griffen rasch um sich. Mir blieb nicht mehr viel Zeit, also steckte ich das Messer in die Scheide zurück, stieg über die Bordwand und ließ mich in den Pedretten gleiten. Das Wasser reichte mir bis zu den Hüften, als ich von einem Schiffsheck zum nächsten wartete, bis ich am Ende der Reihe an die Stelle gelangte, wo der graubärtige Leichnam auf den niedrigen Wellen des Flusses schaukelte. Dort wartete ich und wartete. Mir wurde kalt, und ich fürchtete, das Feuer sei ausgegangen. Das Grau am Rand der Welt wurde Lichter. Dann endlich gelte ein wütender Schrei. Ich trat aus dem Schatten des Schiffes und sah die Dänen auf die Flammen zulaufen, die jetzt hoch über dem Schiff aufloderten, das ich in Brand gesteckt hatte. Ich schlich an eines der verlassenen Lagerfeuer zurück, ergriff einen weiteren brennenden Scheid und schleuderte ihn auf ein zweites Schiff. Niemand sah mich. Die Männer, die an Bord des brennenden Schiffes umherhasteten, waren gut sechzig Schritt entfernt. Dann ertönte ein Horn. Immer und immer wieder ertönte es, und ich wusste, dass Obas Männer aus ihrem Lager bei Kentakten herbeieilen würden. Ich trug einen letzten flammenden Holzschei zu den Schiffen und verbrannte mir die Finger, als ich ihn ins Gestänge der Ruder schob. Dann wartete ich wieder in den Fluss hinaus und suchte im Schatten einer Bordwand Deckung. Das Horn wurde immer noch geblasen. Männer schwärmten aus den Fischerkarten ins Freie. Sie liefen auch aus dem Lager im Süden herbei. Und so gingen uns Obas Dänen in die Falle. Sie sahen ihre Schiffe brennen und versuchten sie zu retten. Viele von denen, die Eilends aus dem Lager gestürzt waren, hatten keine Waffen bei sich und nichts anderes im Sinn, als die Flammen zu löschen, die inzwischen bis zum Takelwerk aufloderten und einen geisterhaft flackernden Schein verbreiteten. Ich hielt mich versteckt und hoffte, dass Leofric schnell genug zur Stelle wäre. Darauf kam jetzt alles an. Darauf und auf den Segen der Spinnerinnen, den Segen der Götter. Mit ihren Schilden schöpften die Dänen Löschwasser in das brennende Schiff, doch mit einem Mal erhob der Wachen überwältigt hatten und nun das Moor überquerten. Ich wagte mich aus der Deckung des Schiffsrumpfes hervor und sah Leofric kommen. Dreißig oder vierzig Dänen rannten los, um sich ihm entgegen zu werfen. Doch dann bemerkten sie, dass auch andere Schiffe Feuer gefangen hatten. Die Brände im Rücken und die Angreifer vor sich gerieten sie in Panik, zumal die dem Fluss. Leofrics Männer hatten das Moor hinter sich gelassen. Die ersten Schwerter und Speere trafen aufeinander. Leofric und die Mannschaft der Heerengel war den wenigen Dänen, die sich ihnen in den Weg stellten, klar überlegen. Und sie brachen sich mit schwingenden Schwertern und Äxten Bahn. Ich lief zu ihnen, ergriff den Schild eines gefallenen Dänen und rief meinen Namen, weil sich einige unserer Männer durch mich verunsichert sahen. Jetzt schlossen auch Idors Kämpfer zu uns auf. Ich befahl ihnen, das Feuer auf den Schiffen zu verbreiten, während die Männer der Heerengel einen Schildwald bildeten, der die gesamte Breite der Landzunge einnahm. Dann setzten wir uns in Bewegung, dem Heer Obers entgegen, dem erst jetzt bewusst wurde, dass er angegriffen wurde. Wir rückten vor. Eine Frau, die aus einer der Hütten gekommen war, schrie, als sie uns sah, und floh kreischend ans Ufer, wo ein Mann die Dänen laut brüllend dazu aufforderte, einen Schildwald zu bilden. Ich rief nach Idor, dessen Männer wir nun brauchen würden. Er führte sie zu uns, und sie verstärkten unsere Reihen. Wir waren jetzt hundert Mann und hatten das gesamte Dänenheer vor uns, das allerdings von einer geordneten Schlachtaufstellung weit entfernt war. Ich warf einen Blick auf den Kinuit, doch von Odders Männern war nichts zu sehen. Sie kommen schon noch, dachte ich ganz bestimmt. Dann brüllte Leofric, dass wir den Schildpanzer schließen sollten, worauf Eschenholz an Eschenholz schlug. Ich steckte Schlangenhauch in die Scheide und zog den Wespenstachel. Schildwall Nach den Worten meines Vaters ein schrecklicher Ort. Er hatte siebenmal im Schildwall gestanden und war in seinem letzten Kampf getötet worden. Und was hatte Raven gesagt? Leg dich nie, niemals mit Ober an. Hinter uns brannten dänische Schiffe, von vorne stürnten uns Dänen entgegen, die blindwütig auf Rache sannen. Und das war ihr Verderben, denn sie versäumten es, einen festen Schildwall zu bilden. Sie kamen, wie eine Meute wilder Hunde angehetzt, mordlüstern und davon überzeugt, uns in Stücke reißen zu können, denn sie waren Dänen und wir waren nur Westsachsen. Ich sah einen narbengesichtigen Mann auf mich zustürmen, dem vor lauter Geschrei der Geifer aus dem Mund troff, und in diesem Augenblick überkam mich jene magische Ruhe der Schlacht. Die Säuernisse im Magen, das Muskelzittern und die Trockenheit im Mund waren verschwunden. Es gab nur noch diese magische Ruhe der Schlacht. Ich war glücklich. Müde war ich auch. Ich hatte nicht geschlafen, ich fror, ich war nass bis auf die Haut und trotzdem fühlte ich mich unbesiegbar. Diese Ruhe der Schlacht ist etwas Wundersames. Die Nerven reagieren nicht. Die Angst verfliegt. Alles wird so klar wie kostbares Kristall und der Feind hat keine Chance, weil er zu langsam ist. Ich fing die Speerspitze des narbengesichtigen Mannes mit dem Schild ab und ließ ihn in mein Kurzschwert laufen. Ich spürte den Aufprall im Arm, als der Wespenstachel seinen Lederpanzer durchbohrte und tief in seinen Bauch eindrang. Ich spürte sein warmes Blut auf meiner kalten Hand und ich roch den sauren Ehldunst, den sein Schrei verströmte. Ich stieß ihn mit dem schweren Schildbuckel zu Boden, tötete ihn mit einem Stich in die Kehle und stieg über ihn hinweg. Rechts von mir hieb ein Däne mit der Axt auf den Schild meines Nebenmannes ein. Auch ihn streckte ich mit einem Stich in den Hals nieder. Leofric drängte die Männer der Heerenkel mit lautem Gebrüll zu töten, unsere Gelegenheit zu nutzen und die Dänen zu schlagen, die so töricht gewesen waren, uns anzugreifen, ohne vorher einen festen Schildwall gebildet zu haben. Es war ein Gemetze, das Werk von Schlechtern mit gutem Eisen und schon lagen dreißig oder mehr Dänen tot föhnte es aus den dänischen Reihen. Inzwischen war es hell geworden. Bald würde die Sonne hinter dem Horizont aufsteigen. Die Schiffe am Ende der langen Reihe brannten wie riesige Fackeln. Aus dem Rauch ragte ein Drachenkopf mit golden glänzenden Augen empor. Möwen kreischten, ein Hund rannte bellend vor den Schiffen hin und her, ein Mast stürzte, Funken stoben hoch auf in die silbrige Luft. Ich sah, wie die Dänen nun auch einen Schildwall bildeten, sich zur Schlacht aufstellten, sah das Rabenbanner, die Dreiecksfahne, mit der uns Oba wissen ließ, dass er zur Stelle war, gekommen, um uns in den Tod zu schicken. Schildwall! brüllte ich, und es war das allererste Mal, dass ich diesen Befehl ausgab. Schildwall! Unsere Reihen hatten sich aufgelöst, doch jetzt galt es, fest zusammenzustehen, Schild an Schild. Wir sahen uns Hunderten von Dänen gegenüber, die uns zu überwältigen drohten. Ich schlug mit dem Kurzschwert auf den Eisenrand meines Schildes ein und schrie, sie kommen, um zu töten und werden selber bluten, sie kommen, um unsere Schwerter zu schmecken. Meine Männer johlten. Wir waren mit einer Hundertschaft aufgebrochen und hatten schon ein Gegenseite, fünfmal so viele Dänen bereit machten, sie zu töten. Leofric stimmte ein Kriegslied an, einen rhythmischen, harschen Gesang, der von einer Schlacht erzählte, in die unsere Vorfahren gegen jene gezogen waren, die vor uns über England geherrscht hatten. Hinter mir hörte ich eine einzelne Stimme beten. Ich drehte mich um und sah Pater Willibald mit erhobenem Speer. Sein Ungehorsam brachte mich zum Lachen. Lachen in der Schlacht! Das hatte mir Ragnar beigebracht, dem Kampf Vergnügen abzuringen, an diesem Morgen Freude zu empfinden, denn die Sonne berührte jetzt den östlichen Horizont, füllte den Himmel mit Licht und vertrieb die Dunkelheit hinter den Rand der Welt. Ich trommelte mit dem Kurzschwert auf meinen Schild und schlug Krach, um die Rufe der Dänen zu übertönen. Ich wusste, dass sie uns schwer zusetzen würden und dass wir ihnen standhalten mussten, bis Odda käme. Leofric, darauf baute ich, würde unsere rechte Seite halten, auf der uns die Dänen nach einem Umweg über das Moor angreifen würden. Unsere linke Seite war sicher, denn dort lagen die Schiffe. Die Gefahr drohte von rechts. Dort würden wir einbrechen, wenn wir nicht standhielten. Schilde, brüllte ich, und wir legten wieder die Schilde aneinander, denn die Dänen rückten vor. Eine dicht geschlossene Reihe, Schild an Schild, bespickt mit Äxten, Speeren und Schwertern, die in der Morgensonne blinkten. Schon flogen die ersten Speere und Äxte in unsere Richtung. Doch wir in der ersten Reihe duckten uns hinter unsere Schilde, während die hinteren Reihen die Schilde über den Kopf hoben und die Waffen davon abprallen ließen. Ich hörte das wilde Kriegsgeschrei der Dänen aufbrausen, spürte ein letztes Flattern von Furcht und dann waren sie da. Schilde krachten aufeinander. Meiner prallte mir zurückgeschlagen gegen die Brust. Wütendes Brüllen, ein Speer zwischen meinen Füßen in den Boden einschlagend, Wespenstachel nach vorn gestoßen und von einem Schild aufgehalten, ein Schrei zu meiner Linken, einer Axt, die von oben niederfuhr. Ich duckte mich, stach erneut zu, traf wieder nur auf Holz, stieß mich mit dem eigenen Schild ab, zerrte die Sachse frei, stampfte auf den Speer und stach ein weiteres Mal zu, über den Schildrand hinweg in ein bärtiges Gesicht, dessen Wange aufplatzte. Ich setzte nach, um dem Gegenüber den Todesstoß zu versetzen und spürte, wie ein Schwerthieb von meinem Helm abglitt. Ein Mann riss mich zurück, denn ich hatte unsere Reihe geöffnet. Die Dänen warfen sich uns brüllend, hauend und stechend entgegen. Wir wehrten uns mit aller Kraft, wohl wissend, dass der Schildwall, der zuerst nachgab, verloren war. Ich ahnte, dass Leofric zur Rechten besonders hart bedrängt wurde, konnte mich aber nicht darum kümmern, da der Mann mit der aufgeschlitzten Wange mit einer kurzen Axt auf meinen Schild einhackte und ihn zu spalten versuchte. Indem ich den Schild unversehen senkte, lenkte ich die Wucht seines Schlages ab und nutzte die Gelegenheit abermals zuzustechen. Die Sachse kratzte über seinen Schädel und fügte ihm eine lange blutende Wunde zu. Er taumelte von mir mit meinem Schild gedrückt zurück, wurde jedoch sogleich von den Männern in seinem Rücken wieder nach vorn geschoben. Diesmal traf Wespenstachel seinen Hals. Kaum war er auf die Knie gesunken, rammte der nächste Kämpfer seinen Speer in meinen Schild. Die Wucht war so groß, dass die Waffe durchs Holz drang und darin stecken blieb. und streckte ihn mit meiner Klinge nieder. Ein anderer zerrte den Speer aus meinem Schild, wurde aber, ehe er mich damit aufspießen konnte, von dem Mann zu meiner Linken zu Fall gebracht. Weil immer mehr Dänen vom Moor kommend unsere rechte Flanke bedrängten, ließ Leofric den gesamten Schildwall langsam und geschlossen herum schwenken, bis wir schließlich alle mit dem Rücken zu den brennenden Schiffen standen. Ich spürte die Hitze, die sie ausstrahlten, und glaubte schon an unser aller Tod. Erbittert schlug ich auf einen rotbärtigen Dänen ein, um seinen Schild zu zerschmettern. Eida, der Mann an meiner rechten Seite, ging zu Boden. Aus seinem zerrissenen Lederpanzer sprudelte Blut. Sein Gegenüber zielte nun mit erhobener Axt auf mich. Ich fing den Hieb mit und traf seinen Knöchel, fast gleichzeitig bohrte sich ein Speer durch seine Schläfe. Ich verschaffte mir mit einem lauten Schrei Luft und drängte weiter vor, hatte jedoch nicht genug Platz zum Kämpfen. Ich steckte eingekeilt in einer ächzenden Menge von Kriegern, die um sich schlugen und stachen und starben und bluteten. Und dann kam Odda. Der Oldermann hatte gewartet, bis sich alle Dänen auf dem schmalen Uferstreifen befanden und sich dort in ihrem Eifer uns zu töten gegenseitig behinderten. Dann war er mit seinen Männern vom Kinuit herabgestiegen. Sie zogen mit ihren Schwertern Äxten, Sicheln und Speeren wie ein Ungewitter herauf. Aus der Menge der Dänen waren nun die ersten Warnrufe zu hören, worauf sofort der Druck von vorn nachließ, weil die hinteren Reihen kehrt machten, um sich der neuen Gefahr zu stellen. Ich rammte die Sachse in die Schulter eines Gegners, der sich aber wegdrehte und mir die Klinge aus der Hand riss. Also zog ich das Schwert und schrie meinen Männern zu, die Hundesöhne zu töten. Dies ist unser Tag, rief ich, und Odin schenkt uns den Sieg. Vorwärts jetzt, vorwärts ins getümmelter Schlacht. Hütet euch vor dem, der den Kampf liebt. Raven hatte mir gesagt, dass allenfalls jeder vierte Mann ein wahrer, weil entschlossener Krieger sei. Ich aber sollte die Erfahrung machen, dass allenfalls jeder zwanzigste wirklich den Kampf liebt. Solche Männer sind die gefährlichsten, die tüchtigsten, diejenigen, welche wie der leibhaftige Schnitter Seelen ernten und die am meisten zu fürchten sind. Ich war ein solcher Kämpfer. Und ließ an jenem Tage, da Ströme von Blut in die anschwellende Flut des Pedredden flossen, Schlangenhauch das Lied des Todes singen, während hinter mir die Schiffe der Dänen brannten. Ich erinnere mich kaum an mehr als an ein unbeschreibliches Hochgefühl, an Raserei und Gemetzel. Solches feiern die Skalden, das Herz einer Schlacht in der Siegesgewissheit. Die Dänen verließ mit einem Mal der Mut. Sie hatten den Sieg schon vor Augen gehabt und geglaubt, uns am Ufer des Flusses in die Enge getrieben zu haben. Doch dann kam der Viert von Defners Gier über sie wie ein Sturm. Vorwärts, rief ich. Wessex, brüllte Ljofric. Wessex! Unermüdlich hackte er mit seiner Axt auf die Gegner ein und führte die Mannschaft der Herr Engel weg von den brennenden Schiffen. Die Dänen wichen zurück, einige wollten flüchten und wir konnten uns unsere Opfer aussuchen. Schlangenhauch war tödlich an diesem Tag. Mit einem wuchtigen Hieb auf seinen Schild den Gegner aus dem Gleichgewicht bringen, ihn mit einem Stoß zu Boden strecken, ihn mit einem Stich in die Kehle dem Tod überliefern und sich den nächsten Gegner suchen. Einen Dänen stieß ich in die Restglut eines schwelenden Lagerfeuers und während er schrie tötete ich ihn. Manche Dänen flohen zu den Schiffen, auf die das Feuer noch nicht übergegriffen hatte und schoben sie in den Fluss. Ober aber kämpfte. Er rief seinen Männern zu, einen neuen Schildwall zu bilden und die Schiffe zu schützen und so fest war sein Wille, so heiß seine Wut, dass der neue Schildwall hielt. Wir schlugen mit Schwertern, Äxten und Speeren darauf ein und verschmolzen wieder zu einer dicht gedrängten, ächzenden, nach faulem Atem stinkenden Menge. Doch diesmal waren es die Dänen, die Schritt für Schritt zurückwichen, da sich Odders Männer mit meinen zusammenschlossen, den Gegner in die Zange nahmen und mit schwerem Eisen auf ihn einhämmerten. Doch selbst im Rückzug hielt Oba seine Reihen unter dem Rabenbanner geschlossen. Und je länger er uns trotzte, desto mehr Schiffe wurden zu Wasser gelassen. Ihm kam es jetzt nur noch darauf an, möglichst viele Männer und Schiffe zu retten, Teilen seiner Armee zur Flucht zu verhelfen und diesen Druck von Schild und Klinge entkommen zu lassen. Sechs Schiffe ruderten bereits auf die Seffernsee hinaus, weitere wurden ins Wasser geschoben. Ich trieb meine Männer an, den Riegel zu sprengen und die Feinde zu töten. Doch dazu fehlte der Raum. Da waren nur der vor lauter Blut rutschige Boden, Klingen, die unter Schilden vorschnellten, Männer, die sich gegen den Feind stemmten und verwundete, die auf allen Vieren davon krochen. Und dann hieb Ober mit wütendem Gebrüll und seiner riesigen Streitaxt auf unsere Schilder ein. Ich erinnere mich daran, wie er in der Schlacht vor dem Gowesk auf ähnliche Weise in die Reihen des Gegners eingebrochen war. Seine große Streitaxt wirbelte wieder durch die Luft und schuf Platz. Unsere Männer wichen zurück. Die Dänen aber folgten dem Beispiel Obas, der, wie es schien, diese Schlacht allein entscheiden wollte, um sich einen Namen zu machen, der in den Annalen der Nordmänner unvergessen bliebe. Ein mörderischer Wahnsinn hatte von ihm Besitz ergriffen. Die Runenstäbe waren vergessen und Ober Lodbroxon schmiedete an seiner Legende. Ein weiterer Kämpfer fiel von Obas Axt getroffen, der seinen Zorn hinaus schrie. Die Dänen drängten ihm nach und drohten unsere Deckung niederzureißen. Ich trat einen Schritt zurück und zwängte mich durch unsere Reihen, um Ober zu stellen. Ich schrie seinen Namen, beschimpfte ihn als Ziegensohn und Dreckshaufen. Er suchte mich mit wild aufgerissenen Augen und entdeckte mich. Du Bastard! knurrte er mich an, und die Männer vor mir duckten sich weg, verfärbt und seinem Schild fehlte ein Stück. Gestern habe ich einen Raben vom Himmel fallen sehen, sagte ich. Dreckiger Lügner, entgegnete er und schlug mit der Axt zu. Ich fühlte mich wie von einem Bullen gerammt, als sie auf meinen Schild traf und einen Spalt darin aufklaffen ließ, durch den das Sonnenlicht blitzte. Ein Rabe, wiederholte ich, er stürzte einfach herab, wieder traf sie den Schild. Der Spalt wurde breiter und ich wankte. Er rief deinen Namen, als er stürzte, sagte ich. Englische Scheiße, brüllte er und holte zu einem dritten Schlag aus. Diesmal sprang ich zurück und zielte mit meinem Schwert auf die Hand, die die Axt führte. Er aber war schnell, schnell wie eine Schlange und zog die Hand rechtzeitig Odins Graben versetzte, wo er das Rabenbanner in einen Blutpfuhl fallen sah. Liedner, schrie er und versuchte mich mit der Wucht seines Körpers zu Fall zu bringen. Ich stemmte mich hinter meinem Schild mit aller Kraft dagegen, schwang mein Schwert und schlug ihm auf den Kopf. Doch die Klinge prallte von seinem Helm ab und ich musste mich beeilen, seiner Axt auszuweichen, die dort in den Boden fuhr, wo meine Füße gestanden hatten. Sofort schnellte ich nach vorn und traf mit der Schwertspitze seine Brust. Doch der Stoß war nicht kräftig genug, um das Kettenhemd zu durchbohren. Mit einem von unten nach oben geführten Hieb versuchte er, mich vom Schritt bis zur Brust aufzuspalten, mein ramponierter Schild aber fing an meine Grüße aus. Sag ihnen, dass es Utre Tragnason war, der dich zu ihnen geschickt hat. Du Missgeburt! Er sprang vor und holte mit der Axt wie mit einer Sense von der Seite gegen meine Brust aus. Da stellte sich wieder jene magische Ruhe in mir ein. Alle Angst verflog und machte Schira Freude Platz. Ich riss den Schild herum und fing den los, sodass er nun seine Axt beschwerte, die darin festgekeilt war, und schlug zu, einmal, zweimal, wuchtige Streiche, beidhändig geführt und mit der ganzen Kraft, die ich in langen Tagen am Ruder der Heer Engel erworben hatte. Ich zerschlug seinen Schild und trieb ihn zurück, bis er stolperte. Er war mit dem linken Fuß in die Gedärme eines Gefallenen getreten und darauf ausgerutscht. Noch während er strauchelte, stach ich mit Schlangenhauch zu, und seine Spitze bohrte sich über dem Ellbogen in das Kettenhemd. Aller Kraft beraubt sank sein Waffenarm schlaff herab. Mein nächster Streich traf seinen Mund, aus seinem Bart quoll Blut, und ich wusste, dass er nun sterben und seine Brüder in der Halle der schimpfte er weiter und versuchte mich mit seinem Schild zurück zu drängen, aber ich war schnell, und ein Hochgefühl erfüllte mich, als ich mit dem nächsten Schlag seinen Hals traf. Blut strömte über seine Schulter, Blut sickerte aus den Maschen seines Kettenhemds. Er schwankte, stand aber noch aufrecht und sah mich an. Auf Wiedersehen in Valhalla, Herr, sagte ich, den Blick, immer noch auf mich gerichtet, sank er in die Knie. Er wollte etwas sagen, bekam aber kein Wort mehr heraus, und so versetzte ich ihm den Todesstoß. »Gebt ihnen den Rest!« rief Oldermann Odda, und seine Männer, die unseren Zweikampf gesehen hatten, setzten mit Sieges gewissem Gebrüll den Dänen nach, die nun eilends auf ihre Schiffe zu fliehen versuchten. Viele ließen ihre Waffen fallen, die Schlaueren stellten sich beuchlings auf dem Boden liegend tot, und sogar unsere Männer mit den Sicheln überwältigten gegnerische Schwertkämpfer. Auch die Frauen vom Kinuit waren plündernd und tötend ins Lager der Dänen eingedrungen. Ich kniete neben Oba und schloss seine erschlaffte Faust um den Griff seiner Streit-Axt. »Fahrt nach Valhalla, Herr«, sagte ich. Er lebte noch, lag aber im Sterben, denn mein letzter Hieb hatte seinen Hals durchbohrt. Aus seiner Kehle kam ein würgendes Gurgeln, er bäumte sich ein letztes Mal auf, und ich hielt seine Hand fest um die Axt geschlossen, während er starb. Ein Dutzend weiterer Schiffe entkam, überfüllt mit denen, doch der Rest von Obers Flotte gehörte uns. Ein kleiner Teil der geschlagenen Armee floh in die Wälder, gehetzt von Odders Männern, alle anderen waren tot oder gefangen genommen. Das Rabenbanner fiel Odder in die Hände. Wir hatten einen großen Sieg errungen, und Willibald, der Priester, tanzte einen blutigen Speer schwingend vor Freude. Wir nahmen alle Pferde, Gold und Silber, Gefangene, Frauen, Schiffe, Waffen und Rüstungen. Ich hatte im Schildwall gekämpft. Oldermann Odder war verwundet. Eine Axt hatte seinen Helm zerschlagen und den Schädel geöffnet. Er lebte noch, aber seine Augen waren weiß, die Haut fahl und sein Atem flach. Blut verklebte sein langes Haar. Priester beteten bei ihm in einer kleinen Hütte. Ich suchte ihn dort auf, aber er sah mich nicht, konnte nicht sprechen, vielleicht nicht einmal mehr hören. Ich drängte die beiden Priester zur Seite, kniete mich an sein Bett und dankte ihm dafür, dass er den Kampf gegen die Dänen aufgenommen hatte. Aus einer dunklen Ecke der Kammer beobachtete mich sein Sohn in blanker unversehrter Rüstung. Ich richtete mich auf, mein Rücken schmerzte und meine Arme brannten vor Erschöpfung. Ich gehe nach Cridienten, erklärte ich dem jungen Odder. Er zuckte mit den Achseln, als sei ihm gleich, was ich vorhatte. Ich duckte mich durch die niedrige Tür ins Freie, wo Leofric auf mich wartete. Geh nicht nach Cridienten, sagte er. Meine Frau ist dort, erwiderte ich, und mein Kind. Alfred ist ein Ex-en Sister, erklärte er. Und? Derjenige, der ihm die Nachricht vom Ausgang der Schlacht bringt, empfängt den Lohn, sagte er. Dann geh du, forderte ich ihn auf. Ich ritt mit zwei Dutzend meiner Männer auf Pferden, die wir den Dänen genommen hatten, nach Süden. Zu meiner Familie. Ich 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 Ich